So. So, guten Morgen. Guten Morgen. Ich muss noch ein paar Sachen hin- und herschieben. Morgens heißt es immer Fenstereinstimmungen. Fenster, Fenster und noch mehr Fenster. Okay. Parallel den. Den können wir auch machen. Das nicht. Das bin ich. Ich hoffe, von der Mucke her geht's. Das ist immer etwas, was ich erst mal noch nachjustieren darf, muss und werde. Geil. Okay. Das klappt. So. 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 To. So. Oh. So. 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 Okay, eine Sekunde, ich muss das kurz alles einstellen, aber ich glaube, jetzt bin ich zufrieden, fast zufrieden, so, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, it begins, heute wir Planet craften, wir planet craften und ich habe gleich hier ein neues Biom für euch, aber wir testen vorher noch ein paar Sachen, ein paar Sachen muss ich vorher noch testen, verstehen und begreifen und das wird ein bisschen dauern und das auch in Ordnung. So, guck mal, hier ist nämlich noch eine Base, eine alte Base, sogar mit noch ein paar Sachen drin, süß, cute, cute, wie war das TFT Event? Ah, ja, war ganz cute, ich durfte gewinnen. Da habe ich mir das Recht für einen Win erarbeitet. Und war schön. Richtig sehr entspannt, es war halt nicht so schwitzig, also konnte gut miteinander quatschen und hatte zwar trotzdem viele Metacoms gesehen, aber ich glaube, bei so einem Spiel muss man auch sagen, dass das irgendwie so ein Stück weit auch dazugehört. Ah, ich kann hier auch einen Text ändern, also das ging ich vorher auch nicht. Oh, wie viel hier noch drin ist. Das ist ja der Warnung. Ah. Hier ist eine Uranhöhle. Das muss ich mal beschriften. Uranhöhle. Geklappt? Ja. Geil, sehr gut. Trinke jetzt mal einen Schluck. Brauche ich ja gleich einen Bohrer, ist die Frage. Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Ich hätte es aber selber überhaupt nicht gedacht, muss ich sagen. Also ich habe mich selbst so gar nicht eingeschätzt. Aber es hat geklappt. Es war auch eine sehr ausgeglichene Runde. Es ist auch schön, dass so Leute wie Dalu Card mitmachen, wenn sie offensichtlich keinen TFT-Background haben. In diesem Spiel spielt halt Vorwissen eine schon sehr, sehr krasse Rolle, muss man sagen. Und sich das alles extra anzueignen, ist jetzt auf jeden Fall nicht leicht. Also ich selber hatte ja schon mit super viel Vorerfahrung Probleme in das Set reinzukommen. Das heißt, Probleme, sondern es dauert halt mal. Das ist halt viel Geduld verlangt. Und Ausdauer von jedem. Was nicht leicht ist. Not easy. Nicht leicht. So, wir müssen hier, glaube ich, noch einen Schrank bauen. So, kurz gucken, wie man einen Schrank baut. Also, ich weiß, wie es geht, aber... ...drei Eisen. Drei Eisen. Perfekt. Gut. Jetzt dürfen wir hier das Gleiche nochmal machen. Eins, zwei, drei. Der nächste Schrank. Kann man sich das Vendor anschauen. Also, ich habe es gestern gestreamt. Jetzt müssen wir hierコ surprskern machen. ... ... ... Wir warten das kurz ab. Wir warten das kurz ab. Guck mal rein, die Welt geht um... Ja, das ist leider wahr. So, und wir werden auf jeden Fall den Luftfilter noch machen. Es gibt ein Achievement übrigens, wenn man so ein Meteor auf den Kopf bekommt. Falls man sich da wundert, dass es immer ein Nachteil ist. Es kann auch etwas Positives bedeuten. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem schmerzhaft. Es wird schmerzhaft sein. So, habe ich hier eine Markierung, Lena. Ich glaube, hier ist meine Aluminium-Base. Die werde ich trotzdem noch benennen. Leuchtfeuer. Aluminium, Titan, Silizium. So. Aluminium, Titan, Silizium. Hier gibt es... Aluminium. 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 Um rechts ist noch Werbung. Ist das richtig? Es steht noch Werbung, das gewollt. Im Prinzip ist das noch nicht der Placement-Part. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele das Spiel heute immer den ganzen guten Tag. Und here we go. Here we go. Wait. Der funktioniert nicht, oder? Der funktioniert nicht. Das lösen wir gleich, das Problem. So, warum habe ich den hier? Den hier könnte ich eigentlich demontieren. So. Oh. Wie habe ich das denn gemacht? Das weiß ich nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Na gut. Das muss man selber wissen. Sauerstoff niedrig. Keine Sorge. Ich habe hier überall die kleine Basen. Die mir natürlich behilflich sind. Guck mal, Beweglichkeit. So drei habe ich hier schon. Okay. Ja, ich habe hier noch sehr viel Kram in verschiedenen Bereichen der Karte. Da habe ich noch sehr viel Kram. Oh, das ist okay. Ich habe quasi diese ganzen Sachen jetzt zum Erkunden gehabt. Das ist ja alles zum Erkunden. So, das Ding produziert Wasser auch. Okay. Hier kommt blaues Zeug rein. Hier. Auch. Hier auch. Oh Gott. Hier kommt der Bums. Hier kommt der Spaß. Hier der. Okay. Und das ist so eine Reste-Rampe hier. Das ist so was Restiges. Restig und lästig. Die Tram ist kostenlos. Danke sehr. Aubergine sind meine Live-Speise. Teleporter. Das ist es. Das brauchen wir. Jetzt haben wir ihn freigeschaltet. Und wir werden es auch so gut wie es geht nutzen. Aber vorher teste ich noch das hier. Hier nehme ich dieses Gerät. Aber hier muss ich noch diese Schmetterlinge oder so reintun. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ein ganz kleines bisschen wird das noch dauern. Aber erst mal der Teleporter. Guckt mal. Aha. Ich brauche dieses Quarz. Das habe ich da erst ganz hinten ganz neu gefunden. Und wie man Halbleiter macht, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich hier noch das Gerät. Suche nach Sicherung. Und setze sie ein. Um die Leitung von Maschinen. Leistung von Schnelli zu steigern. Das habe ich hier noch nicht gebaut. So ein Ding. Aber das wird wahrscheinlich später geil sein. So, Bewässerung ist niedrig. Wir trinken also erst mal einen Schluck. So, Gensequenzen. Haben wir noch nicht viele. Keine Übereinstimmung gefunden. Das muss man hier auch noch gut einlagern. Da müssen wir noch so die Babypflanzen. Biokunststoffklumpen. Weiß ich auch noch nicht. Wofür ich den brauchen werde. So, der macht super viel Sauerstoff. Das ist ein Baumverteiler. Genau, der Bienenstock. Das ist es. Bienenstock müssen wir noch bauen. Wir brauchen dazu eine Bienenlarve. Wir gucken mal, ob das eine Bienenlarve ist. Aber es, ich glaube nicht. Ich weiß nämlich noch nicht, was ich mit den Kacklarven mache. Die habe ich jetzt erst gefunden. Aber wir machen mal das hier. Machen wir den Inkubator. Da brauchen wir eine Sauerstoffkapsel. Die ist unten. Dünger 2 und Rinde 2. Wir machen erst mal die hier. So. Dann Dünger. Brauchen wir wieder Algen und Kürbis. Da ist Alge. Kürbis habe ich hier unten. Sehr viel. Ein allwissender Kürbis. So, jetzt brauchen wir nur noch das Sauerstoffding. Das ist unten. Hier war so ein Teil. So, jetzt können wir es bauen. Die Frage ist, wo? Ich glaube, die Bienen können gleich hier hin. Aber die darf ich hier nicht bauen, ne? Ah, schade. Dann brauchen wir das hier oben. Oh, wie groß dieser Raum ist. Das ist ja unnormal. Machen wir es jetzt hier rein. Hier noch so einen kleinen Schrank. Aha. Okay. Muttergehen. Untergehen brauche ich nochmal Schwefel und diese Crap-Tosche. Was ist das hier? Es ist wieder der Weltuntergang. Wow. Okay, das sollte nicht passieren. Dass die hier in meinem Labor sind. Das ist ja sehr unnötig. Okay. Also ungewöhnliche Larven untergehen und Dünger. Dünger. Ungewöhnliche Larven. Let's go. So, der forscht das jetzt. Der forscht jetzt diese Bienenlarven. Geil. Okay, das haben wir. Da können wir schon mal das Ding nehmen. Dann machen wir unten. Falls wir lebendig nach unten kommen. Easy. Machen wir noch eine Super-Legierung. Aluminium-Eisen. Also das Beben ist insane. Das Beben ist tatsächlich Insanity. Mal ganz kurz noch hier rein. Ah, hier brauchst du noch einen weiteren Schrank. Ah, die ist Super-Legierung gedroppt. Oh, die ist gedroppt. Das ist ja übelkrank. Lol, die ist einfach runtergefallen. Dann musst du die nicht craften. Es hat einfach Super-Legierung geregnet, Leute. Look at this. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe nur so Uran oder sowas regnen sehen. Aber Super-Legierung bisher noch nicht. Sehr unübersichtlich, deine Basis. Oh, die ist super. Die Basis ist absolut fantastisch. Guck mal, jetzt haben wir diese Bienenlarve gemacht. Das ist ganz geil. Aber, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Bienenstock wollte ich machen. Das heißt, wir nehmen jetzt das Dünger raus. Nehmen die Larve und den Bienenstock. Kann ich den nicht irgendwo... Ah, nee, das Dünger brauche ich. Ups. Was passt denn hier halbwegs rein? Sowas hier, ne? So, hier ist zum Beispiel Quatsch. Aber ich glaube, der will das da drin haben, ne? Hier auch nicht. Das ist Maxim. Das bin ich angesehen. Ah, der will das hier einfach so haben. Ja, da würde ich sagen, machen wir das hier hin. Guck mal, wir haben hier Bäume. Und das ist unsere tolle Blumenwiese. Ich habe goldene Bienen gemacht. Der produziert jetzt Honig. Was logisch ist, actually. Okay, das haben wir. Das heißt, wir brauchen dann aber irgendwann noch die anderen Sachen. Aber wir lassen den erst mal produzieren. Weil ich weiß noch nicht, was ich aus dem Honig mache. Ich weiß noch nicht, wie ich noch Leiterplatinen mache. Der Autohersteller, der hätte ich auch übel Bock. Neuer Bauplan, sehr gut. Genau, den nutzen wir schon. Den brauchen wir, das brauchen wir auch noch einmal tatsächlich. So, der produziert Wärme. Der produziert auch ordentlich Wärme und Luftdruck. Aber der hat auch noch einen anderen Zweck. Der macht diese Stäbchen. Der Boy macht diese wundervollen Stäbe. Was ich denn hier auch einlagern muss. Das Problem ist halt, ich habe hier keine, in der Nähe dieser Basis, keine gute Eisenquelle. Man braucht leider sehr, 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 sehr viel Eisen. Man braucht leider sehr, sehr, sehr viel Eisen. Und wir haben sehr viel Eisen. Ich muss es nur transportieren. Dann machen wir hier mal Superlegierung rein. Hier nochmal das Aluminium. Wir werden wahrscheinlich für die richtig krassen Sachen, wie Obsidian und sowas auch nochmal einen extra Raum haben. Und jetzt machen wir hier die ganzen extremen wertvollen Dinge rein. Die Sauerstoffkapsel tun wir wieder hier rein. Die ist ein bisschen komisch. So, du kannst da auch erstmal rein. Die Larven tun wir oben hier in unser Bio-Labor. Das werden wir alles noch erforschen, tatsächlich. Das können wir jetzt so parallel machen. Genau, wir haben hier die gemeine Larve. Und da habe ich... Das ist einfach... Da bin ich noch komplett raus. Aber ich habe hier jetzt was Neues bekommen. Ich habe jetzt hier noch bessere Baumsamen. Okay. Also die Ordnung, die ich hier habe. Es sieht nicht nach Ordnung aus, but it is. Es hat actually eine Ordnung. So, Schwefel müssen wir hier oben einlagern. Die Samen brauche ich eigentlich nicht mehr. Und Rinde haben wir unten auch ultra viel. Das werden wir alles noch parallel machen. Was ich gerne machen wollen würde... So, Erze raustüdeln fühle ich noch nicht. Außer wir brauchen halt mehr Uran. Aber Uran brauchen wir eigentlich immer nur, wenn wir... ...noch mehr Energie brauchen. So, und bisher ist das hier unsere größte Energiequelle. Der Kernreaktor. Der ist auch okayisch zu bauen. So, und dann haben wir das Ding. Der Kernfusionsreaktor. Das ist halt so krass. Na, die Unterschiede. Das ist aber viermal mehr. Ich brauche noch diesen Quarz. Und der Quarz war irgendwo dort hinten. Der war irgendwo da hinten. So, Heizungsstufe 4 gibt es auch noch. Werden wir alles noch bauen. Aber wir müssen das mal... Ich würde das mal das hier gerne haben wollen. Das heißt, wir brauchen den super Legierungsstab. Und den kann ich auch machen. Ich brauche nur unfassbar viel Legierung. Also krank viel. Ich spüre, wie weit Maxi heute kommt. Naja, das ist ein Spielstand, der schon sehr weit... ...wahr ist. Der ist schon an sich jetzt nicht... Nicht bad. Das ist so das Ding. Ich habe ja schon sehr viel gesehen. So. Excuse me. Ach, die ist noch nicht reif. Ich habe gewundert, warum ich die nicht einsammeln kann. So. Okay. Wir machen... Ich würde gerne einen Teleporter machen. Eiskalt. Dazu brauchen wir dieses Quarz. Und dieses Quarz habe ich bisher nur ein einziges Mal gesehen. Das heißt, wir brauchen Aluminium. Wir gehen kurz an unsere Aluminium Base vorbei. Dann gehen wir in diese Richtung. Und ich würde gerne zwei Teleporter bauen. Ich glaube, ich muss zwei bauen. Ich weiß noch nicht, wie der funktioniert. So, aber das finde ich jetzt so... Das heißt, wir gehen jetzt... Wir nehmen was zu essen mit, auf jeden Fall. So, dann nehmen wir auch was zu trinken mit, würde ich sagen. Jetzt machen wir auch nochmal draußen. Gehen wir mal direkt aus dem Schrank. Gut. Dann haben wir hier sehr fleißige Pflanzen. Gehen wir zum Aluminium direkt. Wir holen dort genug für einen Beacon. Und man muss immer genug für eine Base dabei haben. Das ist auch wichtig. Na, wenn ihr hier erkunden wollt, es muss immer genug für eine Basis dabei sein. Ach, guck mal, jetzt produziert er Bäume. Das klappt. Ja, den habe ich noch sehr weit an den Rand gesetzt. Das ist auch nicht so schlau. Dann sieht man seine Arbeit gar nicht. Okay, also Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Silizium, Eisen. Und dann noch ein bisschen Aluminium. So, also das ist unser Reisegepäck. Dann haben wir da die Uranhöhle. Ich glaube, wir müssen wirklich bis dahinter. Aber nee, hier komme ich wahrscheinlich nicht durch. Ich schau mal, aber ich glaube, ich komme nicht durch. Okay. Ja, hier war auch eine Höhle. Der Iridium ist ganz nett. Das ist komisch, ne? Das ist eine Iridium- Höhle. Aber hier wird kein Iridium abgebaut. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Der Schrank ist auch riesig. So. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe auch nicht. Ihr braucht immer nur so viel, dass ihr das und das bauen könnt. Das ist das Wichtigste. Aber dann habt ihr ja regelmäßig Sauerstoff. Wenn ich da ausgehen sollte, baut der quasi wie hier einfach so eine kleine Base. So. Genau, ich glaube, das ist jetzt die Höhle, richtig? Da ist der Bogen. Und der neue Content ist in diese Richtung hier. Da. Das ist das ganz Neue. Ich habe hier auch schon eine Base hingestellt. Da werde ich jetzt auch noch eine Markierung machen. Wir haben hier nämlich noch ein abgestürztes Schiff, was ich noch gar nicht untersucht habe. Aber ich hätte da gerne einen Teleporter oder so. So. Guck mal. Bei denen haben wir jetzt gekommen. Da kriegen wir Baumverteiler 3 als nächstes. Den Optimierer, das habe ich noch nicht gemacht. Auch den krassen Extractor habe ich noch nicht. So. Hier geht jetzt alles in den Arsch. Jetzt geht es quasi weiter nach Süden. Das ist weird. Oh, das ist wichtig. Das sollte man immer mitnehmen. Weil das kann man nicht gut anbauen. Da ist ein kleiner Wassertunkel. Guten Morgen euch allen, Leute. Guten Morgen. So. Hier ist die alte Base. Lol. Aber ich habe ja schon alles auf höchster Stufe. Okay. Sowas war später, war übel wichtig. Also sowas hat einen die Produktion sehr limitiert. Moment. Also wenn man nicht genug davon hatte. Sodass die alte Base sagen wir mal so, die verlassene Base. Das machen wir hier mal. Verlassene Base. Hier gab es nämlich auch jemanden, der, ja, der hier runterkam. Der hat hier sein eigenes Ding gemacht. Wie ist das Spiel bisher? Naja, es ist jetzt full release. Ich habe jetzt ja mal sehr viel gespielt und sehr viel geschafft. Aber dann irgendwann man muss halt gucken, was ein Survival Game am Ende tut. Wie ist so das Finale, ne? Bei Stapnautica zum Beispiel entkommt man. Hier ist natürlich noch mehr Idylle erschaffen. Das ist, finde ich, auch etwas Unikes. Und es läuft auch die ganze Zeit. Also die Zahl rechts oben ist permanent am Steigen. Und das ist ein Riesending. Die Zahl ist da oben permanent am Steigen. War da gerade eine Larve? Ist actually eine Larve. Kidding. Und wir versuchen natürlich den Planeten hier so ein bisschen zu terraformen. Ob das hier in Mordor funktioniert, weiß ich nicht. Aber irgendwann wiederholen sich einfach einige Dinge und mit dem Release hat man über viele neue Sachen reingebracht. Genau. Und diese neuen Sachen, die würde ich auf jeden Fall gerne testen und mir anschauen wollen. Weil die schon sehr wichtig waren. Und sehr viele Unterschiede gemacht haben. quasi das Ding hier zu basteln. Das wird das wird das wird überwichtig. Aber wir gehen das mal hier runter, würde ich sagen. Wir gehen erstmal in das Schiff. Wir erkunden das mal. Weil es kann natürlich sein, dass dort super tolles Material auf uns wartet. geht das jetzt. Wir machen mal einen Schrank. Einen kleinen Notfallschrank. Lagern da auch erstmal das ein. Weil in solchen Schiffen findet man meistens übel viel. Also viel Neues auch. Vorausgesetzt man findet den Eingang. Soll das hier eine Kanone sein. Sieht ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, ob ich das hier schlau mache gerade. Ich kann nicht so richtig fliegen. Es ist mehr so ein Gleiten. Das sieht auch weird aus. Weil das gehört nicht zum Schiff. Oh, die Hitbox gehört auch nicht zum Schiff. Oh. Komme ich hier rein? Also die Kommandobrücke sieht noch sehr intakt aus. Ich kann hier rein. Lol, das ist der Eingang. Ja, dann geht's los. So. Das ist natürlich ein Indie-Game. Also hier darf man nicht erwarten, dass jetzt hier super krass auf Optik und Zerstörung und so weiter geachtet worden ist. So, ich glaube F war die Taschenlampe. Äh, konnte ich ducken überhaupt? Nee. Genau, Trümmer konnte man zerlegen. Das ist auch etwas, was man, was das Spiel, glaube ich, einem nicht sofort sagt. Aber ihr könnt Trümmer vor euch abbauen. habe ich erst auch sehr spät erst gerafft. But I did. Okay, warte mal. Ich habe jetzt zwei Wege. Hier noch einen Weg. Da ist eine Kiste. Mit den Türen bin ich mir immer nicht sicher, ob ich die aufmachen kann. Aha, guck mal, das kann ich erst... Ah, hier, Mikrochips gibt es hier. Okay, das ist gut. Guck mal hier, seht ihr das? Das ist nicht das krasseste Material, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Das gibt dann natürlich wegen der Sauerstoffproblematik trotzdem Subnautica-Vibes. Deswegen haben wir auch den Schrank dahin gemacht. Guten Morgen. Guten Morgen an alle, die hier neu dazukommen. Da werden wir die Mikrochips herbekommen. Wir klauen die einfach von den bis hier abgestürzten Schiffen. Das ist total schön. Total logisch, weil ich weiß nicht. Weil es ja keine Sau ist, macht mir ein bisschen Angst. Oh, warte mal. Oh, neuer Path. Das ist nicht gut. mehr Orientierung. Ah, hier sind die ganzen Mikrochips. Seht ihr das? Okay, das ist unser Mikrochip-Lager. Das wird sehr gut. Noch mehr Samen. Was ist das? Kursionsreaktor. Wait, kann ich das Schiff wieder anmachen? Verlegen sie die Truhen und verhindern sie, dass sie dorthin zurückkehren. Verhindern sie, dass sie dorthin zurückkehren. Das verstehe ich nicht. So. Also, Fusionsreaktor klingt so, als wenn ich hier noch was machen könnte. Das müssen wir uns merken. Weil dann gehen dann eventuell die ganzen Türen auf. Kann ich das auch abbauen? Mann, hier ist einfach keine Sau. Das ist nochmal eine Leiter. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist, dass die Türen aufgehen sollen. Und ich kann ja sowas wie hochwertiges Essen. Geil. Ich kann ja sowas wie Stäbe machen. Aber ob das geht, weiß ich nicht. Ein bisschen Zapnautica inspiriert aus. Naja, du bist halt abgestürzt, aber eher so auf einem toten Planeten. Das ist eher ein toter Planet und wir bewirtschaften den wieder. Aber hier sieht es nicht nach bewirtschaftung aus. Also hier ist Mordor. Mordor kann ich das noch nicht machen. Aber wir haben hier Uranstäbe. Wir nehmen mal die beiden Uranstäbe mit. Und wir gucken mal, was passiert, wenn ich die da rein tue. Weil es ist schon sehr convenient platziert, muss man sagen. Und dieser Convenience gehen wir einfach mal so ein bisschen nach. dieser Convenience gehen wir ein bisschen nach. Ne, kann ich nicht. Schade. Oder es ist nochmal was anderes. Es ist wahrscheinlich verarbeitetes Stäbe, aber das muss ich dann in den Geräten selber nochmal gucken. Aber wenn es Teil der Game Idee ist, könnt ihr mir das gerne sagen. So, hier ist noch schön was zu essen. Das ist die Toilette. Das hier sieht irgendwie fancy aus. So, das ist die andere Leiter. Die gucken wir uns dann gleich nochmal an. Aber im Prinzip führt sie halt wieder runter. Wir gehen erstmal zu der Leiter würde ich sagen. Aha, okay, das ist jetzt der Weg. Kann ich das hier abbauen? Nee, das nicht, das ist ein bisschen komisch. So, ich gehe nochmal zurück und nochmal saustellen. Wie viel hat jetzt zum Full Release verändert? Also sehr viele Items. Es gibt neue Geräte und so weiter. Das ist das, was mir sofort ins Auge gefallen ist. Viele Sachen weiß ich noch nicht. Also man hat jetzt noch Insekten und so ein Kram. Kann aber auch sein, dass es das vorher schon so ein Stück weit gab. Aber wir haben jetzt mittlerweile Bienen, die Honig machen. Und einige Convenience Sachen, wie Teleporter und das Bepflanzen und Besamen funktioniert. Ein bisschen besser. Also ich kann jetzt quasi Kürbis irgendwo rausnehmen und dann ist das sofort und dann ist es sofort neu Oha. Ja, das ist schon sehr worth. Das ist was mich gefreut hätte, wäre quasi noch mehr Inventarplatz. Und es gibt noch so einen Automatisierer. Der hier liest sich auch krass. Stell das gewählte Rezept automatisch her, wenn die Zutaten in einem bestimmten Bereich gefunden werden. Entweder in Vorratsschränken oder direkt in der Welt. Und das kann sehr interesting sein für Superlegierungen zum Beispiel. Davon brauchst du halt übel viel und dann kannst du die ganzen Bohrgeräte, die ja alles mögliche rausbohren, vielleicht sogar sofort Superlegierungen herstellen lassen. das ist das was sehr interessant klingt. So, wir ordnen das mal ein bisschen. Okay, die Ordnung gefällt mir überhaupt nicht. Ah, Pousar Quartz. Das brauchen wir, die Stäbchen sind auch nett. Das brauchen wir nicht so sehr, weil das haben wir alles schon einmal. Und es mehrmals zu haben ist praktisch, weil du kannst dann mehr gleichzeitig produzieren, aber es ist nicht super essentiell. Das ist nicht super wichtig. Okay, da ist noch eine Kiste. Das ist gut. spart uns sehr, sehr viele Ressourcen. Deswegen sind diese Schiffe einfach nützlich. Plus, dass wir die Mikrochips da raus kriegen. Also, die werden wir nachher auch noch abbauen. Ich glaube, das kann ich wegmachen. Hier, ich glaube, das werden dann, oder oben auf jeden Fall diese umgekippten Schränke oder halb umgekippt. Und diese Raketenantriebe sind auch sehr nützlich, weil wir können auch Raketen in die Atmosphäre ballern. Und da müsst ihr mir sagen, was dann mathematisch das sinnvollste ist. Weil dort steht, dass man hat ja quasi gewisse Werte, die man an Sauerstoff und Druck und so weiter produziert. Oh, hier ist einfach Dreck. Und dann steht er da, yo, Multiplayer mal 1000. sind. Oh. So. Und dann ist ja die Frage, ob man irgendwann erstmal so 10 Raketen hochballert, damit der Multiplayer ganz einfach extrem hoch ist. Oha, das ist gut. Mikrochipp planen ist extrem gut. Weil der sorgt dafür, dass wir nochmal neue Technologien haben. Und bisher wäre für mich der Teleporter eigentlich so das Wichtigste, weil ich muss so oft zu meinen Eisenminen laufen, dass das ein sehr, sehr großer Tiltfaktor ist. Das würde ich gerne so ein bisschen reduzieren. Das Glitzer da draußen am Boden kann man das einsammeln. Also hier kann man fast alles einsammeln, ja. Also auch das hier ist Iridium glaube ich. Und das ist auch cute. Das hatten wir am Anfang sehr, sehr wenig. Jetzt brauchen wir aber Quarz und ich weiß nicht wo ich hier eine Quarzhöhle habe. So aber das ist übel gutes Material. Aber wir müssen es bloß weg kriegen. Wir bringen 1000 plus deine Base einer und mal zehn. Das heißt die zweite bringt dann noch 20 und so genau also Raketen sind quasi für die Massengenerierung von von all den Werten die ich quasi im Spiel brauche extrem nice. so okay dann noch einen Schluck erstmal noch eine Aubergine aber ich glaube wir sind fast durch mit dem Schiff so und hier ist natürlich das Problem damit ich müsste jetzt halt 500 Mal hin und her laufen kann ich nicht abbauen ich müsste jetzt halt ganz oft hin und her laufen wir kamen jetzt übrigens von ich kam jetzt von dem ding runter das heißt wir gehen da hinten das ding nochmal hoch und dann haben wir glaube ich alles außer wieder typischerweise eine Leiter übersehen ne hier waren wir dann auch schon ja also ich weiß nicht ob die Türen auf gehen wenn ihr sagt hey wenn man jetzt was in den Reaktor rein tut dann kann man die Türen auf machen dann dann sagt mir das sehr gern ich ich akzeptiere da volles Backseat Gaming weil hier haben Stäbe nicht reingekonnt Stäbe ging nicht das heißt hier muss irgendwas anderes rein aber ich hab glaube ich eventuell auch neue Sachen. Also neue Stäbe, meine ich. Okay, das war gut. Das war ein guter Trip. Das war ein sehr guter Trip. So, jetzt brauchen wir noch Quarz. Also, wir nehmen jetzt mal die allerwichtigsten Sachen mit. Die allerwichtigsten Sachen. Superlegierung ist immer gut zu haben. Mutagene auch. Das Ding weiß ich nicht, was es ist. Fusionsstäbe. Die Fusionsstäbe. Genau, Fusionsstab. Aha, kein Uran. Stab, Fusionsstab. Okay. Das ist gut. So, das nehmen wir auch mit. Das ist auch sehr wertvoll. Ja, der Rest ist Wurst. Also, der ist nicht Wurst. Da werde ich später hin zurück. Also, die Raketen-Dinger sind schon sehr aufwendig. Fusionsstäbe. Okay, merken wir uns. Wir machen hier so ein Markierungsding hin. So ein Bonfire. Fusionsstäbe vonnöten. Vonnöt. Fusionsstäbe bringen. Rot. Wir sind Kernfusionsbrennstoffzellen rein. Sind das die? So, als nächstes brauchen wir Quarz. Und ich glaube, ich kam beim letzten Mal von hier von der Seite. Irgendwo hatte ich quasi eine Quarz-Höhle oder so. Ich habe eine Atmosphäre. Und ich habe eine Atmosphäre. Ich kann unendlich atmen. Deswegen Baumverteiler first, Leute. Das ist ein grausamer Tod, Mann. Gerade habe ich atmen gelernt. Oh, wie schön das aussieht. Wie es einfach instant schön ist. So, aber wo war... Hier ist noch der Bunker, by the way. Da brauchen wir auch schon unten. Aber da gehen wir wahrscheinlich nochmal rein. Okay, wir haben einfach eine Atmosphäre. Und Schmetterlinge. Okay. Also das sieht sehr gut aus, alles. Ich weiß bloß nicht, wo es Quarz gibt. Ich glaube, ich fliege nochmal zum Schiff. Und wir gucken da nochmal. Weil ich kam da... Ich weiß, dass ich diese Höhle erkundete... Ja, diese Höhle, sag ich schon. Dieses Schiff gefunden habe. Die kamen, glaube ich, grob aus der Richtung. Guck mal, was diese komischen Steine da waren. Bin ich hier richtig beim TFT-Turnier-Sieger? Das ist richtig. Aber denkt dran, das war ein Turnier... Win. Boah, das ist sehr viel Silizium, ja. Wo natürlich sehr entspannte Leute mitgemacht haben. Und jetzt nicht super heftig geschwitzt worden. Okay. Es wurde ein bisschen geschwitzt, aber nicht viel. Die Minion will man mit. Das sieht... Irgendwie... Sind das Sterne? Das sind keine Sterne, oder? Morgen TFT Master. Nee. Das war echt schlecht. So, das haben wir schon mal gefunden. Pulsar Quarz. Also ein Hammer. Alter, wo bin ich hier? Ja. Alter, wo bin ich hier? Leute, ich bin hier voll im Paradise. Ich kann hier schon das Wasser aus dem Boden trinken. Das sieht schick aus, ja. WoW. WoW. Das stimmt. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen, wo die WoW... Wie würde WoW in Unreal 5 Engine aussehen? War nicht ganz witzig. Aber es liegt doch ja... Das ist doch der Charme dieser Spiele, dass es halt nicht... clean und perfekt ist. Dass es nicht die Realität ist. Wenn er mich da rein darf. Da ist noch eine Base. Die werden wir auch markieren müssen. Wir sind wie ein Hund. Wir brauchen noch Titan und Silizium. Eisen nehmen wir immer mit. Jetzt brauchen wir keine... Also wir brauchen nur noch was zu essen. Nicht genug Essen mit. Doch, hier. 40. Das ist gut. Aber da ist noch eine Base, actually. Da ist eiskalt noch eine Base. Wir bauen hier... Ah, ich müsste für die Schränke, müsste ich hier trotzdem was bauen, ne? Hab ich eine Kiste übersehen? Hab ich eine Kiste übersehen? War die im Wasser? Blub, 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 blub. Der Kobalt täuscht einen. Der Kobalt Kobold. Jetzt schon in den Pilzwald. Den Pilzwald habe ich nur bisher gehört. Der Halbinsel hier. Oh, die Halbinsel. Und da? Weil, dass ich die ganze Zeit rumdüsen kann. So am Wasserfällen, ne? Das ist der Eck. Also, das gehört da auch hin, tatsächlich. Ich habe überlegt, ob ich da hingehe oder nicht. Weil normalerweise muss jeder gehen. Hier gibt es mehrere Wasserfälle. Oder das sind auch am Anfang so Sand... ...Fälle. Oh, dann gucken wir da schnell nochmal. Wir können jetzt ja voll Erkundungen gehen. Das ist voll geil. Also, guck mal hier oben. Das sieht schon sehr einladend aus, ja. Okay. Das ist... Das ist mir zu gefährlich. Da sieht es ja aus, als wäre ich dann Stucked Ben. Und stell dir mal vor, du hast den Planeten umgewandelt. Und dann fällt es in so eine Spalte... ...über diesen komischen Film. Da. Alter, ich sehe nichts. Alter, es ist fast... Ich dachte, da wäre Wasser unten. Okay, war das richtig? Ah, nee, hier ist noch was. Nee, doch nicht. Da gibt es hier noch ein Osterei. Oh. Dankeschön für den Zerb. Da ist wirklich eine Höhle. Oh, das ist eine neue Larve. Das ist eine gemeine Larve. Sollen das Gräber sein? Das ist eine nützige, spannende Zeile. Das ist eine Zeile im Alptraum. Die eine 5-jährige Weltraumkreuzfahrt durch die weniger bekannten Teile des Universums. Unglücklicherweise war unsere blöde Crew nicht in der Lage, auf einen scheinbar geringfügigen Vorfall zu reagieren. Und jetzt sind wir dabei, die wenigen Leichen zu begraben, die wir aus dem brennenden Wrack bergen konnten. Uns steht nun vermutlich ein ähnliches Schicksal bevor. Wir fahren nach Westen und werden sehen, wie lange wir überleben können. Meine Schätzung höchstens ein paar Tage. Jetzt ist ja die Frage, ob das das Kreuzfortschiff war. Oh mein Gott. Das brauchen wir alles nicht mehr. Aber es ist realistisch, dass das hier liegt. Da kann ich das nochmal einsammeln. Wait, kann ich das zweimal haben? Es gibt mehrere Schäuze. Wer ja, es gibt richtig viele. Ich habe schon, glaube ich, alle gesehen. Nee, kann ich nicht. Kade. Ich dachte, ich kann einfach noch ein Exoskelett tragen. Wir haben kein Brain, aber wir haben ein riesiges Hirn. Aber wir machen mal das. Kann ich das machen? Das geht auch nicht. Schade. Also ich kann nur einen Rucksack haben. Aber das ist zumindest realistisch. Die Gräber sehen auch so aus, als wenn man so Teile einfach ineinander gesteckt hätte. Das ist zweimal das gleiche Teil. So sieht das aus. Cool. Das heißt, die haben sich hier versteckt. Also eher versteckt, sondern eher ausgeharrt. Das ist cool. Ich komme hier gleich nochmal zurück, würde ich sagen. Weil die Kiste würde ich auf jeden Fall leer räumen wollen. Und ich glaube, ich werde einfach eiskalt alle... Ich fliege hier noch einmal außen rum. Alle Schiffe markieren, weil ich wahrscheinlich die Mikrochips daraus raussaugen werde. So, einmal einmal Eisen bauen. Ja, wir fliegen ja gleich nochmal rein. Wie schön das jetzt hier ist. Das ist so... weniger beängstigend, sage ich mal. Als noch zu Beginn des Spiels. Ist natürlich immer grundsätzlich sehr unrealistisch, aber... dass dieser Prozess so schnell ist. Oh, ich bin Titan. Fuck. Ich dachte, ich hätte noch einmal Titan. da. Ja. Ja. Ja, ich freue mich richtig darauf, wenn ich einfach 1000 Teleporter baue. So, einmal Eisen noch, bitte. Und... So. Fliegen nochmal dort zurück und holen dann nochmal das Haus. Dankeschön für 24-Hundert, by the way. Eine nette Subung. Wie geht's denn? Oh, aber mir ist egal. Hallo! Das ist ja sehr nett. Ich habe leider kein Essen dabei. Gibt's ja noch Fische. Also, ich habe später tatsächlich Tiere, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich Tiere so habe, wie... wenn man sich das vorstellt, wie so ein Mount. Aber... Ja. Ein paar Tiere. Also, so Insekten haben wir jetzt und die nächste Stufe ist dann auch quasi Tierverteiler. Aber ob dann jetzt hier Tiere rumlaufen. Also, ich habe jetzt Schmetterlinge gesehen. Schmetterlinge und Bienen habe ich auch schon selber gemacht. Aber mehr bisher noch nicht. Ich verhungere auch bald. Ich glaube, wenn meine Hoffnung ist, ich gehe jetzt in das Schiff da rein. Ist das eine Kiste? Nee. Ich gehe jetzt in das Schiff da rein. Und dann liegt da noch was Nahrungsmessiges. Das ist so mein... mein Plan. Und dann schauen wir mal. Donk. Ja, almost. Wenn ich esse, ich so eine Larve. Kann ich die Larven essen? Das ist ja eigentlich worth... Ist alles gut, aber... Ist nicht... So gut. Wow. Wow, wow, wow. Warum ist er so groß? Das ist so G-Set. Da ist es eine normale Wende. Ist nicht eine zum Anklicken. Okay, also da gehen wir gleich hin. Wir bleiben noch in der unteren Etage. Weg, bitte. Das ist die Kantine. Ich sehe nichts zu essen. Ah, Scheiße. Da müssen wir doch in die erste Etage. So, das sind Computerchips. Da. Nein. No. Aber das ist wichtig. Okay. Das ist der Schlafraum hier. Oder der... Weltraumreiseraum. Ich weiß auch nicht, wie schnell ich tot bin. Wenn ich verhungere. Und hier müsste ich theoretisch noch ein Bonfire setzen. Ich glaube, das mache ich, bevor ich tot bin. Nein. Da lag noch eine Kiste. Nee, ich glaube nicht. Oh, das ist so ärgerlich. Na gut, wir gehen jetzt raus und bauen jetzt noch ein Bonfire. Und dann... gehen wir zu den Gräbern. Scheiße, ich will verlaufen. Oder? Nee. Wir gehen da noch mal rein. Keine Sorge. Ich meine, ich könnte in 400 IQ-Play machen. Und ganz schnell noch so ein... So ein Ding bauen. Und dann wächst das Ding vielleicht schnell genug. Ah, ich kann was auch nicht. Vielleicht wächst das ja noch schnell genug. Wir gucken einfach mal. Da kann ich schnell den Pilz essen. Aber wir können auch mal in die Kantine gehen, ja. Können wir mal ganz kurz reingucken. Weil trinken ist kein Problem. Trinken ist der hier. Trinken habe ich mir hart erarbeitet. So, hier sagt jetzt noch eine Kiste, oder was? Da. Sie ist da gewesen. Sehr gut. Sogar mit dem Bauplan. Auf euch ist wie immer Verlass. Aber... Tag schneller. Das tun wir erst bei 39. Wir brauchen noch einen Schlag. Wir gucken einfach mal, ob der schnell genug wächst. Ist ja viel getan. Brauchen wir Eisen. Blauen Sofa gegenüber. Okay, gucken wir auch gleich. Da haben wir ja Platz im Moment. 39% war auch actually sehr fast. Ich weiß bloß nicht, ob ich den Pilz essen kann. So einige Sachen sind mehr so zum Craften da. Terra Token. Was sind Terra Token? 46%. Es geht leider nicht schneller. Ich würde ja gerne den Dünger essen. Es wächst noch nichts. Machen wir noch schnell so ein Ding. Silizium und Aluminium. Habe ich da was gehabt? Aluminium habe ich. Silizium habe ich leider nicht. Ich habe keine HP mehr. I'm dead. Viel Zeug. Oh, ich bin ja hier. Ich bin jetzt in Panik geschoben. Aber ich starte ja actually hier. Perfekt. Deswegen immer ein kleines Haus bauen. Da bin ich. Sehr gut. Dann bauen wir das Ding auch ab. Und machen das dahinter. Und holen wir noch ein bisschen Eisen. Ich meine, wir werden jetzt immer noch ein Problem haben. Aber wir können ja hier noch so ein Pflanzending bauen. Würde ich sagen. So, wir machen erst mal hier noch mal den Beacon. Wie ihn sagt. Äh, Schiff. Ist das ein Schiff? Ja, wir machen mal Schiff. Dreieck ist. Warung niedrig. Ja, das ist also... It is what it is. Oh, Wasser. Kann ich die Larven essen? Nee. Also, ich würde es tun. Ich wüsste jetzt bloß nicht, wie man giftige Larven erkennt. Aber I would do it. Okay. Also. Wir waren in der Kantine. Wir waren hier noch nicht oben. Bauen wir das Ding trotzdem mal ab. Wir waren bei der Kantine oben in der Hoffnung, was zu essen zu finden. Diese Hoffnung wurde brutal erschlagen. Das ist eine sneaky Kiste. Aber die haben so viele Baupläne. Wir müssen auf jeden Fall zurück zur Bait. Die Baupläne sind ja kompletter Ind. So, das machen wir hier runter. Okay. Da oben waren wir jetzt auch schon komplett, ne? Aber ich gucke nochmal. Wrack könnte man das nennen. Ja, Wrack ist vielleicht gut. Ich müsste die alle oben nicht beschriften. Und das ist auch eine Neuerung, die es vorher meiner Ansicht nach nicht gab. Ich weiß, dass ich mir... Ich habe ein grünes Signal gemacht für Uran. Na, und sowas. Ich habe mir da quasi bestimmte Farben für etwas ausgewählt. Das sind alles Computerchips später. Aber das kann ich jetzt nicht machen. Das hier wird... Da werde ich mich komplett durchfressen müssen. Das ist die kleinste Kiste der Welt. Hier gibt es noch mehr. Okay, die muss ich dann alle abfarmen. Ich denke mal, dass ich jetzt auch die entsprechenden Baupläne auch bekommen habe, um die Chips... Abzugrasen, oder? Jetzt habe ich auch alles gesehen, oder? Ich war gestern viel zu lange nach Hause. Aber was ist los? Ich habe auch noch Gebrauch, gehe ich einschlagen. Aber... Mir soll man sich ja auch kein Vorbild... Entschuldigung. Ich muss kein Vorbild nehmen. So, Vorbild für you, Gaming. Okay. Gut. Es geht los. Wir nehmen die wichtigsten und aufwendigsten Sachen mit. Wir werden da natürlich dann nochmal filtern. Wir müssen nochmal filtern. Mutagene sind auch sehr anstrengend. Und das ist auch sehr anstrengend. Weil das sind diese komischen Hängepflanzen, die ich nicht... Die kann ich selber anbauen. Und Baupläne sind auch weird. Weil Baupläne haben die Problematik, dass ich nicht lesen kann, was an dem Bauplan ist. Ich lasse mal die Superlegierung hier und nehme mal die ganzen Raketen mit. Weil die Raketen führen jetzt dazu, dass wir... Wir haben jetzt eine Atmosphäre und ich glaube, das ist schon sehr geil. Wir gucken mal, was wir noch brauchen. Weil die... Also Raketen sind dumm wichtig. Noch nicht viel. Ja, vier ist zu viel. So. Ich esse jetzt einen Pilz. Er ist immer noch nicht fertig. Rein und Spitzeln. Na gut, auf den warten wir noch. Eisen lassen wir hier. Das sind so viele Free Materials. Das ist ultra geil. So. Das hier ist das Wichtigste. Guck mal. Ich könnte jetzt schon einen bauen. Wait. Wait. Warte mal. Wrack. Boah, welches Wrack ist denn das? Auf dem Wasserfall ist noch mehr. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf tue? Aha. Sehr gut. Logik. I love Logik. Okay. Super Legierungsstab. Habe ich jetzt natürlich nicht. Aber das habe ich. Und Super Legierungsstab konnte ich mir ja machen mit extrem viel Legierung. Kann ich jetzt diesen scheiß Pilz jetzt endlich essen? So. Perfekt. So. Wir teleportieren uns dann wieder hier hin. Ich komplett oben bin. Das machen wir dann danach. Da hoch. Da hoch ist es schwer. Na gut, wir gehen jetzt dorthin. Und dann wird nur noch geteleportet, Leute. Weil wir müssen die ganzen Materialien das mal rausholen. Dann muss ich nochmal UC Eisen holen, um in der Base ordentlich Ordnung zu machen. Weil ich habe jetzt einfach 740 Raketen gefunden. Und ich glaube mit den ganzen Raketen. Gibt es irgendwo eine Anzeige, wo ich meinen Multiplikator sehen kann? Das wüsste ich gerne. Leute, ich brauche eine Anzeige für den Multiplikator. Und dann muss man quasi überlegen, okay, was ist jetzt als nächstes wichtig? Das ist ein bisschen Balladro. Teleportieren ist übel geil. Das ist auch, finde ich, besser gemacht. Und sinnvoller platziert. Zum Beispiel bei Subnautica hätte ich das, glaube ich, nicht so geil gefunden. Da gab es natürlich auch Portale. Aber. Lol, ich bin wieder am Anfang. Das war meine erste Base übrigens. Die ist jetzt unter Wasser. Der Base geht es nicht mehr so gut. Oder? Ich glaube, die ist komplett im Arsch jetzt, ne? Das sagt einem das Spiel natürlich nicht, ne? Man landet irgendwo. Ich glaube, es ist da hinten, ne? Erste Base von jedem landet unter Wasser. Ja, das ist meine erste Basis. Die Windräder gehen auch nicht mehr. Da habe ich mir noch Mühe gegeben. Aber die ist leider... versenkt worden. Geil, das aussieht, man. Dass hier noch diese Korallen und so kommen. Nur Wärme gibt es auch in der Höhle. Vor allem mit Besakas. Aha. Ich dachte schon, das ganze Harz... Äh, Harz, sagst du. Das ganze Eis ist schon geworden. Aber anscheinend noch nicht. So, das war dann meine zweite Base. Oh. Das war hier dann die zweite Base. Hier noch sehr viel Müll, tatsächlich. Auch schon meine erste... Nahrung habe ich hier, glaube ich, angebaut gehabt. Genau. Hier kann ich noch irgendeine Pflanze noch rein. Aber das waren... Waren das Unterwasserpflanzen? So, bin ich echt irritiert, was ich hier gebaut habe. Weil das ist ja Quatsch. Doch. Ne, ich bin einfach dumm. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich habe die hier alle rausgenommen. Ich kann jetzt leider nicht lesen, was da steht. So, ich hole mal kurz mein Frühstück, während hier die Welt untergeht. Okay, ich bin gleich wieder da. 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 Okay, ich bin gleich da. I should have known from the start Ah Leute, die kann man so niedlich sein Luke kommt dann immer zu mir Papa, hochgehen Papa, hochgehen So süß Die Pflanzenröhre macht halt ultra wenig Sauerstoff Deswegen benutze ich die nicht Ich weiß warum Das ist quasi Verschwendung Also wir haben jetzt hier, pass auf, guck mal Das ist die Pflanzenröhre Die macht 12 Sauerstoff pro Sekunde 1,2 pro Sekunde Die macht 13 Und dann aber, wenn du die Hi, Plumse Dann aber, wenn du die verteilst Macht das statt Also wir müssen uns vorstellen Das macht jetzt 350 Und 325 Was ist dann quasi noch mehr Hey, kleine Plumsbiene So Oh, du hast zwei Bananen dabei Zwei kleine Bananen Na gut So, du hast gesehen, dass ich den Yoga dabei habe Seien wir doch ehrlich Kleine Malumse Du willst doch Du willst das Pferd sehen Ja, das verstehe ich Aber wir sehen uns hier den Wald an Mal um einen Wald Hier ist ein schöner Wald Hier ist ein schöner Wald Und eine coole Station Eine coole Raumstation, Malou Wann hast du das letzte Mal Eine coole Raumstation gesehen Oh, da ist sogar Actually Ordnung Eigentlich kann ich sogar das hier rausnehmen Hier gab es glaube ich Oh Ist die Banane runtergefallen Da ist die Banane Die ist aber schmierig So Also wir brauchen Malou, wir brauchen Superlegierung Okay Okay, wollen wir Wollen wir eine Superlegierung bauen Ja Lelelelelelelelele Du willst einen Joghurt, ne? Du guckst die ganze Zeit darüber Was ist mein, oder? Hallo, ich tracke doch meine Kalorien Da komme ich hier nicht auf die Proteine Und dann Was haben wir dann? Einen Albtraum haben wir dann Einen Albtraum So Du willst das Pferd sehen? Ich habe hier leider keine Pferde Ich habe hier Ich habe hier eine Biene, Malou Möchtest du mal eine Biene sehen? So Ich habe hier noch keine Energieprobleme, oder? Da, Malou Schau mal Ich zeige dir jetzt eine Biene Hier, guck mal Hier, Honig Da Ganz viele kleine Bienen Die sind noch goldig Goldene Bienen gibt es hier Eine Biene Oh, nochmal Noch mal Biene sehen Noch mal Biene sehen Da 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 ist eine größere Ist vielleicht eine König Oh, ich habe sicher Hunger Muss das essen Ein Charakter muss essen Du hast doch schon gefrühstückt, Mann Ja, warte mal Warte mal Kleine Mausi Ich esse jetzt einen Kürbis Kleine Maus Kommt groß raus Dann müssen wir wieder anfangen Lieder zu singen, Leute Fidi ralala Fidi ralala Fidi ralala Lala So, was haben wir denn hier? Abbaugeschwindigkeit Okay Ja, einige Seht ihr das? Einige Baupläne sind sehr alt Bewegungsstiefelstufe 2 Und Kompass Na gut Joghurt Die Malou möchte den Joghurt So, wir haben schon Stufe 3 Und Stufe 3 Willst du das Pferd sehen? Na gut Noch mal ganz kurz ein Pferd Okay, ich speichere mal Und dann gehen wir ganz kurz Die Pferde uns angucken Okay Aber nur ganz kurz So, schau mal Da sind die Tiere Oh, da ist es Stimmt's? Was ist das? Ein Pferd Ein Pferd Und was ist das? Ein Fisch Ein Fisch Und was ist das? Das ist eine Grille Eine Grille Eine Grille Und wieder gewonnen Juhu Juhu Und jetzt Es ist ein Fisch Es ist ein Fisch Irgendwie Aber wir würden sagen Das ist ein Delfin Und ein Delfin macht Das ist ein Delfin Das ist ein Delfin Das ist ein Delfin Das ist ein Delfin Und das ist ein Delfin Das kann nur der Papa Der Rest ist dazu nicht in der Lage Das wäre zu krass Bläh, 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 bläh Bist du eine kleine Bläh, 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 bläh Ein Hund Guck mal, Malu Da Ein Hund Und das hier Weißt du, was das ist? Das ist ein Dodo Das ist ja eine Diamond Zone Malu, sag mal Dodo Malu, ein Dodo Du machst du Joghurt an das Mike Wenn du da dein Gesicht rein donnerst So, du hast noch mehr Joghurt Du bist eigentlich nur wegen dem Joghurt hier Mann, 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 Mann Diese kleinen Kinder Meine wichtigen Ich habe Jesus Schaut Das war ein Fehler Biene Biene Oh, vielen Dank Für eine Bombe Das ist sehr, sehr freundlich Was ist das für ein Gott? Da ist der Salat Aber es ist eigentlich nur ein Apfel Das ist Maxim Meine kleine Malu Das ist eigentlich nur ein Apfel Und dann steht Schule hinter dir Apfel Oh Nochmal Das ist schlau Tja Mach's dir heute raus Nochmal 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 Ein kleiner Löffel Ein kleiner Löffel Mödig Mal Bonk Haha Salat Salat Hübsche Malou Das ist ein Salat Da Steht doch da Schüssel mit Salat Oh, das ist ungericht Oh, das ist ungericht Eine Schüssel mit Salat Oh, das ist ein viel zu großes Känguru 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 Malou Kennst du schon das Känguru? Känguru 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 Ich muss uns returned Känguru 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 Mihri Känguru 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 Kannst du das schon? Salat! Du liebst den Salat. Ich mag Salat auch. Ich mag Salat auch. Petschi! So. Du bist jetzt mal da nach oben. Da! Halt! Oh, Pinguin Bär doch! Grausamer Kampf. So. Also das sieht alles nicht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ich muss es so machen. Das Pferd. Oh, die Katze ist gut. Die Katze, glaube ich, statt der Ente und dann backen wir uns bis zum Mond. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ein Affe? Ein Affe, genau. Das ist ein Affe. Der Affe macht. Das ist so. Das ist so. Das ist das. Ein Affe. Ein Affe. Genau. Ein hübscher, kleiner Affe. Diese fiese Schlange. Eine gemeine Schlange. Macht die Schlange und streichelt ihr die Wange. Oh, nicht sagt der Bär. Das ist bestimmt viel mehr. Okay, das war die letzte Scaling Runde. Nochmal Salat. Es ist hier sehr viel Salat. Oh, der ist alle. Der ist alle. Affe ziehen. Affe ziehen. Da sind die Pferde. Eine kleine Pferde. Eine kleine Pferde. Eine Pferde. Ein Affe. Ein Affe. Ein Affe. Wie macht der Affe? Muuu. Was? Muuu. Nein. Der Affe macht. Muuu. 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 Oh, du spielst mit dem Controller. Ja, aber frech. Komm. Hallo. Hier stehen 9-1. Wir haben fast gewonnen. Wie eine Katze. Auch eine Melone. Ah, Pizza. Pizza. Okay, also ist winnable, Leute. Ist winnable? Ja, gerade wegen sowas. Nein! Ballon. Oh, nee, noch nicht. Ha! Malou, schau! Gewonnen! Wir haben gewonnen! Juppie! Juppie! Prima, prima! Prima, prima, prima! Freust du dich, ha? So, jetzt tschüss. Papa muss arbeiten. Aber du bringst der Mama die Schüssel. Da. Bring das mal der Mama. Das ist nämlich alle. Alle. Danke, Malou. So. Wieder mal ein easy win. So. Kinderarbeit. Korrekt. Wir sollen früh lernen, wie die Welt funktioniert. Und ich mache jetzt noch ein Käppchen. Ich bin ja groß und alt. Optimale Voraussetzungen. French Press. Planet Crafter wieder an. Wir gehen rein. Wir nehmen Kaffee. Das ist leider nicht mein Präferierter. Aber man muss immer das Beste machen. Aus der Situation. Und wenn ich Kaffee geschenkt bekomme, dann kann ich leider nichts wasten. Ich hasse es, Lebensmittel zu wasten. Da kriege ich richtig Wut. Deswegen mache ich das so wenig wie es geht. So. Also wir haben Durst. Hier gibt es Trinken. Wir trinken direkt aus dem Schrank. Wie in einer Wending Machine. Gut. Dann brauchen wir ganz viele Teleporter. Ich werde jetzt mal unfassbar viele Teleporter bauen. Weil es mir so auf den Sack geht. So. Super Legierung. Haben wir einen Super Legierungsschlag hier. Also wir machen hier das rein. Da oben kommen diese Muttergene und so hin. Deine Muttergene. Und hier haben wir noch diese Kleinpflanzen. Das sind übelgute. Die haben 300% Sauerstoffmultiplikator. Aber 300% von übelscheißes, übelwenig. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Nicht meine Regel. Aber it is what it is. So. Das ist übrigens ein übelst gutes Feature. Dass wir jetzt diese Instant Einsamung haben. Das ist sehr gut. Okay. Es geht los. Warte. Wir machen das hier. Das ist die Base. Oh mein Gott. Was sind Ladezeiten? I don't know. Ist das ein Traum? Ist das ein Traum? Ist das ein Traum? Hier sind viel zu viele Auberginen drin. Okay. Sowas kommt hier noch rein. Ich kann doch schnell die Larven erforschen. Wir brauchen eine gemeine Larve, Mutagen und Dünger. Also. Dünger ist hier. Eine gemeine Larve ist hier. Und der Mutagen ist da. Bam. 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 Dann haben wir hier wieder EBS 4 Auberginen. Und der Rest muss glaube ich runter. Ja. Ich muss eigentlich mal so eine Leiter bauen. Aber ich habe keinen Bock. Ich finde so mal ein paar Treppen steigen. Im Alltag ist auch nicht schlecht. So. Wir machen jetzt hier so eine etwas neue Ordnung. Und zwar die Uranstäbe sind tatsächlich aus Uran. Das heißt aber, dass wir die auch gut einordnen können. So. Das blaue Zeug habe ich extrem viel. Ich weiß nicht warum. Das ist derselbe Entwickler wie Subnautica. Nein. So. Wir haben jetzt diese Osmiumstäbe. Ich dachte wir machen mal zwei Stück davon. Weil meine Vermutung ist, dass wir die bald übelste Sorte brauchen. Wir haben davon ja eigentlich viel. Viel Zeug. Gut. Wir rennen nochmal hin und her. Boah. Boah. Ich dachte Teleporter. Ich habe mich jetzt sofort in den verliebt. Oh boy. Der ist halt super wichtig. Boah. Wir machen jetzt richtig viel davon. Also. Das Stäbchen kommt mit. Bei dem weiß ich nicht. Was ist das? Soll? Stickstoffkartusche. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal verwendet habe. Wann und wozu? I can't tell. So, jetzt brauche ich eure Hilfe als nächstes. Und zwar, guckt euch das mal an. Wir haben hier die Anzeige, wie schnell wir Terraformen. Wir haben hier Plus und die müssen wir mal sagen, wo kann ich sehen, wie viel Raketen, also Multiplier, ich habe. Weil ich habe jetzt gerade übel viel Raketen eingesammelt. Und meine Idee ist quasi, du kannst ja Pflanzen und sowas bauen. Was sehr cool ist. Und du kannst Wärme produzieren, du kannst Druck produzieren und du kannst das alles verzehnfachen. Es gibt einen Bildschirm dafür. Okay, das heißt, den muss ich noch irgendwie an die Wand bringen, sagt ihr. Das gucke ich mir jetzt an. Oh, sorry. Okay, guck mal hier. Also wir brauchen noch mehr Atmosphäre. Dann kriegen wir Fische als nächstes. Das ist unsere Energie. Es ist sehr wenig bei der Wave. Wir müssen wieder neue machen. Wir müssen wieder neue machen. Look at this fucking Teleporter. Der ist übel am Arbeiten. So. Okay. Wie heißt dieser Bildschirm, Leute? Wir haben den Biomasse-Bildschirm. Den haben wir noch nicht. Die Teilinformationen bin ich mir auch nicht sicher. Monitor-Energie-Verbrauch. Den haben wir. Also das haben wir und das haben wir auch. Stimmt's? Der hier ist doch das hier. Safe. Das heißt, wir machen mal noch den. Ja, der sieht doch schön aus. Kann ich den so an die Wand bringen? Leute, wie bringt man den an? Scheiße, wie mache ich das? Hä? Ah, uh. Sehr dünne Wände. Okay. Gut. Also, Insekten. Wir haben mittlerweile 60 Kilo Insekten. Pflanzen sind wir schon im Tonnenbereich. Okay, also das sieht gut aus. Das muss ich mal anfangen hier. Das sieht gut aus. Das müssen wir mal neu machen. So. Guck mal. Also hier ist unser Strom. Und jetzt gibt es noch einen Bildschirm. Der hier. Jetzt gibt es die Orbitale-Information. Das heißt, ich brauche einen Kompass aus dem Jungen. Und dann, äh, habe ich nicht noch einen Kompass irgendwo übrig? Ja, ich bin ja actually übrig. Das ist ein ganz kleiner Bildschirm. Jetzt tun wir hier unten. So, aha. Guck mal. Ich habe schon ein paar Raketen hoch gejated. Wir brauchen mehr GPS. Heißt das, bei GPS haue ich einfach GPS-Raketen, äh, äh, Satelliten hoch, ne? Ich habe mir übelst übertrieben mit den Samen. Das ist aber auch für einen Markov bekannt. Und deswegen regnet es hier die ganze Zeit. Okay, wir machen noch ein paar Pflanzen-Raketen, würde ich sagen. Wir machen noch ein paar Pflanzen-Raketen und GPS würde ich auch gerne voll machen. Okay, das gucken wir uns jetzt an. Das Problem ist halt, ich habe die, äh, nicht im Kopf. Ich habe die Sachen nicht im Kopf. Ist hier was drin? Oje, das ist nur ein ganz normaler Verteiler, ohne eine Pflanze. Ja, ich habe halt noch super viele von den alten und schlechten Verteilern, ne? Oder Richtung. Ne, hier, das ist ein guter Verteiler. Genau, der kann so eine extra Pflanze. Das ist so der Stopp-Verteiler. Stopp! Und das Pilz-Bio müssen wir auch noch suchen. Das habe ich auch noch nicht gefunden. So, guck mal her. Also, wir haben hier die Samen-Rakete. Pflanzen. Ich glaube, die schießen die Pflanzen-Rakete hoch. Dazu brauchen wir aber die Lirma-Samen. Jetzt verstehe ich doch, warum ich das nicht gemacht habe. Hast du mit Melenia geschlafen? Wir gucken mal, ob wir die Lirma-Samen haben. Ich weiß nicht, woher ich die bekomme. Weil, 1000% zu den Pflanzen ist ja auch nicht schlecht. Nee, ich muss da hoch, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Wie mache ich denn diese Samen? Guckt mal. Das sind die Verbesserten. Aber wie kreiere ich die? Die kann ich nur finden, oder was? Der spielt ja nicht zwei Stunden an. Nee, nee. Das ist noch vom Early Access. Konnte ich diese Samen craften? Guten Morgen übrigens. Grimewald habe ich nicht gespielt, muss ich sagen. Damit war erst mal viel zu viel auf einmal. Na gut, wir kümmern uns erst mal um das Problem. Wir haben noch einmal Schwarzpulver und machen noch einen Kernreaktor hin. Schwarzpulver ist noch einmal. Dann zwei Stäbchen und dann Wasser, ne? Drei Stäbchen. Drei Stäbchen. Und den hier. Dann Wasser. Wir sind natürlich sehr umweltfreundlich. Wir bauen die Reaktoren einfach ins Freie. Nimm mir ein Reaktor und neben dem anderen. Doesn't matter. Der Symmetrie sucht, wird es nur Schmerz finden. So, ein Schluck muss ich mal trinken. Okay. Also Teleporter wäre so das Nächste. Ach nee, das ist der Kernfusionsreaktor. Der macht ja übel viel Quarz. Das geht nicht. Das geht auch noch nicht, weil ich kann noch keine Stäbe kreieren. Also keine, ich kann noch, äh, die Stäbe kreieren. Ich kann noch nicht. Ich habe nämlich dieses verbesserte Gerät, Leute. Genau. Kernfusionsbrennstoffzelle. Damit mache ich die Schiffe wieder klar. Dann könnte ich das selber craften. Hier könnte ich die Leiter... Oh, das dauert ja noch ewig. Oha. Das ist die Flucht. Das ist die Flucht nach vorn. Das habe ich schon durchgespielt. Ne, Martek. Au. Ja, bei Luftdruck bin ich schon sehr gut. Bei Wärme bin ich auch schon sehr gut. Hier bin ich überhaupt nicht gut. eine Schmetterlingskuppel habe ich doch nicht gebraucht. Aber ist das hier nicht eine? Genau. Hier muss ich aber Schmetterlinge reinmachen. Das weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache. Oder soll die Schmetterlings produzieren? platziere. Ja, die muss ich erst platzieren. Okay. Step by Step. Wir können das noch nicht machen. Das Ding extractet schon sehr fleißig. Davon haben wir ja ein paar. Aber das ist jetzt nicht super nötig. Wir können noch weiter erkunden, theoretisch. Ich brauche aber zum, ich brauche aber eigentlich diesen Warte, wann bekomme ich dieses Gerät zum Abbauen auf Stufe 2? Alter, hier Logistik ist auch geil. Das würde ich gerne wissen. Wenn der Lords guckt, gucken wir auch noch einen. Keine Sorge. So, Biomasse steigt. Wir brauchen heute mehr Insekten irgendwie. Aber mehr Insekten heißt, ich muss irgendwo Schmetterlinge finden. Ich habe keine Ahnung, wo Schmetterlinge herbekommen. So. Machen wir erstmal noch einen Kaffee. Gluck, gluck, gluck. Das sind die Blueprints in den Wracks. Ja, genau. Die habe ich jetzt alle schon durch. Die habe ich jetzt alle durchgeklickt da unten. Ich weiß bloß nicht, ob ich noch was beschleunigen soll. kann. So, wir haben jetzt wieder sehr viel verfügbar. Ich würde eigentlich noch mehr gerne Biomasse. Jetzt brauche ich aus den Raupen in den Kästen. Das Ding, meinst du? Ah, ich habe eine Bienenlarve gemacht. Und dann mache ich jetzt eine Schmetterlingslarve. Das willst du mir damit sagen. Oh, das habe ich noch vorhin schon draufgeklickt. Okay, der macht das jetzt. Und dann mache ich so eine. Oder... Oder... Äh. Das Ding chillt er einfach. So, hochwertiges Essen. Das ist cool. Und das war Schwefel, ja. Okay, hier kann ich nicht mehr wirklich viel machen. Weil diese Limmasamen, die muss ich ja auch irgendwo finden. Das ist noch mal eine alte Welt. Ja, ja. Ich habe... Das konnte man actually neu laden. Was übel witzig war, aber ich bin instant gestorben. Es wurde einfach neu geladen und ich war einfach sofort tot. So, es gibt hier noch seltene Larven. Und dann gibt es ungewöhnliche Larven. Also, ich habe hier noch eine seltene Larve. Also, die sind alle gleich aufgebaut, ne? Genau. Nee, fast. Seltene Larve ist... Bapp, bapp, bapp. Und los geht's. So, jetzt habe ich den Schmetterling dort. Haha. Dankeschön. Gut. Oh, Alter. Das war ein kompletter Jumpscare. Das ist die produktivste Larve, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und plötzlich sind hier einfach 100 Stück drin. Das ist ja ultra albern. Das ist unrealistisch. Aber... Jetzt müsste eigentlich Insektenproduktion... Genau, 50 Gramm pro Sekunde mache ich aktuell. Wir gucken, was passiert, wenn ich noch einen Schmetterling reinmache. Wir gucken, was passiert, wenn ich noch einen Schmetterling reinmache. Weil das Ding ist zur Beschleunigung von diesen Insekten da. So. Ich brauche jetzt bloß ne... ne ungewöhnliche Larve. Aber das hatte ich doch schon. Mir ist so sicher, dass ich schon ungewöhnliche Larven hatte. Da ist sie doch auch. Mann. So dumm. Gute Ordnung, Herr Markhoff. Gute Ordnung. Hervorragend. So. Jetzt gucken wir. Wir waren bei 50 Gramm. Oh, look at this. Alles ist schön. 96. Die haben doch unterschiedliche Stats. Ja, der hat einen höheren Multiplikator. Die Penga. Schmetterlingslarve, Leute. Ist deutlich. Deutlich mehr wert. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen. Ich habe ja noch Raketen. Aber es gibt keine Insektenrakete, oder? Gibt es eine Insektenrakete? Weil ich möchte jetzt wissen, wie ich jetzt das nächste bekomme. Also Fische scheinen anscheinend die nächsten Tiere zu sein. Wie verbessere ich jetzt die Atmosphäre? Leute. Ist Atmosphäre... Äh... Also was muss ich nehmen, damit Atmosphäre schneller steigt? Also Sauerstoff. Also hier steht U2. Ist irgendwie gleichgesetzt. Weil ich muss jetzt quasi wissen, was mein Index da oben schneller erhöht. Weil den Index zu erhöhen ist sehr wichtig. Um hier mehr freizuschalten. Aber wir haben jetzt bald die nächste... Das ist die nächste Mechanik. Dadurch können wir auch das Schiff aktivieren. Pflanzen und Bäume. Sind es Pflanzen und Bäume weh? Weil das ist full, full Sauerstoff. Aber ist das richtig? Weil hier kommt es mir so vor, hier habe ich nicht mehr so viel freizuschalten. Na, und Insekten würden jetzt die Samen hier bringen. Das heißt, noch mehr Bäume. Das ist ja gleich soweit. Und dann auch bessere Bäume. Die nix alle zusammen. Ja, aber ich möchte halt... Ich will wissen, was die größte Steigerung bringt. Und wie spät wir erst Stoff kriegen? What the fuck? Das ist ja super spät erst. Weil Biomasse würde mir jetzt mehr... Genau, die Biomasse bringt aber die Insektenrakete. Da brauche ich aber 17 Kilotonnen. Boah, das ist viel. Insektenrakete klingt ja wie bei mir da. Stimme ich zu. Stimme ich absolut zu. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns erst mal uns die letzte Larve noch an. Aber die steht noch nicht da. Wie viele Prozent die hat? Das ist komisch. Hier machen wir Dünger, Stufe 2. Dann brauchen wir noch Algen und Kürbis. Ah, nee, war das Algen? So. Dann machen wir noch so ein Schmetterlingsding. Dann machen wir das, das. Dann müssen wir auch runter. runter in den Laden hier. Und dann Superlegierung. Davon haben wir noch zwei. Ich finde es irgendwie schön, dass das hier so oben ist. Guck mal, ich habe die nächsten Damen. So, weil die können wir jetzt alle noch erforschen. Können wir die aneinander stecken? Ich weiß nicht, ob das legal ist, wie ich hier die Schmetterlinge baue. Boah, das ist mir auch wirklich Tansilizium. Ja, Tansilizium ist ein Problem, weil Titan habe ich hier von der Brunnen nirgends wo oben liegen. Tansilizium machen wir noch manuell holen. Also wir müssen, glaube ich, zur U-Bon-O-Mine einen Teleporter bauen. Aber wir machen erst mal one by one. Ich glaube, mit dem Titan Zeug kann ich erst mal so filmen. Der beste Bausamen ist in einem Wrack versteckt. Guckt ihr die Wände richtig an. Ne, das Ding ist eher, das muss ich jetzt wissen, kann ich Baumsamen selbst erschaffen? Ich habe ja hier schon mittlerweile richtig große Bäume. die habe ich jetzt hier drinnen und er macht seine Arbeit. Wenn ich sie jetzt hier raus tue, sterben dann alle Bäume sofort. Leute. Ich kann die rausnehmen. Wenn der Baum mal so einmal steht, ist alles cool oder was? Weil das weiß ich nämlich nicht. Ich habe mich aber, ich habe mich aber gerade gestorben. Ich habe mich aber gerade in eine Kiste verwandelt, Leute. Aber die sterben dann. Oh. Okay, das heißt, die sind noch nicht, die sind noch nicht selbstständig. Das ist ja verrückt. Kann es selber herstellen, aber kann ich das schon? Ich kann die bisher nur so Sequenzen machen. Oh. Ah, das geht nicht. Die Seidenraupe. Die Seidenraupe macht mir nachher mit irgendeinem Kackgerät Stoff. Leute, das ist es. Zu 92%. Wie macht man dann irgendeinen Drecksstoff? Schwefel. Deswegen habe ich die Schwefel hier oben gelagert. Diesen kacken Utagen hier. Okay, welcher von beiden war jetzt der bessere? Der hier, ne? Aber ich habe auch gar keine Auswahl, in der Fall. Ich kann die gemeine und seltene Larve benutzen. Aber die seltene ist besser. So. Ich kann das schon in der Pingsölle neben mir. Ja, da kann ich forschen. Ach so. Nee, ich bin dumm. Ich mache das alles aus der Baumrinde. Okay, dann habe ich eine Sache falsch gemacht. So, Holla, du bist ready. Sehr gut. Ich habe eine Sache dann anscheinend schon... Alter, das ist in meinem Discord. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, ich muss mal noch ganz kurz eine Frage aus dem Chat beantwortet kriegen und dann bin ich sofort bei dir. Ja. Leute, wie... Also, guck mal. Ich kann ja aus der Baumrinde und diesen Blumensamen kann ich jetzt krasse Sachen machen. Wie mache ich aber selbst Blumensamen? Das verstehe ich noch nicht richtig. Wenn ihr mir das noch sagen könntet, dann bin ich, glaube ich, gut. Ich habe den Boy hier, aber der ist nicht worth. Aha. Das heißt, ich muss die selber finden. Okay, das ist natürlich ein Nachteil irgendwann. So. Hola. Du hast wenig geschlafen, hast du gesagt. Oh, geht. Hä, fünf Stunden? Boah, das ist extrem. Ja, vielleicht... Na, wobei, vielleicht war es noch sechs Stunden. Ich bin... Ich glaube, ich war nicht unbedingt viel. Ich könnte auch drei gewesen sein, wenn ich ins Bett bin. Okay. Also, es ist komplett die Vereinsor. Are you sure? Ja, ja, hier... Ich mache heute ein Zwölf-Stunden-Stream-Maxim. Das ist ja genau die falsche Kombo. Hä, findest du? Ja, wenig Schlaf, langes Stream. Das ist ungesund. Ja. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich letzte Woche ja auf Messe war und dann gefühlt so wenig gestreamt habe. Aber... Also, ich habe ja trotzdem gearbeitet, aber halt nicht gestreamt. Aber dann fühle ich mich trotzdem schlecht. Gibt es da? Diese scheiß Gefühle, ey. Die helfen nicht. Ja. Aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich so wenig gestreamt habe. Ey, ich habe erst 40 Stunden gestreamt diesen Monat. Das ist schon eine halbe Monat rum. 40 Stunden für den Monat? Ja. Das ist wirklich wenig. Ja, normalerweise ist es ziemlich 200 im Monat. Ja, 40 ist ja eine Woche. Ja, ja, richtig. Also, vielleicht für mich für 40 Stream, für mich ist 50, 60 in der Woche. Aber ja. Das wäre mir jetzt schon wieder zu viel. Also, weil ich noch der ganze... Also, in zwei Wochen ist halt wirklich viel zu wenig. Das stimmt. Stream auch. Ich stream auch nicht. Und mehr. Ich stream auch nicht. Du musst mehr streamen. Hä, aber ich stream doch schon voll viel. Noch mehr. Okay, bin dabei. 12 Stunden heute. 10 bis 10. So, guck mal, ich habe jetzt Kernfusionen super shit freigeschaltet. Nice. Wie lädst du mich jetzt eigentlich ein oder so? Ich habe... Die Überlegung heißt, wie wir es machen. Weil meine Welt ist schon GG. Das ist ja... Wie man sich vorstellen, das ist ja ein Placement. Planet Crafter gibt uns ja die Möglichkeit, hier das Game euch zu präsentieren. Du hast ja auch schon den Commander, ne? Ausrufezeichen Planet Crafter. Richtig. Kommt im Chat einen bezaubernden Link und kommt zu den Games. Das Game ist schon länger da. Ich habe hier natürlich schon... Ich konnte den Spielstein übrigens vor 100 Jahren für diejenigen, die sich fragen, kann ich den einfach so benutzen? Die Antwort lautet einfach ja. Also, ich bin nur... Ich bin nur sofort gestorben. Ich bin in meiner alten Base gespahnt. Funfact, deine erste Base, die du dir aus Instinkt an einen Ort baust, wo du dich wohlfühlst, ist nicht gut. Okay. Du wirst dort sterben. Na, du wirst dann dort ertrinken. Aber das ist nicht schlimm. Das passiert den... den... den Besten. Und die Überlegung ist jetzt, dass wir einfach eine... in deine Welt gehen und nochmal den Anfang sehen. Weil ich... habe mittlerweile eine Atmosphäre und einen blauen Himmel. Ja, also fände ich cool, so den Anfang zu sehen, weil ich... Also, ich kenne das Spiel gar nicht. Ja, deswegen. Also, ich würde... Aber wir dürfen da nicht durchrennen. Ich muss das erkunden. Ja, ja, ich bin... Ich bin einfach nur ein Materialsklave. Weil das Ding ist halt, es wird hier sehr viel... Es gibt sehr viel Material, was man... Also, am Anfang ist es sehr grindy und jetzt auch noch. Also, ich habe jetzt erst Teleporter freigeschaltet, dass ich mich zwischen den... den Minen und so... in Minen, Anführungszeichen, hin und her porten kann. Und die haben halt die Neuerungen reingebracht, dass man jetzt anscheinend auch später so Automatismen freischalten kann. Was cool ist, weil dann hast du mehr Zeit für Exploration. Okay. Exploration macht halt viel Spaß. Erstelle ich eine Welt. Was für einen Modus wollen wir spielen? Entspannt, normal, intensiv, hardcore, kreativ? Ich habe normal genommen, weil ich da, glaube ich, noch ein bisschen ausverleitet damals. Okay. Deswegen... Hardcore ist wahrscheinlich auch tödlich. Also, jetzt ist Sterben nicht so schlimm. Aber ich weiß noch nicht was... Hier, Hardcore ist... Hardcore ist Sterben, Sterben. Intensiv ist, du stirbst dein Inventars weg. Ah, ja. Jetzt sind... Jetzt verwandeln wir uns nur in eine Kiste. Na, wir können intensiv spielen. Also, das ist dann nur ein kleiner Unterschied. ja. Man muss halt... Man muss halt am Anfang... Naja, man muss halt am Anfang sehr viel um den Sauerstoff spielen. Mhm. Sauerstoff und kleines Gepäck. Wir können auch normal spielen. Können auch normal machen. Also, mir ist Wurst. Das ist halt nur... Also, ich fand es jetzt convenient, doch normal zu spielen. Okay. Weil dann habe ich mich halt nur in die Kiste verwandelt, wenn ich tot war. Und man kann auch noch ganz viele andere Sachen machen. So, kostenloser Aufbau, alles freigeschaltet, Autoherstellen freigeschaltet, Drohne freigeschaltet, Erdsextrakton freigeschaltet, Weltraumhandel freigeschaltet, Teleporter freigeschaltet und Erdseil randomisieren. Okay, die Einstellung gab es alles noch nicht, als ich das schon wieder habe. Ja, gibt schon einiges. Weil ich glaube, das satisfieende Gefühl, diesen Handel erst freizuschalten, anstatt nicht von Anfang an dabei zu haben, ist, glaube ich, besser, wenn es für einen ein neues Spiel ist. Wenn man es schon kennt, dann verstehe ich das, dass man das später nochmal, also das Spiel einfach anders startet, weißt du? Mhm. Okay, dann erstelle ich das jetzt und, äh, fahrt rein. Ja, mach das mal. Ich gucke mal, ob ich ein paar Sachen mitnehmen kann. Weil ich weiß noch nicht, ob ich auf mein Charakter quasi geladen würde. Das wäre sehr geil, wenn die meinen Charakter laden würden. Weil dann hätte ich schon ein übelkrasses Gier. Ja. Dann müsste ich nicht so, also dann wäre ich eine bessere Arbeitsmaschine für dich. Okay. Ich bin gespawnt. Okay, dann mache ich jetzt speichern. Gehe zurück. Auf dem roten übernehmen. Und dann kannst du, glaube ich, Escape drücken und mich einladen. Freunde einladen. Maxim. Boom. Boom. Wie starten. Soll, ah, hier steht, ich soll einen Rucksack herstellen. Ich bin nackt. Ausrüstung und Sauerstofftank. Mikrochipkonstrukte. Okay, hier ist herstellen, da ist eine Kiste. Und das ist ein Sitz, den ich nicht sitzen kann. Und ich habe Nachrichten. Maxim, wir haben Post. Ja, lies mal vor. Also ich muss sagen, diese kleinen, also wenn es noch Sprachnachrichten wären, wären noch geiler. Ja. Aber diese Grundidee ist sehr wichtig. Ja, es ist nicht schlimm. Ich kann auch vorlesen. Wir sind jetzt Streamer. Das stimmt. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Meine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu Sauerstoff, Wärme und Luftdruck. Erreiche zuerst 175.000 Token und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Sentinel Corp, Jahr 3058. Ja, okay, noch gut. Ja. Hab ich gut vorgelesen, ne? Du kannst das auch gut. Kann ich das gut? Tonung war auch. War gut. Überragend. Sie hat frei gesprochen und auch Bilder benutzt. Okay, also ich muss einen Rucksack herstellen. Das ist ein Rucksack. Ich brauche zweimal Eisen dafür. Genau. Und Sauerstoff brauchen wir Kobalt, Eisen und Magnesium. Und wenn ich hier rausgehe, geht mein Sauerstoff runter, richtig? Genau, aber es ist am Anfang noch ertragbar, muss man sagen. Also es geht nicht so schnell runter, wie ich zuerst dachte. Das weiß ist Eis, das hier ist Titan. Kobalt. Kobalt brauchen wir für Zeugs. Genau, am Anfang brauchen wir so ziemlich so ziemlich alles. Aber du musst halt gucken, dein Inventar ist halt sehr, sehr eingeschränkt. Also die größten Freudensprüche kommen immer wieder bei Hey, ich hab mir ein Inventar freigecraftet. Ich hab mich fast verlaufen. So, genau. Wir haben noch keine Base-Markierung. Also muss ich jetzt actually merken. Boah, ich hab keinen Düsenantrieb. Das ist so komisch, weil ich die ganze die Leertaste spanne. Okay, mir fehlt noch Eisen. Und es wird dunkel. Oh, es wird dunkel. Der Rausch ist gefährlich. Ich hau die Eisen in die Kiste da. Wo hast du Eisen gefunden? Ich hab dir jetzt einmal Eisen da reingeheatet. Ginesium brauch ich. Also was hier manchmal passiert ist, also die Plane ist wirklich ultra dead, aber Kometen kommen manchmal runter. Ja, ich hab jetzt einen Sauerstoff. Ist der direkt ausgerüstet? Nee, den muss ich noch ausgerüstet. Genau, drückst du so einen komischen Strich da noch. Titan. Eisen. Sieht aus wie Titan, aber in Glitzernd. Genau, es hat noch so einen Glitzerstrich. Geil, aber es ist auch ähnlich zu Silizium. Na, Silizium ergänzt dann, dass es irgendwann super dunkel ist. Genau, die Kisten sind quasi so kleine Stopp-Booster. Das sind sehr, du wirst sehr viele Kisten finden. Was aber extrem nützlich ist. Und später spielen Kisten eine noch größere Rolle. Also Kisten werden immer einen Freudentaumel in die auslösen. Nice. Wo ist Magnesium? Da. Was ist, wenn ich null Sauerstoff habe? Dann sterbe ich instantly, oder? Krieg ich damit damage? Es wird so langsam dunkel und dann verwandelst du dich in eine Kiste und spawnst da beim nächsten Gebäude, würde ich mal sagen. Das nächste Mal dort, wo du Sauerstoff herkommen konntest. Ja. Und im Prinzip ist ja hier unsere kleinen, also ich meine die Tür ist offen, aber das Ding produziert so heftig Sauerstoff. Ja, 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 ja. Das will ich mal ersticken. Brauchst du noch was? Ja, ich hab noch. Nee, ich hab jetzt alles noch so die Taschenlampe. Okay. Die brauchen wir nicht. Ach, du hast hier schon Mikrochip-Konstruktion und Mikrochop-Zidney. Okay, zerlegen. Du hast schon diese Chips dann? Genau. Aber die sind halt, also der Bauchip ist auf jeden Fall worth. Du kannst ja quasi mit dem Mausrad die Funktionen durchgehen von deinem Scanner. Und dann kannst du dann Q drücken und dann anfangen zu bauen. Die Frage ist halt, ob wir also sagen wir mal so, ich habe meine Base am Anfang hierhin gebaut und das ist jetzt ein leichter Spoiler und wie gesagt, jeder hat diese Erfahrung gemacht. Aber ich kann dir sagen, wir sind in einem See. Okay. Der noch nicht da ist, aber er wird kommen. Aber wir können auch gerne die Base woanders hinbauen. Das können wir machen. Ich brauche noch diesen Bauchip. Ich brauche noch Silizium. Genau, notfalls kannst du dir auch noch, wenn du keinen Sauerstoff hast, noch rechtsklick draufdrücken, wenn du Tab drückst. Du hast ja ein paar Kapseln dabei. Da kannst du dir noch den Sauerstoff reinballern für eine längere Tour. Kann ich mir irgendwie anschauen, wie viel ich brauche noch? Also was ich nicht habe an dem Staff? Was zu bauen? Genau, sowas zum Anpinnen, das kommt erst später. Ich glaube, das ist auch neu, aber das konnte man sich dann irgendwie freischalten. Nicht schlimm, ich habe es mir gemerkt. Weil ich bin ja ein Gigabrain. Genau, also du kannst ja das mal auswählen. Komm mal kurz raus. Wir haben jetzt quasi zwei Points of Interest, würde ich mal sagen. Da oben, da ist ein Wrack. Ja. Das ist erkundbar. Wracks sind sehr wichtig, weil in dem Wracks steckt Technologie drin. Du kannst dann quasi später, so ein Gerät, drück mal Q, du hast dann quasi drei Bildschirme. Du hast Energie, das haben wir noch gar nicht. Dann haben wir Bildschirmbaupläne. Das Ding kannst du mal bauen. Ich glaube, der wird nicht angehen, weil wir noch gar keinen Strom haben, aber probieren einfach mal. Was soll ich bauen? Genau, Bildschirmbaupläne heißt der. Ich mache mittlerweile mal eine kleine Windkraftanlage, damit der Bildschirm nicht sofort ausgeht. Hier auf den Boden einfach. Ich glaube, du musst den Indoor bauen. Gucken, ob das hier drin zu bauen geht. Kann auch sein, dass es nicht geht. Hier drin geht, aber draußen geht. Ach, draußen geht. Aber auch draußen. Das ist ja alber. So, und jetzt kannst du sehen, dass uns alles fehlt. Geil. Aber wir können quasi einen Fokus drauf legen, ob wir halt schneller Luftdruck, Wärme oder Sauerstoff produzieren wollen, weil das natürlich Tech-Tree-mäßig, du siehst ja quasi, was wir dann nach und nach freischalten und was für uns theoretisch eine Prio sein könnte. Das heißt, also wir werden eh alles brauchen und es gibt auch so Geräte, die zum Beispiel mehrere Sachen auch machen. Also wenn du so einen Bohrer, glaube ich, baust, macht der Wärme- und Luftdruck. Und jetzt musst du halt quasi gucken, also ich glaube, ich habe mit Sauerstoff gerne gearbeitet, weil das uns halt super krass einschränkt. Das macht quasi das Spiel langsamer. Das heißt, wir können jetzt drei Gebäude aktuell bauen, die was machen. Wir können so eine Pflanzenröhre machen. Die macht ohne Pflanzen tatsächlich immer noch ein bisschen Sauerstoff. Aber es ist wirklich so wenig. Das ist 0,09 pro Sekunde. Das ist ja ultrascheiße. Aber ich glaube, wir müssen es trotzdem machen. Und dann haben wir hier so einen Bohrer, der bohrt quasi, der bohrt den Druck aus dem Boden. Ich mache das mal. Ja, bohrt den Druck aus dem Boden. Ich mache mal hier ein und da können wir mal ganz kurz gucken, wie schnell der arbeitet. Warte, jetzt machen wir hier noch den zweiten Bildschirm. Für Terraforming. Haben wir noch Kobalt dahinten? Also, ich würde jetzt hier, wie gesagt, keine super krasse Base bauen. Ja, 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 ja. Aber du wirst halt am Anfang so viele Müllgebäude haben, die einfach wirklich echt scheiße sind. Ich finde es mega interessant so. Also, ich mag so diese Spiele, wo man so viele kunden kann und so. Und sich so lange es noch so aufbaut. Ah, siehst du, wir können das gar nicht. Ich kann den Monitor dir gar nicht zeigen. Weil dafür müssten wir wirklich eine kleine Basis bauen. So. Ja, dann sag mal an. Wo würdest du gerne eine Base haben? Ja, äh, du meinst Points of Interest. Wo, wo, was, wo, wie. Also, wir haben hier, da oben, wie gesagt, was zum Erkunden. Da könnte man auch erstmal eine ganz kleine Basis hinbauen. Weil das Ding ist, weil wir brauchen, oft ist sehr viel Zeug drin. Und du brauchst dann ein paar Schränke, weil unser Inventar ist einfach extrem bad. Also, wir haben nicht genügend im Lager. Wir werden da viel mehr finden, als wir tragen können. Mhm. Deswegen kann da eine kleine Basis cool sein. Und dann in diese Richtung, da habe ich meine hingebaut. Siehst du diese Steinformation? Das sieht so aus wie Stonehenge so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Da habe ich meine reingeheatet. Und da ist auch noch ein Wrack. Und da haben wir auch die nötige Höhe, würde ich mal sagen. Nötige Höhe. Ich bin echt egal. Also, ich würde jetzt so vom Gefühl her erst erstmal da oben erkunden. Das würde ich genauso machen. Ja. Genau. Ich habe jetzt quasi noch einmal diesen Bohrer da gebaut. Der hier. Und der produziert uns schon so ein bisschen dieses Terraforming-Index. Das macht er so nebenbei. So übel wenig. Aber er macht was. Ja, 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 ja. So, müssen wir irgendwas mitnehmen. So, essen, trinken, Inventar leer machen, whatever. Wir machen oben dann das Inventar leer, weil... Ach, wir können auch keine Schränke bauen. Oh, mein Gott. Warte. Wo sind Schränke? Okay, Schränke ist bei... Oh, Gott. Schränke kommen ja ultra spät. Können wir nicht irgendwie eine Kiste bauen? Hm. Kisten. Ja, stimmt. Du hast recht. Kisten kosten eins. Lagerkiste. Was das eins Eisen ist, das, was wir gerade vorher haben. Das ist gut. Ja. Oh, Gott. Das können wir doch jetzt bauen. Ja, können wir machen. Aber ich würde das oben alles machen. Du kannst ja schon mal hochlaufen. Ja. Ich raide hier noch die eine Kiste, die ich hier liegen gesehen habe. Jo, jo, jo. Alter, ist noch so Essen und so drin. Ich brauche hier noch zwei Bohrer oder so. Das Spiel ist nicht von den Machern von Subnautica, Leute. Also nur, weil es natürlich ähnliche Vibes gibt, was ja was Gutes ist. Hm. Ist das nicht, dass die gleichen Leute sind? Das war ich. Entschuldige mich. Okay. So. Ich komme mir gar nicht hoch. Ich glaube, das ist links lang. Ein bisschen Angst vor Sauerstoff. Ja, das ist so ein Problem. Aber du kannst halt, wenn du so ein Gebäude baust. Das Problem ist halt, du musst das Gebäude bauen links, das Wohnmodul. Das braucht zweimal Eis, einfach die Tarn. Und dann musst du eine Tür machen. Jetzt kommst du in das Ding nicht rein. Ich bin fast tot. Ja, ja. Au dir noch eine Kapsel rein. Hast du noch eine Sauerstoffkapsel dabei? Nee. Ah, shit. Ich hab's gesagt, ich muss nichts mitnehmen. Doch, doch. Ich hab mich auf dich verlassen, Maxim. Tut mir leid. Okay, dann müssen wir das nochmal debriefen. Also, ich hab immer so viel dabei, dass ein Wohnmodul ohne Tür bauen kann. Das war so immer mein Trick. Dieser Trick, den wirst du auch noch sehr, sehr lange verwenden. Gute Schipät. Gute Schipät. Gute Schipät. Vorsicht. Äh, nee, da ist gerade was runtergekommen. Jo, das wird meistens auch mehr. Du kannst sogar etwas bauen, damit noch mehr kommt. Ah, Mensch, nett. Das tut ein bisschen weh, aber es fallen noch Ressourcen runter. Ja. Also, es hat auch seine Vorteile. Ich wurde einfach gekauft, Maxi. Einfach betrayed. Betrayed. Why you betray me? Never trust. Never trust. Ich versuchte diese Lektion schon seit Jahren weiter. Never trust. Trotzdem höre ich immer wieder auf. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Ist auch übel dumm einfach, ne? Das sind die klassischen Fehler. Und neben der Kiste sitzt ein Kiste. Jo, das bist du. Okay, ich baue jetzt ein Wohnmobil hin, äh, sagst du mir. Genau, ohne Tür. Wie baue ich eine Tür? Tür kann ich mal nicht da drinnen. Ich habe eine Tür. Ich bin krass. So. Ja, man muss so komisch außen rum. Ich dachte auch zuerst, dass es geht. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich wurde betrayed trotzdem. Was ist los? Kometisiert? Nee, von dir. Warum? Einfach so. Insgesamt ja, natürlich. Ja, insgesamt. Das wird auch noch sehr häufig passieren. Dass du mich betrayst? Ja. Ja, wundert mich jetzt auch nicht, ne? Die Kometen übrigens sind sehr sinnvoll. Also die lassen auch Ressourcen droppen. Und manche, du kannst ja noch später quasi unterschiedliche Kometen in Anführungszeichen noch rufen. Damit du an gewisse Materialien rankommst, wie Uran oder so. So, ich habe unser erstes Blümchen mal hier reingeballert. Da produzieren wir schon mal so ein bisschen Sauerstoff. Komm mal, ich habe eine Kiste. Keil. Da muss man das Essen rein. Oder eins zumindest. Ich mache, glaube ich, noch eine zweite Kiste direkt. Ja, ja, wir brauchen wir brauchen am Anfang halt recht viele. Aber für hierher zu stellen, brauchen wir auch wir das in Herstellungspanel, ne? Herstellungstation, ne? Äh, ja, aber die ist, glaube ich, schnell gemacht, oder Eisen-Silizium? Ja, ja, ja. Gibt es für ein Hammer Eisen so ein Problem? Also Eisen wird am Anfang sehr viel benötigt. Sehe ich, sehe ich. Ich speiere auch andere Magnesium ab. Ja, Magnesium ist ein übelster Bait. So, ich mache jetzt sehr schmink. Aluminium mitnehmen. Aluminium ist gut. Ja, aber mein Eventar ist voll. Ich kann es nicht mitnehmen. Oh, Maxim. So, ich mache mal hier das Ding zum Basteln. Weil ich glaube, wir haben jetzt Sauerstoff zwei. Magnesium. Mal, also zwei Mal Magnesium, Titan, Kobalt, Silizium. So, ich nehme das Aluminium jetzt mal mit. Das brauchen wir jetzt noch nicht, aber später wird es ultra worth. Ja. später wird es sehr, 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 sehr worth. Okay, ich mache noch Silizium. Machst du noch einmal Silizium? Äh, habe ich in die Kiste gepackt. Boah, du hast super Legierung gefunden, ne? Okay, das ist, das ist das Bild. Ist das krass? Das ist auch erst sehr spät da einfach. Ja. Na gut, also Sauerstofftankstufe 2 wäre jetzt wichtig und dann gibt es noch Exoskelett. Exoskelett ist quasi für mehr Ausrüstung. Das ist dann später noch gut, noch guter. mehr Chips und sowas benutzen kann? Ja. Ah. So. Okay. Also wir haben kein Brain, aber wir haben ein riesiges Hirn. Okay, wenn wir Iridium finden, wäre geil, weil da können wir einmal schon mal Wärme anfangen zu produzieren. Iridium? Das ist rot leuchtend. Ist das verwandt mit Irelia? Irelium ist verwandt mit Irelia. Aha, aha. Aber Iridium nicht. Okay. Du musst schon auf den Wortlaut auch achten. Tut mir leid, ich bin da nicht so gut mit Wördern. Das ist gespürt. So, komm mal her. Ich muss dir was zeigen. Du hast war Klinik als Matthäus Änder. Siehst du, das ist das da, diese Höhle. Die ist mit Eis. Die ist mit Eis zugedeckt. Und das ist eine coole Mechanik. Wenn der Planet erhitzt wird, später. Schmilzt ab 100 NK. Genau, dann schmilzt quasi das Eis dann auch weg. Äh, cool. Das riecht geil. Eine coole Idee. Titan ist ein Bait? Braucht man später viel. Ist immer so, so sehr basenbaug. Und dann brauchst du das. Du kannst übrigens Wasser erst in der letzten Sekunde trinken, gefühlt. Weil Wasser heilt übel viel mit einer. Eigentlich heilt, sondern ich stelle davon viel wieder her, würde ich sagen. Ich bräuchte eine Wasserflasche. Ich habe gar keine dabei. Ach so, dann schmeiße ich die eine runter. Ich glaube, hier drin finde es mir nicht. Verdurstete einfach. Das ist egal. So. es wird auch mal Zeit, dass du stirbst und nicht immer noch ich. Genau, jetzt habe ich etwas vergessen, das tut mir sehr leid. Ich habe vergessen, den Chip einzubauen mit der Taschenlampe. Ich habe nicht mal einen Taschenlampe-Chip gebaut. Ja, ich auch noch nicht. Sollen wir machen. Es ist dunkel hier. So, aber was könnte man dafür brauchen? Was würdest du sagen? Ich glaube, ich habe noch alles in meinen Kisten. So. Kobalt. Ich finde es lustig, wie der Planet auch irgendwie, also er ist so komplett vorgeklatscht mit diesen kleinen Fizelsachen und auf einmal, wo wir uns halt rumdrehen, bleiben. Ist aber nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, die Kometen gleichen es aus. Magnesium war es. Magnesium und Silizium. Ich habe kein Magnesium. So, ich helfe dir. War nur eins. Aber es liegt hier direkt. Habe ich, habe ich, habe ich. Guck nochmal kurz bei der Kiste, ob die leer war. Ne. Ah, ich habe einen Bauplan. Ein Bauplan. Stimmt, da war noch was drin, so ein Mikrochip-mäßiges Dings. Jo, der ist gut. Aber da brauchen wir diesen Monitor nochmal. Da brauch ich nochmal Silizium. Scheiße, der Lithium haben wir nicht. Haben wir nochmal Silizium? Silizium. Gut, 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 gut. Nimmst du jetzt den Konstruktionsall oder den zerlegenen Mikrochip aus? Du kannst alles drin haben. Du kannst jetzt was Neues bauen und zwar ganz rechts gibt es das Exoskelett mit Titan, Silizium, Magnesium. Das baust du, machst ein was raus und das Ding rein und dann hast du mehr Slots. Okay, dann brauche ich wieder Magnesium. Jo. Ja, am Anfang ist es halt eine übelste Tour. So, ich hau mal den ersten, ach nee, das machst du mal, damit du weißt, wie das geht. Ich tu dir den Chip dann in die Kiste. Bei den anderen Kram. Dann suche ich erstmal ein bisschen Eis, irgendwie Durst. Und Durst, Durst, Durst. Die Transition übrigens bei der Wasserproduktion ist sehr lustig gemacht. Irgendwann wird der Planet halt wärmer und so weiter und die ersten Gewässer entstehen und dadurch musst du kein Eis mehr suchen. Findest aber auch weniger Eis. Weißt du? Also sobald's Eis geht, ist das Wasser da. Das ist irgendwie übelst du nicht gemacht. So, bumm. Okay. Genau, der Chip ist hier drinne. In der Kiste beim Eingang. Und dann nimmst du den Chip und schmeißt den in den Monitor rein und da unten steht quasi finden sie einen Mikrochip Bauplan. Da kannst du aber so draufklicken mittlerweile. Und dann haben wir jetzt die Bootsen. Okay. So, und die Bootsen sind quasi auch eine Ausrüstung. Da brauchen wir Stoff. Okay, davon sind wir Millionen Kilometer entfernt. Also Stoff kann ich in meinem aktuellen Spielstand noch nicht selber machen, witzigerweise. Da du bist gemuted. Ah, okay. Ich hab mit dir geredet. Nice. Das hab ich alles nicht gehört. Genau, also die, genau, Stoff kriegt man jetzt relativ spät, aber deswegen siehst du, Aluminium ist halt geil und du findest, also wir gehen jetzt mal in das Schiff rein. Also wir müssen jetzt eigentlich dafür prepared sein. Ja, aber muss ich irgendwas mitnehmen? So. Also meistens nur einmal essen sollte reichen. Einmal trinken ist auch okay und zum absoluten Notfall Sauerstoff. Aber deswegen hab ich die Base nochmal da oben hingebaut, noch eine kleine. Ja. Und jetzt finden wir theoretisch in diesen Bracks super wichtige Sachen. Also das ist auch der Exploration Faktor, der halt extrem angenehm ist. Ja, ich lieb das. Also ich hab das bei Subnautica schon hart abgefeiert. Ja. Subnautica auch eines meiner All-Time-Favorite-Games. So Top 3. Ja, das hat mich in dieses Survival-Genre quasi reingebracht. Sonst hätte ich das nicht gespielt. So, wie mach ich denn jetzt meine Taschen anbauen? Mit F. Ganz klassisch. Ah, ja. So, und hier in der Kiste kannst du schon sehen, wie wertvoll die ist. Guck mal rein. Ganzes Stoff, Aluminium. Genau. Und Auberginen. Genau, jetzt kommt eine wichtige Mechanik. Du kannst hier, guck mal hier den Typen an, dieses Rohr, und das hab ich ja sehr spät gepeilt. Du kannst mit dem Mausrad das Ding drehen, bis du so ein Abbau Zerleger-Symbol hast. Und dann kannst du den zerlegen. Ja, aber das Zerlegungssymbol war direkt da. Bei mir. genau, das war früher nicht da. Oder ich war übelblind. Ich hab das erst über den Chat gepeilt. Genau, hier ist wieder so ein Chip. Ich nehm mal den Chip gleich raus. Äh, mein Sauerstoff ist niedrig. Jo, dann renn doch mal raus. Ich hab ne Sauerstoffkaps, ja, ist gut. Und ich zerleg hier die Heizung. Wir haben jetzt hier quasi ne Heizung gefunden, ne kaputte. Und das ist ja das Coole, wenn du Sachen zerlegst, kriegst du 100% wieder. Das heißt, wir können jetzt die Heizung einfach wieder draußen aufbauen. Also, wir können einfach alles bauen und aufbauen und zerbauen und zerlegen und so, wie wir wollen. Genau, aber es geht nicht mit allem. Also später brauchst du dann ne höhere Technologie, die ich zum Beispiel in meinem Spiel dann auch noch nicht habe. Ich klatsch jetzt hier mal ne Heizung hin. No. Ich, äh, ja, klatsch jetzt hier mal ne Windrad hin. So. Okay. Sehr gut. Krass. Ich find's cool, dass man's, ich muss ja mal kurz raus, dass man's so zu zweit erkunden kann, aber ich stelle mir das auch super krass gruselig so ein bisschen vor, wenn man das alleine macht. Ich denke, das Potenzial, also das ist ja keine große Crew, die das Spiel kreiert. Na, man sieht ja auch, dass alles sehr, sehr polished ist und nicht irgendwie dreckig und verwest und kaputt. Ich meine, ein abgestürztes Schiff kann man natürlich auch anders darstellen. Ja, kommt halt drauf an, wenn es halt keine Korrosion und so weiter und Sauerstoff auf diesem Planeten gibt, dann ist das schon nicht unlogisch. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, das ist halt hier sehr, sehr clean alles und man kann halt bei Bedarf noch mehr, noch mehr verfeinern. Ob man hier jetzt noch ein Horrorszenario noch reinquetschen will, das weiß ich halt nicht. Also, wie gesagt, man könnte. Ich find's halt immer cool, wenn so Games irgendwie so gruselig sind. Ich weiß nicht, passt irgendwie. Also, ich find's auch ein bisschen gruselig, bin ich ehrlich, weil ich weiß ja nicht, was in der nächsten Ecke hier auf mich lauert. Genau. Der Tod durch Sauerstoffversagen, ich weiß es nicht. Aber das rein zu programmieren ist halt Hardcore. So, das ist halt so das Ding. Ja, klar. Gibt es Gegner? Nee, ne? Ich hab noch keine gefunden, ne? Okay. Also, Combat ist halt komplett weg und das ist halt die Frage, ob man halt Combat in sein Game, sagen wir mal, auf Teufel komm raus, rein programmieren will oder nicht. Ja. Es muss ja nicht Combat sein, es kann ja auch einfach Gegner sein, gegen die du halt keine Chance hast. Ja, das stimmt. Also, du musst ja nicht irgendwie dagegen kämpfen müssen, sondern du kannst auch einfach sagen, hey, da geht's nicht lang, weil da ist was, was sehr viel gefährlicher ist, als du es bist. So, die haben das dann später so mit, die Erkundung haben sie halt eingeschränkt im Early Access durch solche Sanddünen. Und jetzt hat er mal eine viel größere, ich kann viel mehr sehen. Ich geh mal ganz kurz runter und baue mal die Schuhe mit zwei Stoff. Wo gibt die dir denn? Oh, ich glaube, ich ersticke. Guck nochmal, dass Sauerstoff dabei ist, da kannst du rechtlich draufklicken. Ne, ich hab nur Wasser. Jetzt hast du mich schon beerdet, jetzt ersticke ich wirklich. Wie, ich habe alles getan, dass du nicht stürbst. Ja, wobei, ich bin noch, ich bin jetzt an der Base, ich bin 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 an der Base drin. Na, es ist. Gutes Study Base gebaut habe. Oh, hier war es, was in die Kiste zerlegt? Ist nicht schlimm? Ist es schlimm? Ich weiß es nicht. Zerlegt ist auch das, was drin ist? Nö, eigentlich ist das so ausploppen, wie eine Pinata. Ne, Pinata. So, ich mach mal das kurz Eis. Ich hab übrigens Iridium auch gefunden, ne? Kleiner Tipp, aus dem Starterhaus raus, jetzt direkt links eine hohe Wand. Ja, das gucken wir uns alles noch an, keine Sorge. Ich weiß noch nicht, ob das hier hoch genug ist, Leute, oder ob die Base hier auch schon unter Wasser ist. Schönes Fenster. Oh boy. Oh boy, oh boy. Wieder rein, Maxim. So. Okay. Also, neuer Bauplan. Ich aktiviere den mal. Abbaugeschwindigkeit. Der Mikrochip ist nett gemeint, aber ich glaube, die Abbaugeschwindigkeit ist in dem Spiel, ist es nicht etwas, wo ich sage, dass sich das stört, oder? Nö. Deswegen, das ist eigentlich alles chillig. Ich hab Heizungsstufe 2 zerlegt. So, dann mal Aluminium. Ja, Aluminium haben wir noch nicht genug. Wie viele Kisten hier sind? Ja, ich weiß. Du kannst ja auch alle abbauen, die Kisten. Also, das hättest du noch, hast du noch mal Eisen können. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber. Das können durch die Kliniken nicht mehr zeigen. Hilfe. 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 Die Luft. Bisse. Ganz schön die Luft hier in den Bergen. Moxie. Ich sag's ja. Deswegen Sauerstoff lösen. Also, du hast aber auch schon die zweite. Du hast Sauerstoff Tank 2, oder? Nee. Ah, nee. Dann mach den mal. Der ist schnell gemacht. Haben wir den freigeschaltet schon? Mhm. Haben wir hier so ein Herstellungsding? Jo. Nee. Brauche ich schnell. So. Also. Das haben wir. Lithium, Kobalt, Magnesium. Magnesium. Silizium. Silizium ist echt nervig. Oh, bald. Noch ein Magnesium. Silizium. Silizium. Silizium, wo bist du? Jetzt hast du mich verwirrt. Ich brauche Magnesium. Jetzt habe ich Magnesium abgebaut. Weil du gesagt hast. Ah, ich sehe gerade, das ist echt hoch genug. Aber ich werde mal unten dann alles abbauen, Leute. Und alles nach oben transferieren. Yo. Ich lege mal den Stoff nochmal zurück. Ich glaube, ich mache hier gerade übelst dumme Wege. Also alles wie immer. Geht ja, aber es sind zu viele Gedanken, die auf einmal kommen. Äh, kick da, die heißt wieder, ne? Das wäre so cool, wenn man die Kisten übereinander bauen könnte. Das sieht sehr verlockend aus, aber das geht leider nicht. Später hat man Schränke. Das ist passend. So, wir können schon eine Aubergine anbauen. Aubergine? Aber dafür haben wir nicht das nötige Baugerät. Genau, ich gehe mal runter und baue mal das unten ab. Aber ist eigentlich egal, oder? Kann ich? Ich kann nicht aus Kisten bauen, ne? Schade. Aus Kisten, ja. Das wäre ein Banger. Bin ich ehrlich. Ich glaube, sowas geht dann später. Es geht später, habe ich so gelesen, und die kann ich auch noch nicht, aber gibt es halt Geräte, die irgendwie auch aus Kisten was machen können. Mhm. Weiß noch nicht viel. So, Dankeschön, dein LK, LK-Ratüt. Du kannst aber auch Full Homo sein, das ist überhaupt nicht schlimm, ja. Das ist ein Safe Space, wenn du mich liebst. Das ist total okay, das zu sagen. Ich liebe meinen Rechner auch, und das heißt nicht, dass ich da meinen Glied reinstecken würde, die ganze Zeit. Das ist alles so noch. Na, manchmal mache ich es, weil er wirklich zuverlässig ist. Ja, verstehe schon, verstehe schon. Nach Zuverlässigkeit stehe ich extrem. Wieso bist du dann so unzuverlässig? Nö, aber es ist ein Trade, den ich die Menschen sehr mag. Ach so. Aber selber schätzt du das nicht, dass du das gerne wärst? Doch, aber es ist ja immer wieder ein fortlaufender Chase. Ja. Du bist einfach nur zuverlässig für deine Familie, glaube ich, ne? Ja, Prioritäten. Das ist ein Trade-off. Ah. Ja, man kann nicht alles kriegen, ne? Nie. Oh, ein Try. Ist okay. das Ding ist halt, ich kann halt nie, ich glaube, ich bin zuverlässig, aber ich sage immer, dass ich nie so richtig krass sein kann wegen den Kindern. Ja, ich weiß schon. Ich musste bisher noch nicht so viele Sachen hart absagen, außer vielleicht einmal Gamescom oder so, aber einmal Gamescom absagen ist ja schon, eigentlich schon in der Branche sehr krass. Und ungefähr jeden dritten Tag auch noch? Ja, das bin ich auch manchmal. Ist aber okay. Also, ich nehme dir das noch gar nicht übel so. Ich weiß ja, dass es für dich komplizierter ist mit Kindern und so weiter. Ja. Ich mache jetzt hier wieder unsere kleine Baby-Energie. Baby-Energie. Ich muss ja vorstellen, Wind, also, was auch die Windkraftanlage macht, macht 1,2 Energie pro Sekunde. Sag ich schon, finde ich, nicht gut dargestellt. und der Kernreaktor macht einfach 350. Das ist einfach, das ist so, so scheiße kann das gar nicht sein. Wie machen wir eigentlich später Essen? Also, weil bisher haben wir kein Essen. Genau, später Essen wird über Samen funktionieren. Das bedeutet, wir haben schon eine Tüte Auberginesamen gefunden. Wir werden dann später noch mehr Auberginesamen. Sehr gut, ich habe jetzt noch nicht gesehen, was du noch alles erkundet hast. Und dann, wenn man auf den Bauplan draufklickt, kommt später Nahrungstüchter. Wenn wir also viel Sauerstoff haben, können wir dann später Nahrungstüchter bauen und da drin hieten wir die Auberginen rein. Okay. Du kannst übrigens einen Drucksack Stufe 2 mittlerweile bauen. Äh, ja. Was auch sehr gut ist. Eisensilizium Titan. Hast du noch mehr Pflanzen gefunden? Ja. Ja, okay, die brauchen wir am Anfang sehr dringend. Die sind hier oben in der Base links. Okay, dann komme ich gleich. Also es ist Auberginen und Lirasamen und sowas ist da drin, glaube ich. Ja, das ist für den Anfang sehr wichtig. Weil im Prinzip müssen wir die Anfangsmaterialien, würde ich mal sagen, trotzdem viel bauen. Auch wenn die, also man darf halt jetzt nicht man muss halt das Spiel so, ich versuch's zumindest, so genießen, wie es quasi kommt. Weil später wird halt, sind die Multiplikatoren für neue Sachen halt extrem hoch. Also alles, was du jetzt baust, wird später mal 10, mal 20, mal 100, mal 300 sein. Deswegen kommt man sich jetzt so albern vor. Aber du musst dir quasi jetzt merken, wo du die Samen reintust. Weil du die dann später rausnehmen musst und woanders reintun musst. Weil es einfach so einen großen Unterschied macht, ob du jetzt mit deinem Samen keine Ahnung, 20 Sauerstoff machst oder 3000. Was macht der Mann mit seinem Samen? Ich pflanze den jetzt ein, so wie es gehört. Geht's hier hin und dann geht es du da die Pflanze rein? Pflanzen sind in der Kiste. So. So, ich dachte, du machst das. Jetzt soll ich hier auch noch deine Arbeit aufnehmen, oder was? Ich dachte, du bist das Gameplay kennenlernen. Ich kenne es ja nicht schon. Ja, die Pflanzenröhre, Pflanzenrein. Hier habe ich gefunden. Geil. Aber noch die Tarn. Ich habe die Tarn drei Stücke im Inventar. Warte, dann mache ich mal diese Base ein bisschen größer. Also im Prinzip müssen wir jetzt schon langsam überlegen, wann wir umziehen. Mein persönlicher Plan wäre, dass wir den ganzen Shit, den wir hier haben, das Titan. Oh, danke. Also, wo es die fucking klungen wird. So. Dass wir die einfach erstmal irgendwo hinsetzen. Dann produzieren die währenddessen und ein bisschen halt schnell, also das ist ja schnell, aber es ist immer cool, möglichst viel Sauerstoff zu produzieren, weil dann unser Technologie-Tree so insane schnell wächst. Ich glaube, ich hatte einen Rucksack Stufe 2 gebaut. Heißen, Silizium, Titan. Aber irgendwie habe ich immer noch Stufe 1 Rucksack ausgerüstet. Ja, dann guck mal, dass ihr den nochmal baust. Silizium. Hast du noch einen Titan? Warte mal. Äh, so. Äh, ja. Bup, bup, bup. Ich war nur eins. Ja. Genau, also, der Kick, der Kicking Point ist wie gesagt, mehr Sauerstoff. Solar ist, äh, super wichtig. Mhm. Und dann, was war es noch? Ich räume die Botze hier weiter aus. Genau. Also irgendwann müssen wir quasi eine Entscheidung treffen, wo, dass wir, dass wir eine Basis hinbauen. Ich habe meine halt zwischen diesen Klüften da gebaut, weil das irgendwie cool aussah. Ja. Weil all meine Gebäude da... Ja, es soll ja auch irgendwie cool aussehen. Ja, also das Problem ist halt, bei mir sah es cool aus, weil alles so schwebt. Aber, wenn du halt so ein bisschen auf Ästhetik setzt, das ist, bei mir ist das mehr so, bei Star Wars, dieser Kashyyyk, dieser Wookiee-Planet, weißt du? Das ist so Baumhäuser und so. Aber wenn du halt auf... Das sind Fusionsdings, Wumms. Wenn du so Satellis-Factory-Kram machst, dann ist es schwierig. Und eine... Hier ist eine Nachricht. Kann ich lesen, ohne dass ich sterbe? Ich versuch's mal. Brassiv Cirilla 4, Maschinen-Docke 436. Heute Morgen am 17. Tag unserer Reise nach Stigma verließ das Schiff unerklärlicherweise die Überraumgeschwindigkeit. In den Vagationstools spielten verrückt und gesamte Leistungen des Schiffs fiel ab. So, als ob es von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unberechenbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, was wir dort finden werden. Es scheint einen riesigen Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja, 3021. 3021? Okay. Das muss man sich quasi... Das war vorher, ne? Genau, hier passiert sehr viel vorher und ich versuch quasi jetzt... Ich kann mich an alles nicht mehr erinnern, weil es zwei Jahre her ist. Aber... Ich dachte, weil du nicht lesen kannst. Ich kann auch nicht lesen. Ich errate ja alles. Der Chat liest mir laut vor. Ja. Hast du nicht das... Bist du also ganz froh, dass ich vorlese? Also, ich hole gerade sehr viel nach, ja. Also, was heißt hier nach, sondern ich hole... Ich erinnere mich an sehr viel. Weil es ist noch eine überschaubare Menge Vorlese-Shit. Ich meine, die erste Nachricht war 3058, ne? Ja, ich habe zwei Baupläne bekommen. Genau, weil einige Sachen sind ja ultra lang her. Deswegen, ich habe, glaube ich, vorhin mit 3030 was bei mir gelesen. Ja. Schon sehr random. Wie war das mit dem Baupläne nochmal? Ah, an dem Monitor, ne? Genau, du kannst an dem Monitor quasi gucken und dann kannst du neue freischalten. Beweglichkeitsschuhe zahlen? Ja, das ist immer nett gemeint, aber, ja. Also, wir haben zwei Stoff. Du kannst, glaube ich, einmal jetzt Beweglichkeitsschuhe machen. Ich glaube, die kriegst du jetzt, die kriegst du jetzt hin. Aluminium und zwei Stoff. Genau, weil Aluminium hast du auch gefunden. Ich habe einen Stoff. Ah, okay. Dann gehe ich kurz runter und hole den. Ah, okay. Dann gehe ich ganz kurz runter. Nice. Haben wir, hast du unten einen Stoff, oder was? Ja. Yes, I do. Oh, ich kann die Nachrichten nochmal aufrufen. Ja, wir haben quasi später auch so einen E-Mail-Computer. Ja. Ja, ist auf jeden Fall praktisch für, wenn man Sachen lesen will, ohne zu ersticken. Das stimmt. Auch etwas, was im Leben hoffentlich niemals passieren muss, Leute, dass ihr unter Atemnot lesen müsst. Ja. Das wäre unangenehm. Das wäre unangenehm. So, diese Kiste hier, die muss weg, die tilden nicht. Ja, die war, da war eine Wand. So, ich hau mal hier zwei Stoff rein und die Kiste direkt am Eingang. Dann baue ich noch mehr Heizung hier rein. Wieso brauchen wir so viel Heizung? Also im Prinzip nutze ich einfach das Iridium, was wir haben. Später werden wir noch mehr davon finden. Aber ich würde, also mein Traum wäre, wir hauen hier alle Ressourcen raus, die wir haben und ziehen dann, müssen dann nicht mit viel Gepäck umziehen, weißt du? Aha. Und die Dinger produzieren ja trotzdem. Das Einzige, was man sich merken muss, deswegen werde ich wahrscheinlich nochmal runterrennen, ist, sind die Pflanzen. Weil die Pflanze, die du hier hast, die müssen wir dann rausholen. So, ich habe einmal Schuhe gecraftet. So, das ist gut. Da hätten wir noch einmal Stoff übrig. Haben wir noch was Sinnvolles zu craften, außer Schuhe? Ne, ne? Der Kompass ist nett gemeint. Ja, aber ich habe jetzt keine Orientierungsprobleme bisher. Ja, same. Kostet auch Aluminium. Aluminium ist wichtig. Abbauch. Abbauch. Ich finde, ich mache mal ein bisschen was gegen den Durst. Für einen Sonnen-Collector erhalten. Oh, das ist gut. Weil so ein Collector macht jetzt sechsmal mehr Energie. Oh, geil. So, das ist ultra nice. Ich finde auch, wir sehen übel cool aus. So richtig die krasse Baggy Jeans. Also nicht Jeans, aber so Baggy Hosen. Der wird schön. Aber wir sehen dadurch sehr klein aus. Ja, aber ich finde, wir sehen cool aus. Ich finde es auch geil, dass das Mike-Ding außerhalb vom Helm ist. Also ich würde so rumlaufen. Ich finde, wir haben Style. Du musst halt sehr laut sein. Ich finde die Cam, das Detail, dass da so eine kleine Cam links unten ist. Ja. Eine kleine GoPro. das ist mega cool. So, okay, wir machen mal, glaube ich, noch eine Heizung. Wir brauchen Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Jo, weil dann kannst du mal überlegen, wo wir eine Base hinbauen wollten. Ich habe, wie gesagt, die Stelle dahin gewählt, weil wir, glaube ich, ah ne, wir können auch, also später kannst du quasi eine Karte haben, aber nicht, ich weiß nicht, ob man die Karte vielleicht sogar dabei haben kann. Mhm. Und dann willst du natürlich deine Basis sehr zentral bauen. Ja. Und dort, wo ich war, hat sich sehr zentral angefühlt. Ich meine, die Wege sind dann im absoluten, also im Midgame, nehme ich mal an, ist das. So, wo ich jetzt bin, hast du deine E-Teleporter. Aber du wirst halt übelste, ich habe das Gefühl, wir sind so am Rand gerade. Ja, das Gefühl berechtigt. So, mach ich mir noch ein bisschen Solar hin. Guck mich hier noch an der Schwimmung. Ich bin ab dem Raumschiff oben drauf. Ja, guck mal, ob da noch was ist. Ich glaube, also Kisten sind hier sehr krass verteilt. Okay, dann. Ich gehe noch mal runter und hole mal von unten die Pflanzen. Das heißt, wir müssen uns merken, dass hier oben bei dem Raumschiff die Pflanzen sind. Die werden wir alle umverteilen. Weil ich glaube, die sind beschränkt. Ja, die können nicht einfach so mit einem Kometen abstützen. Oh, hier ist eine goldene Kiste. Oh, dann rein. Geil. Dann aber rein. Da kannst du übrigens eins drücken und da kann man sich auch irgendwie winken und so. Also, der goldene Kiste war ein goldener Samen für Sauerstoff mit Piccato 600. Oha. Goldene Statue, die man bauen kann. Ich baue die mal hier hin, damit die sieht aus wie ein Picken. Was? Wie ein Penis, hast du gesagt. Nee, ich habe gar nichts gesagt. Du hast es gesagt. Du hast Penis gesagt. Ich habe das nicht ausgesprochen. Penis. Ah, wir haben die Passieröhre. und einen Uranstab und einen Uranstab und Uran und Iridium und Aluminium und Superligierung. Das ist gut. Ich würde sagen, es war eine Banger Kiste. Hast du in deinem Spielstand eigentlich das Tempelrätsel gelöst. Stimmt, da war irgendwo ein Tempel. Das weiß ich alles gar nicht mehr, Leute. da gehen wir dann in meinem Spielstand nochmal hin. Hast du ja vor, jetzt die nächsten Tage weiterzuspielen auf jeden Fall? Ich würde dann noch chillen wollen. Ich meine, ich bin morgen nicht da, aber Dienstag mit auch auf jeden Fall richtig Bock. Also es macht erst mal übel viel Laune. Ja, natürlich. Wie cool der Mond jetzt nicht aus. Guck mal. Also es hat richtig geile Texturen so und und Er ist schon ein Stück weiter. Da ist ein anderer Typ. Wolken und so. Das sieht ja richtig sick aus. Aber da kannst du mal diese Superpflanze irgendwo rein tun? Hast du das schon gemacht? Ah ja, hier. Doch, doch. Den goldenen Larm. Aber ich habe das nirgendwo reingetan. Also ich habe noch nie eine Pflanze irgendwo reingetan. So, dann habe ich das jetzt mal gemacht. Aber es ist einfach nur rein ploppen. Genau. So, weil jetzt haben wir schon die bessere Pflanzenröhre und jetzt musstet ihr jetzt mal die Unterschiede durchlesen. Sauerstoff 0,09 pro Sekunde und die nächste Röhre ist 0,75. Ja, ist ein bisschen mehr, ne? Das ist ja 10 mal besser. Plus 600 Prozent noch. So. Deswegen. Also das ist halt, das ist ja das Coole. Das machen wir jetzt hier hin und dann erkunden wir und dann läuft dieser Bums nebenbei. Aber ich will, dass dieser Bums geil nebenbei läuft. Naja. Hast du unsere Rakete gesehen? Die goldene? Ja, hier. Hinter dem. Oh, die ist cute. Die hat sich auch gefunden. Ja. Die sieht sehr sexy aus. Die hat genau den richtigen Winkel. Genau den richtigen Winkel. Unnötig für den Start, aber für andere Dinge perfekt. So. So. Noch Silizium und Eis. Silizium ist hier. Haben wir noch Eis? Oh, mein. Nicht so richtig, ne? Ich erkunde noch ein bisschen. Okay. Ja. Eiseis bringt es mal mit. Das wäre geil. Eis, Eis, Baby. Dun, 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 dun. So. Und irgendwann kriegen wir dann den Zuchtbehälter. Aber wir müssen halt erstmal alles in Sauerstoff machen, damit wir den Zuchtbehälter haben. Aber dann haben wir kein Essen. Oha. Ich habe gerade die Kiste zedickt, die goldene, und habe dann noch Superlegierung und Aluminium rausbekommen. Das ist gut. Das ist ja insane. Aluminium ist übel wichtig. Eww. Wir werden dann noch später so ein Bohrgerät und sowas haben. Und da werde ich dir auch, müsste ich leider auch Backseat gamen. Weil das müssen wir bei Aluminium bauen. Aluminium ist wirklich weird zu kriegen. Und das ist so wichtig. Das ist so oft da. Also zumindest war das so mein erstes Glückserlebnis. Das wusste ich mal. Alu all the way. Ja, 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 ja. Scheiße, ich brauche noch mal reisen, Leute. Das sieht so cool aus, ne? Für mich, als wären wir auf Dune. Das, den Vergleich habe ich auch heute gehört, ja. Ja. Hast du den Film geguckt? Einfach Arcus? Den neuen noch nicht, aber ich glaube, heute oder morgen oder so ist der auf Prime. Oha, was? Und dann werde ich den nachholen. Ja, aber der war doch gerade erst im Kino. Ja, ja. Das war auch direktiert. Aber ich habe Dune jetzt Teil 1 vor kurzem nachgeholt. Ja. Fand ich übel geil. Jetzt fange ich an, die Bücher mir reinzuziehen, als Hörspiel. Auch übel geil. Ja, auch überlegt. Mein Gehirn spart so viel Prozessorleistung, weil ich zu den Namen Faces habe. Das ist mir dadurch viel leichter. Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Und die... Das Einzige, was mich jetzt stört, ist, dass ich leicht in das YouTube-Rabbit-Hole absteige, aber mich halt noch... Die Spoiler-Gefahr ist noch zu groß. Ja, weil du es noch nicht die Gänse ab der Geschichte kennst. Genau. Ja, verstehe ich. Ey, ich fand den Filmen, also die beiden Filme so gut, ne? Also es gab ein paar Leute, die waren irgendwie enttäuscht, so, weil das hier jetzt mehr so ein Aufbaufilm war, I guess, und... Ja, aber ich fand... Das war wie bei Herr der Ringe. Der erste Film ist so Aufbau und Story, der zweite Film ist so erstes Geballer und ich glaube, der dritte Film ist dann so richtiges Geballer. Ja, aber der erste Film war ja schon bei Herr der Ringe übel, gut. Ja. Also der hat ja schon sehr, sehr viel Action auch gehabt. Und diese Bombardier-Kacke rauszuschneiden, war auch schlau. Es ist halt, also wir haben es halt am Laptop geguckt und da war es zu... Also man merkt, dass es ein Kinofilm ist. Ah, mein Laptop. Das ist ja schon sehr laut und cineastisch und groß und alles. Ah, mein Laptop. Tja, also... Es ist ja nicht viel Zeit. So, Maxim! So, war das nicht möglich. Ich bin schon hier auf dem Fernseher im Wohnzimmer. So. Boom. So, wie viele Pflanzen haben wir denn hier noch? Zwei Stück. Ey, die würde ich auch noch betüllen. So, ahoi, Leute. Ahoi. Ich grüße euch. Ich weiß, es ist morgens. Es ist elf Uhr. Es ist elf Uhr. Ab jetzt haben wir offiziell Displacement. Stimmt, aber wir sind ja fleißig. Wir sind fleißig. Fleißig, klug und schlau. Ja. Und ich hätte gestern echt nicht gedacht, dass es mit dem TFT gut geht. Ich war echt... Ey, du hast einfach gewonnen. So krass, ne? Ich habe noch so krass mitgefiebert. Insane. Hat mich richtig für dich gefreut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du gewinnst. Bin ich ehrlich. Nee. Ich habe da... Also weil Autofill so schwitzig war, dachte ich auch kurz, das wird nichts. Aber es war halt elo-mäßig. Ich glaube, also mir tat es leid, im Nachhinein, für euch, wenn ihr ja, ich glaube, da warst ihr auch dabei, wenn letztes Mal Kani dabei hattet. Ja, richtig. Und das ist halt so, der CS-Pro auf der LAN-Party. Ist einfach sehr ungeliebt. Ja, aber ich finde, ich fand das jetzt nicht schlimm. Aber Kani hat auch immer sehr lieb auch gespielt. Also der hat dann immer geholfen und hat sich so ein bisschen zurückgehalten und wollte dann immer nichts contesten und hat dann umgebaut und so. Okay. Weil er halt wusste, dass er es kann. Okay, dann ist das super. Weil ich habe halt nur einzelne Worte gehört und die Worte waren halt immer Erster und so. Ja, das ist richtig. Also er hat wirklich Back to Back to Back to Back to Back hat er gewonnen beim letzten Turnier, wenn ich das noch richtig weiß. Der ist brutal. Das war brutal, ja. Also ich sehe mich da eh nicht, dass ich da so krasse Chancen habe. Ich war einfach unfassbar happy, dass ich einmal den ersten Platz in der Lobby machen konnte. Das war insane für mich. Ja. So, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, in die Top 8 zu kommen. Also für mich war, also ich war jetzt irgendwie neunter oder zehnter oder so insgesamt. Das war für mich so das Beste, was mir hätte passieren können. Also ich war damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, das ist gut. Hast du dir Rucksack 3 schon gemacht? Nee. Genau, kannst du jetzt machen. und dafür ist das Aluminium da. Ja, wenn wir jetzt mal Aluminium hier hin. Das ist, glaube ich, oben noch in der Basis. Ja. Ich glaube, ich baue die unten jetzt auch gleich ab, du. Welche? Wo warst du unten oben? Genau, die obere Basis, da ist noch Aluminium drin. Dann müsste ich ja wieder hochlaufen. Ja, genau. Das ist ja blöd. Aber du hast halt sehr viel gefunden. Das ist gut. Jetzt ziehen wir da oben weg, weil da oben ist ja irgendwie so dead end vorerst. Ja, wir ziehen dann weg. Also ich, also mein, mein Plan ist jetzt, ich nehme die Pflanzen, die wir hier haben. Weil diesen, diesen Ort haben wir, also du musst dir vorstellen, das sind die Sachen, die beschränkt sind. In Anführungszeichen beschränkt. So, und die würde ich gerne alle verbauen und dann holen wir die später ab. Was hältst du davon, wenn ich das Aluminiumstoff, Superlegierung, Iridium und so als wertvolle Zeugs mit dem nach unten ein Stück? Nee, also das nach unten würde ich nicht sagen, sondern wir müssen jetzt überlegen, wo machen wir unsere echte Base. Ich meine, wir können auch das als unsere Hauptbase machen. Du wirst so am Rand so gefühlt. Also ich würde jetzt gerade eher so in die Richtung, wo du gerade hinten unterwegs bist. So einmal durch dieses Seedings und da dann weiterkommen. Also ich würde auch lieber hingehen, weil dort ist, dort gibt es später sehr, sehr viel noch zu erkunden. Oh shit, ich verdurste. Sehr, sehr viel zu erkunden. Ja. Und zwischen diesen Steinen, wo ich meine Base in meinem Spielstand habe, gibt es eine, also der Grund, warum ich auch dort war, ist, dass auch auch wieder so ein Wrack dort ist. Und man ist noch relativ nah bei einem anderen Wrack und dort habe ich auch meine erste größere Basis gebaut, weil es um den Ort zum Rum eine Mine gibt und Aluminium. Ja, dann lass da hin. Hört sich doch gut an. Also das wirkte, also Aluminium ist so ein Tilter später. Deswegen war der. Ja, aber dann würde ich erstmal das Material jetzt mitnehmen, nach unten und dann nach oben halt. Genau, ich würde noch ein bisschen hier bleiben und das ganze Eis verbauen und die Pflanzen verbauen. Das ist eigentlich das Einzige, weil Pflanzen sind echt dead weight, wenn sie nirgendwo drin sind. Soll ich denn hier jetzt was mitnehmen? Ansonsten gehe ich einfach so und erkunde. Also nimm Essen und Trinken und Sauerstoff mit. Und Eisen und ein Silizium und ein Titan, damit du eine Stadt, äh Stadt, also so eine Kapsel hier bauen kannst wegen Sauerstoff. Also du musst quasi gucken, du brauchst zwei Eisen, ein Titan, nee, drei Eisen, zwei Titan, ein Silizium. Das brauchst du. Damit du jederzeit so ein Wohnmodul mit Tür bauen kannst. Und dann basically Luft holst. Ich brauche noch den Rucksack drei jetzt erstmal. Ich brauche ein Silizium noch. Haben wir aber nicht mehr, ne? Nee, Silizium ist hier wieder lost. Lost in Space. Genau, weil hier haben wir zum Beispiel auch nicht so einen guten Sammelradius, ne? Wir können hier nach unten laufen und das war's. Und sonst, das ist halt besser, wenn wir so richtig um uns drum herum laufen können. Ja, genau. Und das Schiff ist halt jetzt auch nicht mehr so viel. Hier ist halt viel Magnesium jetzt noch, ne? Magnesium. Ich kann ja auch Runden bauen, ne? Ist ja kein Problem. Ja. Was brauche ich? Eisen, Titan und Silizium, sagst du? Ja, zweimal Titan, dreimal Eisen, einmal Silizium. Dann kannst du quasi, oh shit. Dann kannst du quasi jederzeit eine Base bauen. Und das wird halt so ein Sauerstoffbundin sein. Also ich habe vorhin in meinem Spielstand tatsächlich dann irgendwann Atmosphäre gehabt. Und dann siehst du einfach rechts unten so ein Unendlichkeitssymbol und das war sehr befriedigend. Ja, das glaube ich, ey. So. Silizium. Silizium. Ja, wir haben ja echt schon... Also das ist halt das Coole, dass wir legit doppelt so schnell sind so. Also ich meine, die Bedürfnisse sind natürlich durch das Gear ein bisschen höher. Aber das, äh... Die Einsammelrate übersteigt das ja massiv. Ich glaube, bis zu acht Spieler geht das Peer-to-Peer. Hä, wie cool. Das ist schon... Das ist dann sehr fest. Im Händen hast du so ein acht... Acht Server... Acht, acht... Ja, das Server ist ja mega nice. No. Das ist dann wirklich schnell. Aber man kann sich halt für solche Spiele halt immer noch mehr wünschen. Und das ist ja diesen... Vor uns diesen Horrorfaktor genannt. Man muss dann halt leider ein ganzes Combat-System irgendwie reinbringen. oder halt so ein Fluchtsystem meine Dinge. Ja. Aber so ein Potenzial ist halt sehr, sehr groß. So dieses Robinson Crusoe-Gefühl auf dem Planeten ist einfach immer... immer was wert. Drei Eisen, zwei Titanen, ein Silizium, drei Eisen, zwei Titanen. Okay, ich brauche nur noch ein Silizium, dann bin ich good to go. Und ich sollte mir Wasser mitnehmen. Und was zu essen. So, und der Chat möchte, dass wir diese Wand noch mal langlaufen. Ja, ich akunde jetzt vier allgemein einfach. Also den ganzen See so. Aber ich mag das sehr gerne. Ja, aber das soll irgendwo anscheinend auch noch eine Kiste sein. Äh, das Eis, ne? Oh mein Gott, ja. Die finde ich safe. Da wären wir ziemlich sicher. Weil ich bin ein Erkona. Sauerstoff niedrig. Ich ärgere mich grad ein bisschen, dass ich mal frei habe, ne? Ja. Ich habe mal wirklich super viel Stuff so privat zu tun. Also auch nicht so, als können die es verschieben. Das verstehe ich. So, das sammelt sich leider. Ja, so wenn du halt alles mögliche aufschiebst, weil, ja, man kann auch einen Tag arbeiten, ne? Mir ist es auch so, wenn ich, dieser Samstag, den ich jetzt immer frei mache, der tut halt wirklich doppelt und dreifach gut. Ja, du hast halt Zeit für die Kinder, du kannst Sachen erledigen, ne, so, die erledigt werden müssen. So, die nichts lösen. Ich kann ja vor allem auch sowas wie, sowas wie aufräumen, ist ja bei mir schon richtig viel wert. Oh ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Ja, meine Bude ist auch gerade aufgeräumt. Ich muss nur noch Staubsaugen. So, das ist auch etwas, was ich Montag tun werde. Aber wenn man so viel arbeitet, dann vergisst man solche Dinge immer ganz gerne. Was halt schade, wenn Arbeit so geil ist, ne? Ja, schade würde ich es nicht nennen, aber... Okay, ich verstehe gerade, Leute, die Lirmasamen, das waren die, die ich in meinem Spielstand auch gesucht habe, die Hölle. Hier sind die also. Wie macht man nochmal Sauerstoff, Kapsel? Kobalt, Kobalt. Kobalt, Kobalt. So, Sauerstoff, drei. Ja, Leute schlagen immer Staubsaugeroboter vor, aber ich habe Katzen, das funktioniert nicht. Aber ist das nicht für die, was... Also, ich habe im letzten ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, ey, Staubsaugeroboter für Katzen übe cool, die setzen sich dann drauf und das gibt ihnen das Gefühl von Abenteuer. Ja, nee, mein Problem ist, dass die ab und zu mal nebens Katzenklo kacken und ich wirklich keine Lust habe, dass dieser Roboter das durch die ganze Bude verteilt. Da gibt es ja so Horrorszenario-Videos, wo dann die ganze Bude auf einmal braun ist. Ja, ich verzichte. Das verstehe ich sehr. Okay, ich kann hier unten jetzt aber nicht so viel bauen wie oben. Woran liegt das? Weil die Bildschirme nicht da sind, oder? Hä, doch. Ich kann hier unten nur Sauerstoff, Wasserflasche, die Anfangs-Mikrochips und Stufe 1 Rucksack und Sauerstofftank bauen. Du hast... Nee, eigentlich müsste das gehen. Du hast jetzt eine ganze Herstellungsstation Stufe 2 hast du gebaut. Nee, also das, was da, da, wo wir waren. Also das, was hier steht. Du meinst diese Kapsel, mit der wir runterkamen. Richtig. Ja, die ist Müll. Ah, das ist, weil es nicht Stufe 2 ist. Ja. Das wollte ich wissen. Okay, okay, okay. Es gibt quasi Stufe 1 nicht zu bauen. Stufe 1 ist wirklich in dem Ding. Du baust quasi instant Stufe 2. Okay, okay, okay. So, okay, die Lirmasamen, Leute. Die habe ich jetzt mitgenommen. Die sind ja übel wichtig. Die können ja gar keinen Sauerstoff produzieren, sehe ich gerade. Die sind einfach nur Verwandlungskünstler später. So, wir machen jetzt aber den hier. Haben wir noch mal Aluminium? Ja. Oh, ich drücke mal die 1. Wenn ich die andere Waffe will. Wenn ich die 1 drücke, dann mache ich ein Emote. Ja, genau. Ja, genau. Er geht raus und dann wächst er, genau. Das ist aber irgendwie süß. Cute ist es. Aber is it worth though? Ich kann eine Verbotszone um das Katzenklo einrichten bei so Robotern. Wie macht man denn eine Verbotszone für eine Katze? Ja, für den Roboter. Aber die Katze kann ja trotzdem dumm sein. Irgendwohin kacken wursen nicht in der Nähe von Katzenklo. Ist ja richtig. Katzen haben wir den großen Vorteil. Sie können immer dumm sein. Oh ja. Tiere allgemein. Aber Menschen auch. Sind ja Tiere. Sozusagen Lebewesen allgemein. Die Vorteile können immer dumm sein. Lebewesen können immer dumm sein. Habt ihr Haustiere? Nee, wir hatten mal welche. Wir hatten noch welche? Wir hatten mal Wellensittiche, aber irgendwann kümmert man sich nicht sinnvoll genug um sie und die gehen mir auf den Sack. So war's dann für die Mitbewohner dieses Hauses. Wir Kinder haben keinen Wort auf Haustür. Nee, ich glaube das ist dann auch für die so viel Aufwand. Die haben glaube ich so viel andere Sachen zu tun und dann sind die eigentlich sehr zufrieden. So ein Hund ist schon heftig. Heftig aufwendig. Ich glaube bei einer Katze würde es irgendwie noch gehen, glaube ich. Mhm. bei der eine gewisse Selbstständigkeit drin ist, aber ich glaube da lüge ich mich auch eigentlich im Großen und Ganzen mit an. Mhm. Weil die äh Mitbewohnerin bei mir in der Berliner Wohnung, sie hat halt zwei und da ist schon nicht nur fließt da sehr viel Geld rein, sondern auch sehr viel Zeit mit denen auch zu spielen und so weiter und sich wirklich sinnvoll um sie zu kümmern. Ja, verstehe. Das ist dann too much. So, die haben jetzt leider kein Aluminium mehr hier. Ich habe eine krasse Höhle gefunden. Genau, die ist die ist dann so ein bisschen in meine Richtung, die Höhle, ne? Ja. Also von dem, also du müsstest eigentlich ein großes Wrack sehen. Ja, das ist auch ein Wrack. Genau, das Wrack gegenüber von der Höhle. Ein bisschen in meine Richtung, Richtung dem anderen Wrack, da ist die Höhle. Das war auch meine erste Höhle. Das ist auch, glaube ich, findet man, glaube ich, die Ridium und sowas dann später. Das war schon sehr gut. Dass du das hast. da mal einen Wohnkasten hin. zwei Stück habe ich hier noch. Das war Klaus, das ist richtig. Das war alles berechnet. So, hattest du noch irgendwas erforscht? Ja. Wirklich, jetzt Dingsstufe 2, aber das können wir nicht machen, wegen... Du hast noch Rucksack 3 jetzt und Rucksack 3 Sauerstoff 3 müsstest du jetzt haben. Rucksack 3 habe ich schon, Sauerstoff 3 muss ich mir hierstellen, aber ich habe kein Aluminium mit dabei. Aber vielleicht finde ich hier welches. Genau, das wird jetzt immer ein Problem sein. Also, bei mir ist es auch so, dass jetzt auch die Iridium-Sachen sinnvoll verbauen will und das Aluminium sagt... Wie bitte? Äh, was wollen Sie von mir? Können Sie noch mal wiederholen, was Sie jetzt wirklich, wirklich tun wollen? Äh, 404 not found. No. Gibt es nicht. Aber später, ich weiß, wo man dann den ersten Bohrer hinbaut. Wer uns da sehr glücklich macht. Oh, da liegt noch welches. Oh, mein Handy hat gerade angefangen zu klingeln. Mein Wecker. Null. Das ist mein normaler Wecker. Der Klatsche, 11.15 Uhr Wecker. Hä? Das ist ein guter Wecker, ja. Oder die Waldfee. Ich esse zum Mittag ein Frühstück. 11.15 Uhr ist die perfekte Zeit zum Aufstehen. Wenn man um 3 Uhr nachts ins Bett gegangen ist. Ja, das ist eklig. Daran kann ich nicht mehr denken. 3 Uhr nachts verbinde insel was Schlechtes. 3 Uhr nachts plus 8 Stunden 11 Uhr. Weißt du? Die Sonne. Die Sonne. Die Sonne. Heute scheint ja keine Sonne. Die muss ja nicht scheinen. Für mich macht die schon Damage, wenn die mich sieht. Emotional Damage. Damage. So, ich glaube, ich komme langsam dann zu dir. Also ich würde jetzt quasi die nächste Base bei dem anderen Wrack machen, weil wir ohnehin Sauerstoff dort in den Nähe bauen. Ich glaube, ich habe mich in der Höhle verlaufen. Ich bin den Ausgang nicht mehr. Dann verwandel dich in eine wundervolle kleine blaue Kiste. Aber ich glaube in die Richtung. Aber zum Stück Sauerstoffkaps sind dabei. Das ist schlau. Das ist übrigens noch ein Mond, der viel größer ist. Noch ein Mond? Ja, der hat keine Atmosphäre oder sowas leicht grünliches, aber der ist huge as fuck. Okay. Ich wünsche, du könntest ihn sehen, aber du bist ja verlaufen. Wo, wo, wo? Du meinst, diesen weißen Mond, der so riesig ist? Ja, ja. Der ist wirklich. So Richtung da, wenn du Richtung, in die Richtung guckst, wo meine Höhle ist? Basically, ja. Und rechts, aber der rechts sieht cooler aus, der kleine Mond. Der kleine sieht cooler aus, aber der links macht mir richtig Angst. Also ich glaube, wenn ich auf einem echten Planeten leben würde, und da wäre so ein Mond so nah dran. Und da wäre so groß. Ja, stimmt, stimmt. Also das muss ja, da muss ja die krankeste Ebbe- und Flut-Mechanik der Welt sein. Ach, stimmt. Jetzt habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das wären Gezeiten aus der Hölle. True. Ich habe so viel random Superlegierung, das ist insane. So, ich baue jetzt hier noch ein paar Bohrer, Leute. Ich habe noch mal viel Aluminium mit sie gefunden. Aus dem ganzen Kobach mag ich mir Sauerstoffflaschen. Ah, da kann ich erkunden. So, okay. Also ich ziehe jetzt um. Okay. Ich nehme jetzt die ganzen Samen mit. Weil das ist so das Nächste, was wir brauchen. Was gut wäre. Und da sind wir kurz davor. Nahrungstüchter. Wir brauchen 12 PPT Sauerstoff. Wir haben jetzt 8. Und das steigert sich im Minutentakt, im Sekundentakt ungefähr, grob, ne? Maxi, wo kriege ich denn jetzt eigentlich Essen her, wenn ich jetzt so langsam hungrig werde? Darüber rede ich gerade. Ich habe jetzt quasi so dafür gesorgt, dass wir möglichst viel Sauerstoff produzieren. weil dann kriegen wir den Nahrungstisch drin und dann essen wir viele, viele Monate Auberginen. Nice. Magst du Auberginen? Ja, schon. Gut, weil jetzt habe ich noch Nahrungspacks. Magst du Auberginen? Nein. Ich muss sagen, das ist für mich echt eine weirde Frucht. Ja, Auberginen können richtig gut sein. Also ich verstehe es. Meistens sind Auberginen so wabbelig und äh. Die sind sehr wack. Aber Auberginen haben zwei Zustände, in denen sie geil sind. Einmal fast flüssig, also wenn du sie so lange backst, dass sie halt sich verflüssigen. Ja. Das ist geil, so richtig gut gewürzt danach. Äh, oder Kross, wenn du sie so super dünn schneidest und dann irgendwie so mit Knoblauchöl einreibst und dann schön auf den Grill packst. Ja, Knoblauchöl ist, finde ich, nie ein Argument. Weil ich kann meinen eigenen Kot in Knoblauchöl frittieren und ich würde ihn essen und lecker finden. Ja, gut. Das ist halt schon was anderes, wenn. Okay. Das ist, äh, ist ein Argument. Ist ein, ist ein, ne, kann ich, kann ich so nicht anders sagen. Ja. Wobei, ich glaube, man, Knoblauchöl, darf man da drin frittieren? Öl und frittieren ist doch ganz komisch. Muss man doch gewisse Regeln einhalten. Ich glaube, man kann nicht in Olivenöl frittieren, richtig? Ja, Olivenöl darf nicht so heiß werden, sonst wird es eklig. Ja, genau. Und Knoblauch selbst darf ja eigentlich auch nicht so heiß werden. Ja, Knoblauch wird auch bitter, wenn du zu heiß brätst. Naja. Das ist absolut richtig. Nichtsdestotrotz hat Knoblauch so eine magische Kraft. Das ist magic. Dass man es selbst frittieren könnte in Olivenöl. Nächster Kochstream von Maxim. Ob wir denn nicht? Ich bin mir vor, ich kack dann einfach in den Topf. Ich habe ein wenig gesehen, wie die Pimini gemacht hast. Das reicht. Die waren lecker. Aha, die sahen nicht lecker aus. Nee, optisch waren die eine Null von Hundert. Aber, ich muss aber auch sagen, dass ich so einfach generell, man hat Teig selbst gemacht. Das ist übel krass. Ja. Ja, das ist schon cool. Oh, jetzt haben wir ein Bonfire. Geil. Geil. So. Okay. Es gibt viel Iridium drin. Und irgendwie brauche ich das? Ja, Iridium machen wir ganz viel Wärme. Also nehme ich das alles mit. Jo. Du bist hier, bist du hier richtig beim Wrack? Du bist in die Höhle rein. Ich bin in der Höhle. Du hast das Wrack also noch gar nicht erkundet. Nee. Scheiße. Ja, darauf habe ich mich jetzt ein bisschen verlassen. Zumindest habe ich zweimal Sauerstoff dabei. Ich dachte, ich bin im Wrack. Ich dachte, hier wäre jetzt ein schönes Haus, wo ich reingehe und atmen kann. Ja, ist nicht so. Wieder auf die Holler verlassen. Bist du verlassen. Verlässt du dich, wirst du verlassen. Oh. Das ist schlau. Alter, Dankeschön. Ich habe doch gesagt, ich bin in der Höhle. Definitiv. Du musst ja irgendwo atmen. Ja, vor der Höhle ist ein Häuschen. Na gut. Das ist Lügengeflecht. Hä? Guck mal, ich habe gesehen, wie du da hinten ein Haus hingeballert hast. Siehst du mein Haus nicht. Lüge. Bist du blind? Ah. Ah, das ist sehr krass. Wieso bist du blind, Maxim? Die Augen sind viel zu viel verbraucht. Sie sind zu alt. Dankeschön, dann definitiv und das ist nur auf. Ich habe es nicht von dir. Ja, das Alter ist einfach grundsätzlich ein Problem. Ja. Wurde auch nicht besser mit dem Alter. Ja, irgendwann ist man so alt, so eine, hat dann so richtig dicke Tränensäcke und die ziehen einen dann halt auch mit runter, ne? Guckst du dann die ganze Zeit auf den Boden. Sie hängen da. Du sagst schon, Maxim, schämst du dich so? sind die Tränensäcke. Bei Frauen sind es die Brüssel, bei Männern sind es die Tränensäcke. Ja. Ich meine, du kannst halt deinen Rücken anspannen, aber ich, ich muss dann den Nacken nehmen, I guess. Nächste ich doch viel. Albern. Ja, das hört sich irgendwie nicht so gut an. Boah. Ich habe die Basis, glaube ich, ein bisschen beschissen gebraucht. Also, du musst so ein paar Jump'n'Run-Tricks schon drauf haben. Ui. Um da gut reinzukommen. Den nehme ich mal mit. So. And another one. Aber ich kann den Bildschirm auf die Kiste setzen. Ach, das geht nicht. Aber Bildschirme, ich habe das bei meiner Base nicht gemacht, aber ich glaube, ich muss mir mal einen Tisch bauen. Und dann wirklich den Bildschirm da drauf bannern, damit das so wirklich wie so ein Streamer-Setup aussieht. Ich muss den ganzen Rums angucken. Mikrochip-Abbaugeschwindigkeit zwei haben wir vorgeschaut. Ja, das finde ich nicht so worth, muss ich sagen. Weil ich finde, man baut super schnell. Aber ich glaube, das war am Anfang langsamer. Aber jetzt ist das so fast, Leute. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Abbaugeschwindigkeit erhöhen muss. Deswegen. Iridium, Silizium, Titan, Eisen, Treueisen. Entweder du baust ein ganzes Haus oder einen Tisch. Das ist natürlich crazy. Ah, ist okay. So, eine Solaranlage müssen wir auch noch bauen. Aber ich glaube, wir bauen hier noch eine Bibi-Solaranlage, Leute. eine Heizung hingebandert. Aber die Heizung macht dann auch noch mal. Die muss man nicht irgendwie befüllen oder sowas. Aber wenn du kannst, dann lieber Heizung 2. Ja, ist eine Heizung 2. Okay, perfekt. Ich bin ja smart, Maxim. Du bist wirklich smart. Ich kann die Heizung 1 nicht mehr angucken. Boah, ich kann die Solaranlage 2 noch angucken. Ich habe hier halt so viel Iridium, ich kann hier ein Heizkraftwerk hinbauen. Ist gut. Das wird auch am Anfang dafür alles, Achtung, verheizt werden. So, die Squad hat selber den Schrei mit abgeschrieben. Abgeschnitten, meine Lieben. Too much. Ich verkrafte das alles nicht mehr. Ja, vorsichtig. So, da ist er. Bitte kein Aluminium. Ach, ich hasse es. Scheiße. Aluminium, Leute, ist so ein riesen fucking Problem am Anfang. Es ist aber leider die nächste Tierstufe, deswegen brauchen wir das. Ich habe hier einen Haufen Aluminium, Maxim. Kannst du abrollen. Dir vertraue ich mich. Ich habe einen Haufen Aluminium, Maxim. Aber trust. Hey, Maxim. Aluminium. Never. Ich tausche gegen Eisen. Ja, Eisen werden wir, sobald wir die ersten Bohrer haben, werden wir keine Eisenprobleme haben. Das Problem ist, wir brauchen halt mehr Druckgeräte. Druck? Hm, die mehr Luftdruck machen. Also, du schaltest quasi, wenn du Sauerstoff machst, schaltest du quasi immer mehr Sauerstoffsachen frei. Also, alle Dinge snowboarden so ein bisschen. Ja, logisch. Aber Luftdruck hat nicht so einen hohen Tech-Tree. Also, das geht relativ schnell, gerade wenn du anfängst, so eins, zwei, drei Minen zu bauen. Das ist eigentlich schon over. Aber man braucht halt am Anfang sehr viele Bohrer. Bohrer. Bohrer, Bohrer. Ich habe nicht genug Eisen. What the fuck? So, ich baue jetzt hier einen Tisch. Jetzt hier meinen Arbeitstisch. So, bumm. Und auf diesen Tisch bauen wir jetzt. Mann, diese ganzen Monitor brauchen alle Eisen. Ich raste aus. Ah, jetzt haben wir Bohrerstuhl 2. Okay, das ist gut. Das ist wichtig. Ich wollte gerade diese Scheißbohrer bauen. Die brauchen wir eigentlich. Unnötig. Jo, der Luftdruck ist neunmal höher. Let's go. Schön ist, dass man hier auch keine Struktur beachten muss, Leute. Ihr könnt einfach bauen. Nur dann später, glaube ich, wenn es zu diesen komischen Verkettungssachen kommt. Ich glaube, dann ist es wichtig. Wir können Bohrerstuhl 2 gerade machen, ne? Genau, der war jetzt überwichtig. Den habe ich jetzt schon hingeschmellert. Weil der schaltet uns dann quasi in wenigen Minuten schon die nächste Technologie frei, weil der so viel schneller ist. Okay, soll ich auch einen Bohrerstuhl 2 hier hinbauen? Im Prinzip kannst du die Sachen einfach spammen. Also die höchste Technologie, von was du etwas hast, okay. Du musst natürlich auch zwischendurch Strom machen. Okay, ich habe noch keinen Strom, glaube ich. Ja, dann mache ich das schnell. So. Du bist hier? Nee, es ist global alles. Das Problem ist halt, ich glaube, das Ding muss ich abbauen wieder. Das war ein Fehler. Wir haben global Strom. Ja. Das ist ja unloblich. Ja. Der Strom ist global, Leute. Das heißt, ich kann hier einfach immer Strom klauen. Ja, das kommt doch an. Also irgendwann, also jetzt haben wir die stärkste Stromform ist doppel, also Solar Collector 2 und der braucht halt Aluminium. Wir müssen aber, glaube ich, ich muss mal ganz kurz diesen Bildschirm bauen. Das drehe ich hier durch. Kann ich jemanden nicht bauen? Na, dieser Bildschirm, der uns dann sagt, wie viel wir was brauchen und was so als nächstes kommt. Und bei mir ist es so, dass ich Luftdruck in meinem Spielstand sehr schnell freigeschaltet habe. Das habe ich. Ich habe den Bildschirm. Also wir haben Sauerstoff 13,48 PPT und unten drunter steht 11,03. Dann Wärme 9,33 von 15,2. Genau. Wärme ist halt so der Kicker und dann kriegen wir Bohrer und nach dem Und Luftdruck haben wir 1,4. Jo. Aber Wärme ist quasi das Nächste. Wenn wir viel Wärme haben, haben wir den Bohrer und Bohrer sind total insane, was Produktion angeht, weil die helfen uns, quasi davon noch mehr zu machen. wenn wir die Heizung nehmen. Warte mal, was war denn das Nächste? Botan. Wait, wait, wait. Hier, das ist es. Genau. Wir machen ganz viel Luftdruck. Dann kriegen wir lustige Module, dann können wir noch mehr E-Mails lesen. Dann kriegen wir Kernreaktor, dann haben wir gar keine Stromprobleme mehr. So, und dann haben wir Erzextraktor und Erzextraktor ist sehr wichtig. Okay, ich habe noch eine Heizung jetzt gebaut. So, ah nee, warte mal, ich brauche noch so ein Loading. Ich brauche noch ein Fortschrittsbildschirm, dafür brauche ich zwei Silizium und einen Einzelnen. Shit, du willst in Lust. Ich auch. Äh, was betrunken? Was, was für trunken. Er trunken, ververtrunken, produset. Mann. Äh. Oh, irgendwie habe ich komisch rausgetappt und reingetappt und kann jetzt nichts mehr klicken. Hm, hm, hm. Hattest du das schon mal? Nee. Ich kann, ich kann, meine Maus ist jetzt so gesehen drüber. Ich bin nicht mehr, ich... Ach so, dann Escape. Ja, ich weiß, aber funktioniert nicht. Erinnert es nicht. Ich muss einfach neu starten. Was passiert mit mir? Ich kriege dich raus, ne? Und dann lage ich mit einfach speichern und zurück zum Hauptmenü. Ja, da war dann lass mich noch eine Kiste schnell bauen. Okay. Weil ich weiß ja nicht, ob ich mich dann, ob ich mich dann auflöse. Hm? Weil ich weiß nicht, ob ich gespeichert werde dann. Ich speicher dich. Warte, sind wir gleich fertig? Okay, Problem. So. Jetzt bin wir... Also jetzt bin ich bereit. Bist du noch da? Ja. Zählt schon kurz Werbung. Dachte ich. So, okay. Dann kannst du mich jetzt kicken. Ja. So, und zwar, falls der Chat das auch spielen möchte, ausrufen sich einen Planet Crafter in den Chat. Der Planet Crafter ist jetzt in Version 1.0, also nicht mehr im Early Access, kriegt aber immer noch Updates. Und es gibt da so einen Link im Chat, den ihr anklicken könnt, um selber mal in das Game von Miju Games reinzuschauen. So. Das war zu knapp, aber ich hab's leider nicht geschafft. Ich hab das Wasser noch gecraftet, aber ich hab's nicht in meinen Hals bekommen leider. So. Ich bin wieder drin. Ich lade dich wieder ein. Genau. Freunde einladen. Maxim. Bumm. Aha. Ich werde gespeichert. Ich hab dich gespeichert, Maxim. So. Bumm und Bohnen. Ich hab übrigens hier Bohnensamen. Genau. Bohnen sind auch gut. So. Eisen, Wasserflasche. Also ich will jetzt ganz viele Heizungen bauen. Ist das richtig? Ich baue hier ein Heizkraftwerk, Maxim, wenn du das sagst. Mh. Heizungen sind immer gut, ja. Also langs immer die besten sind. Heizungen 2. Ja. Dann ist alles cool. Kann ich irgendwie machen, dass ich Heizungen 3 bauen kann? Nö. Müssen wir erst freischalten. Und wie machen wir das? Äh. Naja. Da muss man gucken, was man als nächstes dann technologiemäßig braucht. Aber meistens ist es in der gleichen Ebene. Also normalerweise, so wie ich es jetzt jetzt auch so ein Gedächtnis habe, ist mehr Heizungen bringen mehr Heizungen. Okay. Ah, das Spiel ist gerade 30% reduziert. Ja, das ist ja auch geil. Dann rein, Leute. Ja, Gönnung. So, wir brauchen Eisen. Also ich glaube, wenn man so auf Survival Craft ein bisschen erkunden steht, ist das auf jeden Fall worth. Genau, wir haben jetzt quasi Hollands Spiecher noch genommen, damit das diejenigen, die es noch nicht kennen, auch von Anfang an sehen. Also das Let's Play davon, was ich ja gemacht habe, ist ja wirklich schon mittlerweile sehr alt. So in YouTube Jahren gedacht. In YouTube Jahren. Eisen. Eisen, du bist wo. Das Ding ist halt, Leute, das Titanzeug und alles brauche ich auch. Ja. Wir sind bei 17,35%. Bis blauer Himmel. Ja, das dauert. Also mein Spielstand war da glaube ich 17 Stunden alt oder sowas. Und dann, so nach 20 Stunden hatte ich einen blauen Himmel. Aber jetzt halt ohne super highly efficient zu sein. Also wir sind halt doppelt so schnell, weil Holla kann jetzt in Ruhe erkunden, während ich halt hier die ganzen Stats hoch schraube. Ich mache ein Heizkraftwerk. Also ich bin auch bei YouTube. Aber die Erkundungszeit ist halt eigentlich sehr spaßig, aber halt also du, das ist jetzt kein Economy Trade, den du dann weiter betrüttelst. Aber es ist schön, dass quasi die Zahl und so weiter halt in Ruhe hochtickt. Das ist immer das, was ich aber jetzt für Weihbar halt wichtig finde. Das ist immer so ein schönes Gefühl, 1000 Eisen in einen Ofen zu tun und dann zu gehen. Ja, Mann. Verstehe ich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber irgendwie fühlt sich das einfach cool an. Vorsicht, Kometen. In der Höhle. Downcare. Downcare. Ja. Bissens schade, dass der Züchter keinen Sauerstoff macht. Äh, kriegst du. Aber er verbraucht Energie. Fuck. Aber hier wird nichts zerstört, beide. Alles cool. Ja, deine Wärmekraftwerke musst du irgendwann auch mit Solar ausgleichen. Okay. Das kostet das zu viel. Also das ist halt zu viel, sondern du musst das eh machen. Scheiße, ich habe kein Aluminium. So. Okay, also die erste Aubergine wird angebaut. Geil. So. Äh, darf ich das mal? Okay, dann haben wir jetzt nochmal das und zweimal Kobalt. Also Kobalt ist mit sich das Schönste, muss ich sagen, weil man sieht es aus 700 Kilometern. ein großer Kobalt ein großer Kobalt-Fan. Wir nehmen es mit. Ja, es ist einfach zusammenzocken. Also, du kannst hier Escape drücken und dann, also ich kann es jetzt nicht, aber hier ist dann ein Button, der lautet Freund einladen von Taddeus. Ja, war ultra easy. ist wirklich sehr chillig. Müsst du übrigens nicht ausrichten, also nicht korrekt ausrichten, was die, das Bauen von Solaranlagen angeht. Okay. Da kann man auch einfach mal, also ich kann die auch in die Felswand bauen. Das ist egal. Solaranlage. Zwei Kobalt, ein Aluminium, ein Silizium. Okay, okay, okay. Nee, ein größeres Wohnen soll bauen. nee. Kobalt und Silizium für die jetzt noch hier. Ich kann auch nicht aufhören zu hüpfen, Leute. Wie viele Spiele gleichzeitig geht. Also, laut dem Briefing, also wir kommen am 8. Ich finde, 8 ist schon echt viel. 8 ist wirklich viel. Der Host ist dann natürlich auch gleichzeitig der Server, aber ich glaube, das ist selbstredend. Ich habe eine Solaranlage gebaut, Maxim. Das ist voll diese, ja. Ich habe auch gleich eine geheatet. Geheat! So, das ist der Blaupar-Bildschirm. Das ist der Terraforming-Bildschirm. Ich gehe noch einen Fortschritts-Bildschirm auf, wo ich Eisen, Silizium und Kobalt. Okay. Das heißt, du lebst von den restlichen Nahrungspacks gerade? Jo. Okay. Ja, dann mache ich das so, dass du dann zurückkommen kannst und wir Aubergine haben. Ich habe noch ein paar. Spätestens dann so, dass man die Bohrer hinsetzen kann und der Bohrer zeigt dir dann an, was er, wonach er so bohrt, was quasi die besondere Quelle ist, aber er ist realistisch. Das bedeutet, wenn ich den jetzt zum Beispiel bei Aluminium hinbaue, dann hat der, glaube ich, so 15 Inventarslots und knapp ein Drittel davon ist dann mit Aluminium gefüllt und der Rest ist mit allem Möglichen. Was ja auch seine Vorteile hat, weil du hast dann halt immer genug Titan und Eisen und so weiter. Bro. Das ist fast wie der Sonne hier glitzert. Jo, das habe ich auch irritiert. Das habe ich auch mehr dunisiert. Das ist dann das Spice. Ja, das ist Spice. Das ist dann an anderen Stellen noch heftiger, habe ich das Gefühl. Also es glitzert schon sehr doll teilweise. Ja, aber das ist cool. Jo. So, ein Holz. Kann man nicht. Wasser. Noch eine Aubergine. Das haben sie übrigens geändert. Wenn jetzt die Aubergine farmt, wird sie instant neu bepflanzt. Das war vorher nicht so. Das musste man legit manuell machen. Natürlich ein bisschen Albern ist. So, ich lagere das hier mal hin. Ja, also wie gesagt, der nächste Technologie-Sprung ist halt Aluminium. Dann geht es, muss ich sagen. Dann findest du in der Regel zu jeder nächstwichtigen Sache eine Höhle und dann später hast du so eine Raketenplattform, wo du dann zum Beispiel sagst, jo, ich hätte gern übelst viel Uran und dann schlägt dann in deiner Nähe 1000 Uran-Kometen ein. Dann sammelst du den Bums einfach ein. So, noch eine Heizung. Genau, versuche noch ein paar Druckbohrer da zu bauen. Bohrer wären auch noch wichtig. Weil Bohrer machen Wärme und Luftdruck. Also Wärme ist sehr bad, aber der Luftdruck ist wichtig, weil ich glaube, Luftdruck schaltet dann nicht wieder auch die Bohrer frei. Ich muss mal gucken. Also wir müssen auf das gehen, was quasi den Bohrer freischaltet für Erze. Den Erz, Erz irgendwas. Weil sonst werden wir bekloppt wegen dem Aluminiummangel. Hm. Also bisher habe ich keinen Aluminiummangel. Bist du jetzt eigentlich so ein Brack bei dir da durch? Nö, das lasse ich nicht machen. Achso, okay. Dann komme ich gleich. So, dann hast du ja... Aber ich kenne es ja schon. Mhm. Ist das 2D Subnautica? Das ist 2D hier. Das ist richtig. Ja. Richtig. Das ist 2D. 3D ist Super Mario. Ja. Und 1D ist Backpack Battles. Backpack Battles. So, scheiße. Das ist so die Titelbetitelung, wie gut Spiele sind und wie viel Budget entsteht. Oder? Konnte leider on the fly jetzt nichts ausdenken. Wie dumm ich die Ds jetzt noch gestalte. Ja, gibt's auch. Umgekehrt. So, meine Idee. Gibt's auch Quadruple D? Ja, Triple D. Gibt's in verschiedenen Ausführungen. Aha. Aber hier ist... Gibt's 4D. Ja. Das ist schwierig. Das ist schwierig, ja. Das ist richtig. Das wäre cool, wenn man irgendwie noch kleine Sachen on the fly craften könnte. So Sauerstoff. Einfach so zwei Kobaltkristalle ineinander smaschen und schon hast du die Flasche das ja perfekt. Das wäre ziemlich praktisch. Das wäre keine Tiefe. Das stimmt. Das ist ja keine Tiefe. Das ist ja... Da fehlt aber auch noch das Wasser. Das Wasser kommt noch. So, Bohrer Stufe 2. Das Wasser kommt noch. Ich hab' einen zweiten Bohrer gebaut. Also der richtige Snowball-Effekt kommt dann mit Raketen. Also dann schießt du quasi... Du hast einen Wert, den du jetzt erreicht hast pro Sekunde und dann kannst du den irgendwie mal 10 rechnen oder halt um 1000% erhöhen. Ich hab' gerade Eisen-Bottleneck. Ja. Deswegen müssen wir halt schnell jetzt gucken wir mal diese Anzeige an. Ich hab' jetzt auch kein Aluminium gefunden. Ne, doch ein bisschen was. Aluminium hab' ich. Ich will auch gleich mitbringen, wenn du willst. Was ist denn so das Wichtigste, was ich mitbringen sollte? Ja, eigentlich nur Alu. Und dann alles, was beschleunigt. Und den... Also der Bohrer ist cool. Weil der macht nochmal richtig viel Luftdruck. Aber ich hab' das Gefühl, den Luftdruck Tech-Tree hat man sehr schnell erreicht. Also das ist bei mir der erste, der quasi fertig war. Und bei anderen dauert's noch 100 Jahre. Deswegen... So. Drehen, 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 drehen. Und Bam. Und Overgine. Ich bin fertig, ne. Okay, die brauchen tatsächlich schon ein bisschen, um zu wachsen. Okay, ich komm mal drüber. So, dann könnte ich mir jetzt noch eine Heizung bauen. Ich hab' ne ganze Kiste Alu dabei. Weil ich bin krass auf Alu gefunden. Das ist gut. Das ist hier. Eisen und... Ach, fuck, man. Eisen ist wirklich nervig. Ah. Ja, das Essen ist noch nicht fertig, Holla. Sag mal, hast du hier keine Ordnung in den Kisten, Maxim? Nee, das mit den Kisten macht das noch keinen Spaß und keinen Sinn. Man kriegt später Schränke. Jetzt aber Kommunikationssystem. Das kannst du auch irgendwo hinrammeln. Da kannst du richtig viel E-Mails lesen. Ich würde das auch noch... Also, sobald wir Schränke haben, sind halt Kisten auch sehr schnell useless. Deswegen hab ich da jetzt noch nichts Großartiges gemacht. Früher konnte man die auch nicht beschriften. Das ist jetzt neu, tatsächlich. Genau, hast du noch Samen gefunden? Nee, du warst in der Höhle, ne? Ich hab zwei Samen. Die hab ich auch, glaub ich, schon... Nee, die hab ich noch nur im Tag. Leg ich dir in die Base. So, die kleine Bimse war schon da. Ja, ist mein Joghurt geklaut. Ja, wenn du Joghurt isst, kann ich das sagen. So, Joghurt ist einfach nice. Okay, dann machen wir hier noch ein PC drin. Und das? Das Aluminium und Samen. In der Kissi. So, guck mal, hier haben wir voll das Streamer-Setup. Ey, geil. So. Das Streamer-Setup an dem Streamer-Setup. Genau, keine Kommunikationsantennen reicht, weil die Kommunikationsantennen musst du quasi noch bauen. Mhm. Wir haben nur 2,1 kW noch übrig. Wir sind also strommäßig... Also heftig am Limit. Deswegen baue ich mal noch eins. Noch einen Sonnen-Connector, oder? Jo. Fuck. Fuck, ich baue mal hier so. Man kann dann aber auch richtig schön bauen, nicht so wie du hier, ne? Also man könnte ja alles mit Gerüst näher machen, aber ich weiß noch nicht, ob das unsere Mainbase... Oder deiner, dass das seine Mainbase wird, deswegen rotz ich erst mal viel. Ich bin sehr froh, dass schon alles global ist. Das ist mir schon extrem angenehm. Okay, blauer Himmel. Entsteht bald. Bald! So, die ist noch nicht gewachsen. Der ist also normal. So, dann lassen wir mal ganz kurz auf die Technologiebau kommen. Also, was wir wollen, ist der Bohrer. Wir brauchen also Luftdruck. Luftdruck ist sehr wichtig, weil er sorgt für unendliche Energie durch den Kernreaktor später. Das bedeutet, wir bauen alles, was Luftdruck macht. Und das ist dieser epische Gigabohrer. Der epische Gigabohrer. Das heißt, zweimal Eisen, zweimal Titan. Boah, Eisen. Ich habe sauviel Stoff gerade gefunden. Das ist gut, da kann ich mir die Schuhe machen. Ich bin ja noch ohne Schuhe. Ja, wir können die Stufe 2 Schuhe, glaube ich, dann auch direkt machen, ne? Fuck. Eisen. Das Eisenproblem ist dann auch sehr, sehr schnell gelöst. Also, ich habe dann quasi auch so eine kleine Mini-Base einfach nur wegen der... wegen dem Eisengab. Also, weil der Bohrer steht, bist du so glücklich. Der wird dir so viel Mist da. Also, du musst dann... Das war auch ein bisschen weird gelöst. Der hätte ich gerne noch so ein Transportsystem. Aber ich glaube, das kommt dann mit den Drohnen. Du musst neben dem Bohrer 400 Milliarden Schränke bauen. Ah, den haben wir jetzt sogar. Geil, er ist endlich da. Der Schrank ist da. Schrankt Tank. Da kann ich jetzt nicht mal ein bisschen Ordnung machen. Nice. Bewässerung niedrig. Ja, die Übersetzung ist ja, glaube ich, einmal durch den Google-Übersetzer gehauen. Mhm. Aber das ist okay. Ich habe hier Pest-Tera-Samen und Lira-Samen und Changa-Samen. Oh, sehr gut. Die müssen wir auch wieder Instant bauen. Da machst du, ich habe das hier also in die Käste gebraucht. Und drei Stoff. Die kannst du auch direkt verkraften, wenn du willst. Jo, ich mache die Schülchen. Wir können jetzt einen Schrank, hast du gesagt. Ja. Dann baue ich mal hier unseren ersten Schrank hin. Genau, ich baue die Base noch weiter aus, damit wir da einfach mehr Platz haben. Weil die wird jetzt, also jede Basis, die wir jetzt bauen, das könnte jetzt die Finale oder die Vorfinale-Basis sein. Ich würde sagen Vorfinale, oder? Weil wir haben jetzt so viel neuen Kram. Und das Einzige, was man dann quasi machen sollte, ist, wenn wir dann so die ersten Sprenkler-Anlagen haben, wo wir die Pflanzen auf den Boden verteilen, dann gehe ich da wieder hoch und hole die Pflanzen da oben ab. Ja. Damit die Sauerstoff-Multiplikatoren von 10 auf 3.000 steigen. Auf 3.000. Piep. Piep. Piep, pop, 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 pop. So. Ich glaube, ich habe den Schrank falsch rum hingebaut, sagt Chad gerade. Ja, ist mir am Anfang auch passiert. Also nur, den nur falsch rumgebaut. Aber früher konnte man den auch nicht beschriften. Weshalb es nicht so schlimm war. Dass es sich nicht so schlimm anfühlt. Noch mehr Stoff? Aber eine gewisse Schlimmigkeit ist trotzdem da. So. Eine gewisse Schlimmigkeit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Haben wir noch einmal Eisen? Hier im Raumschiff liegt ein Haufen Eisen. Scheiße. Na gut, dann machen wir erstmal ein bisschen Ordnung, Leute. Also hier machen wir auch mal Alu hin. Der Aluschrank. Der ist wichtig. So, das klaue ich hier gleich mal raus. Hier werden wir auch wieder alles in den Schrank abgelegt, was ich gesammelt habe. Jo. Dann machen wir hier Iridium. Bam, bam, bam. 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 Bam, noch mehr Eisen. Dann machen wir vielleicht noch mehr Schränke. Kürbis. Aber gescheinlich keine Kürbis. Kürbis ist gut. Kürbis, Schmürbis. Kürbis, Schmürbis ist sehr gut. Du kannst jetzt glaube ich schon das erste Essen. Nee, immer noch nicht. Fass es nicht an, oder? Nee, ich fass es doch auch nicht an. Das wäre jetzt richtig scheiße, wenn du es jetzt anfassen würdest. Okay. Don't do it. I don't do it. Don't do it. Das sind auch so Serverschränke. Die kann man aber noch nicht abbauen. Genau, das kann ich auch noch nicht mal. Da muss man irgendwie den Abbaustufe 2 machen. Und ich habe noch nicht rausgekriegt, wo der ist. So, kannst du bitte... Nee. Okay, dann mache ich das. So. Kann ich nicht. Geh mich. Ich baue jetzt hier den Epic-Bohrer hin. Look at this motherfucker. Aber das Witzige ist, es ist genau wie bei meinem Let's Play. Sobald man hier ist, in dieser zweiten Base, an diesem zweiten Wrack, baut man den Bohrer. Weil der ist einfach... Der ist einfach... Oh, ich weiß, warum ich den nicht gebaut habe. Oh, Jesus Christ. Ich brauche... Können wir noch mal Gnesium? Ja, eins noch. Mit zwei Stoff. Wir holen mal den Stoff da trotzdem einfach rein. Das muss ich jetzt später auch rein. Die Schuhe helfen mir jetzt nicht. Helfen mir nicht. Ach! Jetzt habe ich den falschen gebaut, wegen euch. So. Okay, der Bohrer bohrt. Das Biodom sieht übel cool aus. Jo, das sollten wir aber dann machen, wenn wir wirklich eine Base haben wollen. Weil bei dem Biodom werden wir sehr viel sein. Mhm, mhm. Beim Biodom werden wir... Ups. Hast du eine Kommunikationsantenne gebaut? Wenn nicht, baue ich die gerade. Jo, baue die mal. Die brauchen wir nur einmal. Bin ich eigentlich noch zu retten? Nee, absolut nicht. So. Also, wunderbar. Der Bohrer bohrt. Dann kriegen wir Biodom. Biodom ist sehr cool, weil wir kriegen ja die erste Rinder. Aber wir wollen mehr Luftdruck. Voila. Rockluft. Guck mal. Der macht Luftdruck. Ja, wir brauchen einfach nur Bohrer. Bohrer ohne Ende. Dazu brauchen wir aber mehr Energie. Und dazu brauchen wir Magnesium. Magnesium. Und so richtig los geht es dann mit Kernkraft. Wenn wir Kernkraft haben, dann chillen wir unsere... Unsere Näs. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob der unter Wasser gesetzt wird. Bei der Antenne, Holla. Was sehen wir dann? Sehr gut. Ja, alles wieder abbauen. Perfekte Einstellung. Achso, das da hinten, wo du die ganzen Solanmodule hast, wird nicht nur noch Wasser gesetzt, oder wie? Äh, nee, da nicht. Okay, dann baue ich das halt um. Da nicht. So, du hast jetzt hier noch einmal Liasamen. Das ist gut. Die brauchen wir dann später zum Umwandeln. Pastere-Samen. Dann mache ich mal eine... Pflanzenröhre. Geil. Dann machen wir jetzt das Wasser und Brauchstoff und dann verpasse ich mich wieder. So, noch mehr Eisen? Wobei, nee, ich habe jetzt die Base erweitert, das ist doch dumm. Kann man bei dem Spiel eigentlich versagen, was falsch machen? Also, eine Sache bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da... Ob da eine gewisse Fehlerquelle ist. Und zwar findet man diese Pflanzen hier. Man findet diese Pflanzen in diesen Behältnissen. Und ich weiß nicht, ob man da verkacken kann. Weil die Pflanzen sind... Ich glaube, die sind endlich... Ich weiß nicht, ob man die irgendwie... Man kann so einige mutieren lassen und so vereinen zu sogenannten Superpflanzen. Die dann einfach... Alter. Die einfach eine bessere Versorgung haben. Eine bessere Sauerstoffversorgung. Aber aus denen kann man Sachen craften. Und bei den Lea-Samen habe ich bei meinem Spielstand ein bisschen... Nicht Probleme, aber... Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Also, ich muss jetzt meine alten Bases alle abklappern. Und einige davon sind unter Wasser. Kannst du denn da aber auch schwimmen? Ja. Man kann sogar so ein Sauerstoff-Ding machen, dass man besser atmen kann unter Wasser. Ah, wie cool. Also, das... Die Idee vom Wasser ist hier sehr... Fest integriert. Nice. Ich habe das Gefühl, es ist auch schon klarer jetzt geworden. So, es ist nicht mehr so rot. Ja, den Himmel haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ich glaube, der ist jetzt durch. Ach, ich habe noch einen Bauplan. Ne, wir sind bei blauer Himmel 38%. Ach so. Dann ist es vielleicht nur Nacht. Das ist Tag. So, wie war das Turnier gestern? Turnier gestern war sehr erfolgreich, ja. Sehr müde, aber... Ja, du warst ja fertig. Da bist du normalerweise schon im Bett, ne? Ja, ja. 22 Uhr. 22 Uhr ist schon Daddy. Dead Time. Das ist Sauerstoff-Wies ein bisschen close. Ich glaube, ich mache mir jetzt die Schuhe, Leute. Es kann sein, dass ich mich jetzt in die Kiste verwandle. Ja. So, es wird dunkler. Ich meine, vielleicht schaffe ich es noch in die Tür. So, that's me. Ich habe es nicht geschafft, aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Wir haben einen neuen Bauplan. Recyclingmaschine. Okay. Die habe ich, glaube ich, gebaut und die, glaube ich, nie benutzt. Ich glaube, ich habe die legit nicht benutzt. So, wir machen noch einen Bohrer. Boom. Und dann... Was wollte ich dann machen? Schuhe wollte ich machen, ne? Gib mir die Boots. Ich bin gerade auf dem Feld in den Hole geklettert. Das ist gut. Oh, cool. Was ist denn da hinten? Ich muss da hinlaufen. Gibt es Fallschaden? Ja, aber sehr gering. Au. Ich habe es gerade gemerkt. Der Fallschaden ist wirklich super überschaubar. Ja, nicht, wenn man von sehr hoch springt. Naja, die limits. So, wir haben die erste Obergine gefarmt. Ach ja, ich wollte jetzt noch so ein Pflanzen-Ding machen. Wir haben neue E-Mail. Die E-Mail, ich lese vor. Wir haben eine E-Mail aus dem Jahr 3058. Und beide E-Mails aus dem Jahr 3058. Das ist ja super. Äh, welche lese ich zuerst vor? Rhyme oder Sandel Corp? Ist egal, ne? Na ja, hör mal, was die Arbeit von uns will. Sandel Corp, okay. Dies ist eine automatisierte Nachricht. An Sträfling GP8971L. Okay, wir sind Sträfling. Äh, sie haben beschlossen, ihre Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn sie wollen, dass alle gegen sie ausstehende Anklagen fallen gelassen werden, müssen sie diesen Planeten vollständig terraformen. Unsere Sensoren scannen regelmäßig ihren Fortschritt und senden ihnen die erforderlichen Baupläne. Besuchen sie auf keinen Fall Sandel Corp zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Terraforming feststellen, werden sie als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Sie können kein Eigentum oder irgendetwas von Wert auf dem Planeten für sich beanspruchen. Sie dürfen nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Sie dürfen diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Ja, 3058. Unhöflich. Ja, übel unhöflich. Aber wir sind anscheinend auch ein bisschen unhöflich, weil wir sind Kriminelle. Ja, das... Ja... Sollen sie uns erstmal nachweisen. So, Kriminelle. Okay, und dann haben wir eine Nachricht von Riley. Hallo. Ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das sie geschickt wurden. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, ihnen einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in ihrer Kapsel und vielleicht in Weltraumwracks finden. Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn sie die richtigen Voraussetzungen erfüllt. Ähm, versuchen sie also einige Gemüsesamen zu finden. Erkundung und Verbesserungen sind von elementarer Bedeutung. Erforschen und verbessern sie ihre Ausrüstung, um ihre Überlebenschance zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht sie. Ja, 3058. Jo, das haben wir doch geschafft. Oder? Und ich habe hier, glaube ich, noch ein... Ne, das ist so ein altes... Das ist das Logbuch, was wir gefunden haben. Okay. Ja, sieht schon mal nicht schlecht hier aus, True. So. Gut, also ich mache mir noch mehr Pflanzen, weil es ist immer wichtig, Sauerstoff hochzuhalten. Das heißt, alle Pflanzen, die wir finden, die Sauerstoff machen können, wie zum Beispiel die Samen, die Pastera-Samen, die müssen eskalieren. Das heißt, wir brauchen Eis, Eisen und Silizium. Ich gehe es auch anerkunden. Jo. Du rastest aus mit Sachen. Ja, du kannst erkunden. Ich mache hier, dass die Stats hochgehen. Nice. Die Stats sind richtig... Die sind so coole Felsformationen. Äh. Ja, jetzt nehmen wir mal hier alles mit und die Kiste ist Eisen. Ah, ich drücke mal die 1, ich bin so hoh, ey. Also, wenn ich das Mausrad benutze, Leute, um den Modus von dem Gerät hier zu ändern, kann leider mein Gehirn nicht anders, als wieder auf die Ausgangsstelle zu gehen. Und die Ausgangsstelle ist für mich immer 1. 1. Okay. Da ist noch Eisen. Und Eis. So. Kann man Wasser aus dem See trinken? Ja, das ist dann so eine Mechanik, die funktioniert. Also, wenn hier irgendwann mal wirklich Niederschlag entsteht und, believe me, es wirkt plötzlich, dann kannst du da easy draus trinken. Ja, das ist immer klares Wasser. Nice. Und das ist immer so lustig. Ich sage, ich gehe erkunden. Menschen im Chat. Links! Während ich mich schon 25 Millionen mal gedreht habe und eigentlich auch gar nicht wissen möchte, was Leute von mir wollen. Das ist immer die beste Einstellung von streamenden Menschen. Es ist auch immer so schwierig, auf Menschen zu reagieren im Chat, die keine vollen Sätze bilden können. Was will ich denn mit einem Links anfangen? Oftmals. So. Verstehe ich. Da! Aber! Da! Hinter mir! Okay. Ich habe so viel Lauf. Leute, volle Sätze sind Banger. Subjekt, Prädikat, Objekt. Habt ihr vielleicht irgendwann mal gelernt? Der erste Schritt. Ah. Das DFT-Turnier lief gestern gut, Leute. Soll ich so eine Nachricht anpinnen? Ist das besser für euch? Soll ich in den Titel schreiben? TFT-Gewinner streamen? Was will ich mal eigentlich... Also der Koki-Maxim hätte gestern in den Gewinner-POVs oder sowas in den Titel geschrieben. Aber sowas mache ich nicht, weil ich... Wenn ich weiß, ich bin... potenziell scheiße. Aber ich hatte gestern sehr viel Lack, muss man sagen. Ey, der Wohli-Bär, ne? Ich fand das eine Ireda-Game-Fie. Nicht schlimmer. Also um sieben, Ireda 2 zu haben, ist schon... Also mit Items ist schon dumm. Das ist Lada, Lada, stupid. Stupid. So, noch mehr Eis, bitte. Matteo hätte sowas in zentrum gesehen. Matteo? Nee. Oder? Also wenn jemand... Wenn ich jemand als nicht hochnäsig einstufen würde, dann wäre es Matteo. Ich glaube, Matteo undersells sich, glaube ich, jedes Mal. Deswegen, das ist... Aber Matteo bildet sich schon sehr viel auf seine Titel ein. Welche Titel? Hä? Irgendwas mit... Mechabellum, Europameister und dies und DLDU und das und whatever. Hat er nicht irgendwie sogar ein... Sogar ein Bildschirm? Also sein Screen? Und vom... Und deshalb Hintergrund ist ja nicht irgendwie alle seine tollen Titel, die er irgendwie mal erstritten hat. Ja, aber das macht man ja nur, weil man ja damit nicht rechnet. Jemand, der confident ist und weiß, dass er Pokal hat, stellt er seine Pokale nicht aus. Aber jemand, der Pokale erhält und nicht damit gerechnet hat, der präsentiert die. So mache ich das ja auch. Ich habe ja hier auch meinen Pokalschank. Ja, außerdem ist das ja mehr ein Meme bei ihm mit hier Maxim in Mechabellum mal ein Game von 10 abgezapft, weißt du? So, solche Sachen kommen dann natürlich auch. Ich verstehe, hier ist übrigens der krasse Torbogen. So, ich bin noch eine Aubergine. Oh, ich brauche Eis die ganze Zeit. Eis, Eis, Baby. Hat er auch Bilder von sich selbst zu Hause an der Wand? Warte, was? Da habe ich gestern mit Jana auch drüber geredet, dass es bei einigen so ist, die das so machen. Wie Bilder von sich selber zu Hause an der Wand? Naja, aber man, also das ist dann so, ich stelle dir vor und mache es ein Bild von dir und im Hintergrund ist der Eifelton. Ja. Das ist ja mehr so eine Memory, die du ja quasi dann verkaufst. Ja, aber würde ich nicht aufhängen. Alles krass. Sie fühlt sich da auch komisch. Also ich, also Bilder mit Leuten, so mit Freunden und sowas, das ist ja. Ja, das ist ja meistens so. Aber ich und ein Objekt, Gegenstand oder sonst irgendwas, nö, sehe ich nicht. Warum soll ich das aufhängen? Das habe ich auf dem Handy und gut ist. So, und das habe ich in meinem Kopf. Ist für mich das so, ich vergesse die Sachen oft irgendwann und dann, ja, brauche ich die. Also dann freue ich mich, die nochmal zu sehen, soweit ich es eigentlich von mir lerne. Aha. Deswegen, also so Erlebnisse, abfotografieren, in Anführungszeichen. Ich fotografiere nie Sachen. Das ist das Ding. Ich habe, ich habe letztes festgestellt, dass ich, oh, der Plan ist jetzt übel rot hier. Oh. Ich wurde gehedet, um auszumingen. Ich habe letztes festgestellt, dass ich von meinem Geburtstag keine Fotos gemacht habe. Es war ein übel schöner Geburtstag. Ich habe mit Freunden gefeiert, so auf der Terrasse, mit Grillen und Essen und was trinken und zwar mega, mega cool. Ja. Ich habe nicht ein einziges Foto an dem Tag. Aber das ist irgendwie wack. Also nee, das ist nicht wack, aber es tut mir, also ich weiß, dass ich mich dann ärgere. Ja, ein bisschen ärgere ich mich darüber auf der anderen Seite, denke ich mir so, aber ich habe halt komplett und absolut in dem Moment gelebt und das ist halt eigentlich schon ganz geil. Ich hätte da aber trotzdem gar niemandem Foto gemacht. Ja, ich versuche auch daran zu denken, wenigstens ein Foto von so besonderen Sachen zu machen. Also zum Beispiel auf den Kaktus habe ich jetzt auch ein, zwei Fotos gemacht. Ja, aber ich freue mich da jedes Mal. Also ich bin da manchmal so, dass ich dann zum Beispiel random auf Instagram mal wieder tüdel und mir so alte Sachen anschaue und dann merke ich, wie viel ich vergessen habe. Ja, also so Insta, so Storys und so mache ich dann auch eher öfter, als dass ich tatsächlich Fotos mache. Okay, Leute, wir bauen das jetzt hier wieder ab. Das ist halt so krass, na? Also man muss halt alles, also alles, was ihr aufgebaut habt, Leute, könnt ihr beim nächsten Technologiesprung sofort wieder abbauen. Alles normal. Ja. Ein bisschen nur angenehm ist schon. Normal. Hast du mal Status Factory gespielt? Ja, Status Factory ist nochmal anders, weil das halt, da bleiben einige verbringen schon sehr lang. Ja, aber sobald du neue Bänder und sowas hast, ist RIP alles. Ja, die kannst du ja schnell ersetzen. Ich tilte. Dieser Strom. Strom. Nein, jetzt habe ich kein Maglesium. Jetzt muss diese Pflanze sterben. Okay. Gib mir das mal Maglesium, Junge. Nein, Metars Volk! Ist sie gut? Also ich bin ja so, meine APM, um Base zu bauen, ist einfach nur unnormal. Das ist einfach crazy. Aber ich will ja diesen Sauerstoff. Scrollst du ab und zu, du hast dein Handy und guckst dann so Bilder an? Manchmal. Aber eigentlich recht seltsam. Manchmal kommt man in so eine Mood, wo ich mir da, keine Ahnung, die Bilder in Berlin von meinen Kindern angucke. Die Mood komme ich. Ja, ich glaube, mit Kindern ist es auch wieder anders. Ja. So, Bilder mit Kindern angucken, ist ja was anderes, wie Bilder von sich selber angucken. Ja, aber das ist die Masseinformation zu groß und man vergisst es. Weil die sich so schnell entwickeln, die Kinder. Ja, ja. Man vergisst dann so einige Stufen. Ah. Nee, deswegen, also deswegen finde ich es eigentlich auch ganz lustig, dass viel von meinem Leben zum Beispiel auch einfach auf Twitch passiert und ich dann halt einfach immer auch Twitch-Clips gucken kann. Ich gucke mir unfassbar gerne irgendwie Twitch-Clips an mit Freunden, was so lustiges passiert ist. Also so, keine Ahnung, ich habe mir gestern den Clip angeguckt, wie wir zusammen Sons of the Falls gespielt haben. und du die Base einfach kaputt gemacht hast. Mit einer Granate, du Schwein. Ja, das war wirklich lustig. Aber sowas halt noch mal angucken, ist schon übel funny einfach. Das stimmt. Alter, siehst du das, wie ich da die Zahl da oben nach einfach so heftigst hochdrücke? Ja, ja, ja. Ich habe drei Sauerstoffgeräte gebaut, die wir ersticken gleich. An Sauerstoff. An Sauerstoff. Brauchen wir noch Strom, weil ich kann jetzt gerade, ihr könnt gerade so ein Solarpanel stellen. Das kannst du immer bauen, actually. Also die höchste Stromversorgung kannst du immer bauen. Hä, so viele. Ja, ist ja doch. Nein, was ist das denn? Ja, so Leute, die zum Beispiel auf Konzerten das komplette Konzert filmen, finde ich auch ganz schrecklich. So, also ich mache das auch, so, dass ich mal irgendwie so ein, zwei Momente von irgendwie coolen Songs oder so zu aufnehmen, um das irgendwie weiter zu schicken und so ein Freund zu sagen, hey, ich war hier auf diesem ultra coolen Konzert. Jo. Aber jetzt nichts, was ich irgendwie so krass aufnehmen würde, weil es hört sich eh scheiße an. Ja, der Ton ist es nicht. Ja. Der Ton ist es nicht. Aber da gibt es ja Leute, die wirklich, die wirklich fünf Stunden Konzert fünf Stunden aufnehmen. Das ist heftig. Das ist unangenehm. Heftig, traurig und sad. Ah. So, ich weiß nicht, ob ich hier die Schränke weiterraune, Leute. Boom, boom. Es macht doch so Spaß, das zu ordnen. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Krankheit, aber das ist noch leider süchtig. So, ich feife mir das erste Essen schon mal rein. Ja, ich habe Hunger, die sind langsam auch. So, also, die Luftdruck, ne? Die brauchen echt mehr Luftdruck. Aber für Luftdruck brauchen wir den Bohrer und für Bohrer brauchen wir was? Holla? Eisen. Aluminium. Ich habe dir doch 25 Tonnen Aluminium mitgebracht. Alles gebaut. Was denkst du, warum die Zahl da oben einfach in Lichtgeschwindigkeit hochgeht? Weil ich so viel Aluminium mitgebracht habe. Du hast so viel Sauerstoff jetzt. Richtig geil. Ich bin überlegen, ob ich in die alte Base gehe, die ganzen Samen hole und die in ordentliche Röhren reinballere. Und dann machen wir die alle wieder weg und machen die in die Sprengleranlage rein. Und dann machen wir das wieder weg und machen die in die bessere Sprengleranlage rein. Ja, Nitzko. Dann haben wir die Blumen ausgemaxt. Das würde ich jetzt gerne mit meiner alten Base machen, Aua. Was machst du dann morgen? Was machst du dann morgen? So, erstmal gehe ich hier in den Aluminiumwald. Hier macht auch noch eine Basis hin. Brauche ich, das braucht man sowieso. B-b-b-base. B-b-base. So, ich muss mich jetzt hier kurz runterstellen. Wenn ich verhungere, Ja. Was brauche ich denn dann wieder? In der nächsten Base, wo du warst. Wenn ich in meiner Base verhungere, dann hast du die geringsten Probleme. Okay, aber ich muss auf Tonette. Ich bin gleich wieder da. Jo. Ich brauche eine Tür, Leute. Okay, jetzt habe ich gänzlich Aluminium, aber keine Tür. Eisen und Titan. Bitte schnell. Da ist Titan. Das ist Eisen, ne? So, jetzt aber schnell. Oh, das schaffe ich wieder nicht. Ich halte schon mal die Tür bereit. Oh, eben. Bau-Menü ist mal langsamer. Oh. Also, man hat das Geräusch noch gehört, wie ich eine Tür gebaut habe. Aber ich bin nicht durchgegangen. Ich bin nicht durchgegangen. Oh. Scheiße. Na ja, passiert. Heute passiert. Es geht schlimmere Schicksale. Letzter Kraft. Habe ich noch eine ganze Tür installiert, aber ich bin leider erstickt. Ahnung, Nahrung ist kritisch. Bewässerung ist kritisch. So. Ich habe jetzt sehr viel Aluminium gefunden. Nicht so viel, wie ich es schon gefunden habe. Doch, ich habe es jetzt weit überholt. Was? Ja, aber ich bin ja hier auch an der Aluminium. Ich habe hier über eine Kiste mitgebracht. Ja, ich habe jetzt schon wieder eine. Aber die Kiste liegt auf dem Boden. So. Hast du gut gemacht. So, lass ich mich jetzt sterben oder gehe ich das Risiko ein und äh... Versuch's noch mal, Nahrung zu finden. So. Nahrung kannst du in der Base holen. Ja, weißt du, wie weit die weg ist? Ach so, ja. Du bist ja immer noch in der Höhle, ne? Äh, nee. Ich bin an diesem Torbogen-Konstrukt. Oh, das ist weit weg. Ja. Ich habe hier auch... Ich bin kein Eis gerade. Ich habe auch kein Wasser mehr. Das Torbogen-Konstrukt ist wirklich weit weg. Ja, wie gesagt, zwischendurch so kleine kleine Basen bauen. Das ist wirklich wichtig. Ja, ja. Habe ich, habe ich, habe ich. Jo, ich bin tot. Ja, Nahrung ist halt nie über... nicht... also über... keine Hauptbasis finden. Ja, aber ich dachte, vielleicht ist da welches drin. Welche drin in dem Torbogen-Dings. Also, glaube ich, relativ safe sogar. Oder in der Kiste so. Ja, das kann sein. Wir nennen die immer Sauerstoffzelte. Das ist ein sehr passender Begriff, ja. Ich dachte gerade so, oh, geil, in der Kiste. Und dann ist mir klar geworden, dass ich das bin. So. It's me. Aber du verlierst irgendwie nicht alles. Tatsächlich. Ich habe Auberginen-Samen. Fuck, ich habe kein Eisen. Ich tilte. Wenn du in die Höhle gehst, habe ich noch eine Kiste mit mindestens drei, vier, fünf Eisen drin. Das ist lieb von dir. Boah, das Aluminium leuchtet auch so heftig, Leute. Da ist Eisen. Da machen wir jetzt mal ganz kurz eine Kiste, Leute, statt einem Schrank. Und dann mache ich jetzt, glaube ich, hier eine kleine Mini-Base, bis ich verhungere. Und mache den Luftdruck ohne Ende. Aber ich glaube, das ist das, was wir noch echt brauchen. Brauchen wir ein ganz schnelles Kern-Ding. Da müssen wir uns nicht mehr um Solar kümmern, sondern wir nutzen unser ganzes Uran erstmal. So, und dann... Jetzt risch ab. Hey, geht die Party her und die Party geht ab. So. Dazu brauchen wir noch Eisen, Eisen, Eisen. Mit dem ersten Bohrer wird das Gameplay dann auch sehr repetitiv, muss man sagen. Bis da wieder mehr Exploration kommen, weil man das Gefühl hat, zu viel nachzuholen. Und die Raketen, die ersten Raketen zu bauen, macht auch absolut süchtig. Oh, ist schon halb. Oh, shit. Ja, ist schon halb. Das ist richtig. Die Zeit vergeht aber auch so schnell, wenn man Spaß hat, ne? Ja, Alter, dann fünf Stunden einfach hier gekraftet. gekraftet. Hier ist ein Essen. Geil. Team, ich bin back on track. Back on track, sagt sie. Der Hunger ist gestillt. Was kann man an den Fusionsreaktor machen? Da kann man später, glaube ich, Kernscheiße, also das habe ich jetzt gerade erst freigestellt, irgendwie Brennstoffzellen und sowas. Ist relativ late, würde ich jetzt sagen, aus der Perspektive, aber ich glaube, in-game ist es so mit-game. Aber da bin ich auch quasi, also ich kann die jetzt craften. In meinem Spielstand. So, das Ding ist cool. Fortschrittliche Scheiße. Das werden wir brauchen. Da kann man dann selber Stäbchen und sowas bauen. Brennstoff Stäbchen. Stäbchen. Okay. Ist ja ein bisschen verrückt, dass man einfach so rumlaufen kann. Ich habe jetzt den Bohrer einfach so platziert, wenn nur ein Inventar leer ist. Aber ich muss halt nicht nachdenken, den irgendwo hinzubasteln. Ich weiß nicht, ob das halt gut oder schlecht ist, um ehrlich zu sein. Weil ich finde es jetzt sehr convenient, aber es sieht auch einfach super weird aus. Du gehst spazieren, erkundest und plötzlich steht da einfach ein riesiger Bohrer. Er ist schon irgendwie funny. Ja. Ich meine, er hat keinen richtigen Purpose, der macht einfach nur Luftdruck. So eine random Mine baut man hier nicht irgendwie einfach so hin. So, Heizung 3. Jetzt könnte man zum Beispiel schon überlegen, in die alte Base zu gehen und dort alles abzureißen. Und einfach nur die Ressourcen da rauszunehmen. Aber eigentlich sind die wichtigsten Ressourcen echt die Pflanzen. So, das Iridium wirst du wahrscheinlich auch jetzt wieder tonnenweise gefunden haben, oder? Ne. Wir haben Mohnenmodulecke gefunden. Die Karte ist geil. Und Bildschirmkarte. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon was sehen können. Weil ich glaube, dass es auch was mit Satelliten zu tun hat. Mikrochip Kompost braucht es Eisen und Silizium. Boah, es gibt jetzt eine krassere Heizung. So, lächerliche Eisenprobleme. Ist das nervig? Ich weiß nicht. So, der Himmel ist auch schon ein bisschen schöner, ja, aber nur ein bisschen. Hä, bei mir ist klar blau. Ja, nee, das die Nacht ist es nicht. Also es wird noch schöner. So, weil der ist schon schön, aber bei mir ist es, ja, bei mir ist es noch mal anders. Bei mir ist es noch himmlischer. Hey, himmlischer. Mir ist wirklich komplett blauer Himmel. So, das kommt weg. Ja, und ab den Bäumen geht es dann richtig ab. Also im Prinzip könnt ihr dann die Samen nehmen, die ihr habt. Die Pflanzensamen. Und denen, die lässt ihr dann mit dem, verendet ihr mit dem Muttergen, mit Baumrinde. Das ist dann über den Biodom. Und das führt dann halt dazu, dass du Bäume nutzen kannst mit dem Baumverteiler. Und dann wird das dann von 17 Sauerstoff zu 2000. So. Und das ist dann, also dann macht es richtig Spaß. Dann explodiert die Zahl da oben auch. Aber irgendwann explodiert sie ja nicht mehr, weil ich glaube, nach K kommt G, glaube ich schon. Im DNS-Manipulator, genau. Ich wollte hier noch einen Bohrer. So, kostet das hier was? So viel Zeugs drin. In diesem Wrack. Wo hat das denn gedauert? So, guckt mal, Künder. Wir haben hier Luftdrucksteigerung. Ihr seht es, die ist noch sehr bad. Aber es ist nicht terrible bad. Und dann, genau, ab 60, also wenn das jetzt, wenn Luftdruck 60 erreicht ist, dann war es das mit Strom. Dann ist Strom fast, fast instant gelöst. Ich mache hier noch einen Bohrer. Ach so, es kommt erst Kilo, Mega, Giga. Ah, okay. Dann, also okay, ich bin schon bei Giga. Okay, dann ist es noch, dann ist es noch ein bisschen. So, Luftdruck steigert sich. Wir machen noch einen Bohrer. Weil wir Mäntel sind. Wir brauchen die Taneisen und Aluminium. Das heißt, wir haben das alles weg. Wir suchen jetzt hier nochmal verzweifelt nach Eisen. Taschenlampe 2. Das weiß ich nicht mehr, was die machen. Ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Das schöne ist, dass diese kleinen Geräte zwar einfach da sind, aber nie einen irgendeinen Nachteil darstellen. Ich habe übrigens noch mal so einen goldenen Samen und einen Haufen Auberginen. Auberginen Samen sind auch wichtig, weil die erhöhen einfach nur die Produktion. Also ich glaube, also wir brauchen nicht überragend viele davon. Ich habe bei mir zum Beispiel einen Biodom und dann habe ich einfach jede Samenart so drei, vier Stück plus einen Schrank. Und wenn du dann regelmäßig deine Gärtnerrunden drehst, würde ich mal sagen, dann hast du davon sehr viel und alle Pflanzen brauchst du dann, also einerseits natürlich um zu essen, aber auch um Mutagene und so weiter herzustellen. Also einfach für höhere Ressourcen. Und ich glaube so, wahrscheinlich insgesamt reichen wahrscheinlich fünf Stationen für Auberginen schon aus oder für jede Pflanze bisher. Weil du hast so viel zu tun, dass die eigentlich schnell genug wachsen. Okay. Nice to know. Das hat sich schon sehr gut angefühlt. Aber ich weiß auch nicht, was später dann ist, wenn da diese Drohnengeschichten noch kommen und sich Sachen eventuell automatisieren. Weil ich glaube, das ist jetzt so schön hell, ne? Der ist viel angenehmer, ne? So zugestaubt und rot. Richtig nice. Gefällt mir, super gut, das so zu sehen, auch, dass man das so verändert selber. Irgendwie faszinierend. So, da ist er. Da ist der Kernreaktor. Wir laden das jetzt ab und bauen den. Dann ist GG. GG's. Dann haben wir hier statt Plus, was steht hier jetzt? Plus 20 Strom oder Plus 86. Ach, das ist noch nicht mal der, das ist noch der schlechte. Das ist noch der Babyreaktor. Okay, da merkt man es vielleicht noch nicht so doll. Oh, ich habe eine Höhle nach dem Brack gefunden. Das ist eine Nullnahrsamen. So. Sehr cool. Wie viel Superlegierung haben wir, das ist doch die Frage. Oh, schon ein paar. Ich habe hier, glaube ich, aber auch noch. Warte, da brauche ich mich. Nee, das ist richtig. Ich habe Jesus vertraut. Das war ein Fehler. Danke sehr für den Sub. Okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch, Leute. Man kann dann auch später Düsenantrieb haben und dann ist es von der Bewegung her sehr anwendig. Dann bist du wirklich fast as fuck. Ich habe noch eine Nachricht vom Jahr 3034 aus einem Brack. Der ist deutlich später. Nee, früher. Nee. Wir sind 58. Ja, aber die anderen waren sogar 28 sogar noch. Okay. 3034. Heute war die Einweihung des Warptors. Es hat ganze zwei Jahre gedauert, um es zu bauen und der Icetial Prime Sektor ist endlich nur noch einen Kartensprung entfernt. Nur leider läuft nicht alles immer nach Plan. Gerade als wir den Hauptreaktor hochgefahren hatten, brach die Hölle los. Der Strom war opelzig weg und alle Reaktoren sowie die Stabilisatoren waren tot. Einige Minuten später begann der uns am nächsten gelegene Planet, unser Raumschiff, auf eine unerklärliche Weise näher an sich heranzuziehen. Wir probierten alles, um das Problem zu lösen, doch nichts schien zu helfen. Daher nutzte die Crew die Rettungskapsel zur Flucht, während ein Notsignal aktivierte. Nun werde auch ich zu meiner Rettungskapsel gehen, was eine Schande. All diese Monate voller Arbeit und nun ist alles vergebens. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich glaube, irgendwas ist mit dem Planeten hier überweird. Ja. Dass hier so viele Leute abstürzen, so wie so ein Bermuda-Dreieck mit Magnetfelten oder sowas. Das wird, glaube ich, später dann noch geiler aufgeklärt, weil ich glaube, ich habe dann noch eine Sache noch in Erinnerung. Mhm. Ich bin sehr gespannt. So, dann haben wir hier, wir haben noch ein so ein Stäbchen schon. Super Legierung. Ja, geil. So, Leute, es geht los. Kernkraft Activate. Stromprobleme kenne ich nicht mehr. Jetzt bauen wir als nächstes das Gerät. Dazu haben wir Aluminium und Siebenzium. Das haben wir ja geholt. Das ist schon wieder alle. Ich pisse mir in meinen eigenen Dick. So. Bauen wir den hin. Hier so. Kackkiste machen wir dann weg. So. Look at this. Also, Holla, die vier. Du kannst jetzt Rucksack vier bauen. Dazu brauchen wir aber extrem viel Legierung. Du bist, glaube ich, wieder gemütet. Ja, bei mir stehen drei an der Herstellungsstation. Nee, an der super Herstellungsstation. Die super Herstellungsstation. Die musst du nur finden. Nichts bei mir. Ich dachte, wir könnten die bauen. So, ja, die habe ich schon gebaut. Und wie kann ich die bauen? Du kannst aber herkommen, die muss man nicht zwei machen. Aber dann muss ich da hinlaufen. So. Ich kann das doch abbauen und hinbauen, oder? Also, wo kann ich die bauen? Kann ich die anbauen? Dankeschön. Muss ich die Herstellungsstation oder an der Herstellungsstation bauen? Oder wie sieht das aus? Nö, einfach cool. Cool. Okay, wo ist die? Basenbau, Grünmodul, Außentreppe, Glas. Ich glaube, genau daneben. Bei Maschinen ist das zweite. Okay, Aluminium hat drei, Titan, Magnesium, Silon. Minium, da. Milizium. Milizium. Hast du noch Superlegierung? Yes. Du bist halt so weit weg, ne? Wir sind halt komplett. Ja. Little lost sind wir. Drei Super, zwei Superlegierungen. Scheiße, ich brauche drei. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Komm her und dann kannst du den sofort bauen, weil der Rucksack kostet auch drei. Aber ich kann es Superlegiungen bauen. Ja, das ist halt übel fahren, Junge. Ich habe hier ultra viel Zeugs. Junge. Wirklich viel. Äh, Kobalt, Eisen, Magnesium, Minium, ich habe das alles. Na gut. Ich bin ja auch ein Arbeitstier. Das ist gut. Ding, ding. Ich habe alles für einen Superlegierung herzustellen und den Rucksack mit den drei Legierungen ohne die Base überhaupt verlassen zu haben. Geil. Ich kann ja am Schluss hier alles wieder abreißen einfach. Sauerstank für Tank 4 haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Okay. Was haben wir denn? Lohn ist, die Uran und so zu Stäben zu machen? Ja. Damit es weniger Space und so auch Ich glaube, direktes Uran nutzt man gar nicht. Vielleicht für eine Rakete oder so. Aber ich glaube, Stäbchen sind so das Thema. Kein Kobalt abgebaut, mich dumm. Kobalt. Superlegierung lohnt sich fast nie. Ja, später kann man das mit Kometen so runter donnern lassen. Später regnet es den Bums, aber jetzt geht es noch nicht. Versteht ihr das? Ich frage mich doch, ob man später bohren kann und das Bohren automatisch zu Superlegierung mit diesen komischen Geräten machen kann. Ob das automatisierungstechnisch ist? Ja, genau. Weil das gibt irgendwas zum Automatisieren, aber ich habe es noch nicht in meinem Spielstand auch noch nicht gehabt. So, aber man sieht das schon zu zweit sind wir schon so schnell. so viel weiter. Das ist übel krass. Das ist für x-facht sich. Aluminium, muss ich eigentlich noch haben, oder? Boah, ich muss jetzt auch Pullern. Ich esse erst mal noch eine Auvergine oder so. So, gleich wieder da. Gut, hi, mein Name ist Maxi Markhoff. Ich war duschen gerade. Da sind meine Haare noch ein bisschen nass. Und auf der Dusche ist mir eingefallen, dass ich ein sehr guter Tier-Imitator bin. Na, aber nicht diese einfachen Dinge, wie einen Hund. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, sondern auch andere Tiere. Eine Katze. Miau. Auch leicht. Aber Maxi Markov nimmt nicht die leichten Dinge ins Visier. Was tut er? Was? Ein Delfin. Ich präsentiere Ihnen The Dolphin. Sie füllen zuerst ihre linke Backe oder die rechte Legelspiegel mit Luft. Das geht so. Sehen Sie das? Das ist Luft. Und dann gibt es nicht. So. Was? Also, ich habe ein Aluminiumproblem. Wie kann ich denn... Ich brauche auch ein Aluminium. Gerade. Ich habe den dir viel geskippt, Leute. Es tut mir leid. Es ist nur noch wenig Zeit. Juhu. Jetzt brauche ich ein kleines Stück Aluminium. Dann habe ich viel mehr Platz und dann kann ich noch mal viel mehr fahren. Ja, das war heute Morgen sehr verwirrend. Ich hatte dich auf Lautsprecher, während ich gefrühstückt habe und in der Küche war. Mhm. Und du redest nur mit dem Manu und auf einmal kommt der Delfin. Ich habe eine goldene Kiste gefunden. Eine goldene Kiste. Die war unter so einem Felsen. Wie fies. Ja, krass, ne? Auch mit Namen. Und da ist Aluminium und Superlegierung drin. Oh boy. Ja, kiki. Und dann noch eine goldene Statue. Von einer Rakete. Ne, das ist irgendwie... Ne, das ist der Landungspot, mit dem wir kamen. Oh shit, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Oh, das ist gut. Upsi. So, Grasverteiler, Leute. Es geht los. Jetzt kann ich wieder die Dinger abbauen, die ich da gebaut habe. Und wir gehen full bubert. Wir gehen full bubert. So, guckt mal. Da, Sauerstoff. Geht von... Von 8 auf 60 hoch. Oh, da kommen die scheiß Samen rein. Oh my God. Okay. So, Rucksack 4. Sauerstoff, hier braucht ja wieder Legierung. Oh boy. Oh boy. Legierung. Der Sauerstoff, Tank 4. Yo. Ja, deswegen suche ich gerade ein Aluminium, wenn mir genau ein Superlegierung dafür noch fehlt. Ja, ich kann jetzt auch gleich wieder Legierung gehen. Wahnsinn. So, wir nehmen mal das hier raus und machen mal die Monsterpflanze rein. Okay. Ich warte nur darauf, dass ein Sandwurm kommt und mich fressen möchte, ne? Ich glaube, das finde ich noch richtig, richtig gut, wenn sie so Monster rein tun würden. Die nicht bedrohen. Wer weiß, vielleicht ist er noch dabei. Ich weiß nicht, gibt's ein... Ach, da ist die fucking Rakete, Mann. Was? Jetzt können wir die E-Bel-Snow-Born. Gibt's so eine Roadmap, was sie noch vorhaben, so zu integrieren? Das müssen wir wahrscheinlich beim Discord angucken. Ist noch nicht genau geschaut. Ja. Noch einer, der es lieber überraschen lässt. Ja, ich eigentlich auch. Aber ich würde schon gerne wissen, ob sie irgendwie so Monster einbauen wollen. Ich glaube, das wäre übel cool. Aber wir haben Wolken! Wolken? Maxine. Ja. Ich hätte gerade das Achievement, Reach Clouds. In meiner Position habe ich es ja nicht richtig gut gesehen. Aluminium, Aluminium. Aber wir haben ja noch nicht den Kackbohrer, ne? Ich meine, die Bohrer-Basis. Ich glaube, deswegen habe ich so viele Luftdruckraketen gemacht, Leute. Ich habe einfach übertrieben viel da reingeballert, weil das so wertvoll war, diese automatischen Fabriken zu haben, die Scheiße aus der Erde holen. Das ist einfach illegal. Okay. So, und ich glaube, da hinten war auch eine Höhle, Leute. Was war da hinten? Da war, glaube ich, irgendwas entweder Uraniges. Oder was noch? So, wir müssen wieder zurück. Das war dumm. CO2, Achtung. Achtung, Achtung! CO2, Achtung, Achtung! Ich versuche, sie nicht zu ersticken. Bisschen Kobalt mit. Bisschen Silizium. Ich baller hier noch drei Heizungen hin mit dem Restmaterial und kommen wir zurück. Die Heizungsstufe 3? Ja, 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 ja. Okay, dann machen wir nur zwei. Ich kann nur eine machen. Ich hatte nur ein Ding ins Stab. Okay. Weil wir hätten sonst nicht genug Strom gehabt. Und Strom aus ist nicht gut. Strom aus ist nicht gut, okay. So, jetzt können wir mit all den wertvollen Materialien zurück, die ich hier noch habe. So, Leute, ihr könnt natürlich wirklich immer O2 schreiben, wenn es knapp werden sollte. Was meinst du, Eisen, 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 Eisen 3, ein Titan und ein Silizium, ne? Drei Eisen, ein Titan, ein Silizium. Für das Sauerstoffzelt. Wollen wir die goldenen Statuen? Ich glaube, das sind nur süße Achievements. Wenn man sich dann irgendwo hinstellt auf dem Tisch. Und dann anzugeben. Oh, anderen. Okay. Zwei Titanen. Stimmt. Eins fürs Gebäude und eins für die Tür. Wow, du hättest mich jetzt einfach sterben lassen. Titan ist überall. Mhm. So, was mache ich jetzt als nächstes? Eigentlich muss ich das hier machen. Hey, ich komme zurück. Wenn ich den Weg finde. Weil ich habe nämlich Hunger und du hast Essen gemacht, habe ich gehört. Ich habe hier Essen. Geil. Kürbis, Orogin, Brunnen. Mhm, kannst du auch zusammen kochen oder muss ich als Einzelnen essen? Das habe ich noch nicht gesehen, dass das geht. Das ist ein sehr heftiger Fokus auf Rohkost hier. Mhm, mhm. Okay, Leute. So, Zeit. Wir bauen das erste Blumenbeet. Wobei, Blumen... Ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht, wenn ich zurückkomme, so. Ich war jetzt nur noch nicht da. So. Boah, der Sauerstoffgehalt ist so 104, 5 Billiarden erhöhe. Aber die Energiekosten sind aber hoch. Also, du musst dir vorstellen, so ein riesiger Monsterbohrer, der einen Laser in die Erde rammt, verbraucht weniger Energie als ein Rasensprenger. Ja, logisch. Logisch. Mhm. Full Logik. Oder hier, activated. Scheiße, ob ich die weiß. Ja, erstmal nicht. Okay. Wir können noch mehr davon bauen, aber die bringen uns aktuell nicht viel. Machen wir trotzdem einen. Einen, weil es schön ist. Bodenweiholler, Pilzebau. Ja. Hä, Pilze sind schon Bänger... Nicht ganz Gemüse. Bänger nicht ganz Gemüse. Das ist wieder so ein... Ja, Pilze sind kein Gemüse, sonst hätte ich mich jetzt wieder dumm angekackt. Ja, das ist das. Das ist ja gar kein Gemüse. Aber Pilze sind schon geil. Geil, das verstehe ich. Hi. Hallo. Okay. So, wo kann ich Sachen hinlegen? Ich habe es noch nicht super viel Ordnung gemacht. Ich versuche eigentlich wieder, den Sauerstoff noch aufzuballern. Aluminium habe ich dabei. Eisen, äh, Eis brauche ich wieder. Eis, Eis, Baby. Scheiße, wir müssen eigentlich wie die Blöden auf Luftdruck gehen. Wir haben einen Schredder jetzt. Das weiß ich nicht, was es macht. Das ist für mich neu. Ich weiß, es gibt so einen Zerleger. Zerstört, da sind eine tozide Gegenstände. Aber dafür brauchen wir einen Schwarzpulver und Osmium. Ja, Osmium auch noch ein bisschen. Also Osmium kann man finden. Ein Schwarzpulver ist erst mit einem Labor, glaube ich. Also sehr spät. Sehr spät. Okay. Ich hätte schon Bock auf die Rasensprenganlage hier. Da voll, okay. Okay. Warst du dem Schiff hier schon bei der Base? Welcher Base? Welches Schiff? Bei der, bei der du gerade warst. Also bei unserer Hauptbase mit den 1000 Solaranlagen. Das Schiff direkt nebendran. Ja. Da war ich schon drin, ja. So, guck mal. Jetzt produzieren wir sogar actually Biomasse. Und wir brauchen noch mehr Sauerstoff. Also Sauerstoff macht schon am meisten Spaß, muss ich sagen. Sauerstoff ist schon sehr cool. Nee, das war der Junge. Orten hier jetzt ein bisschen. Mir reicht's, Maxim. Mir reicht's mit dir. Du hast eine E-Mail. Äh, sie haben Post. Wieso haben wir einen Eisschrank? Und da ist nichts drin. Ja, das habe ich jetzt gerade umgewandelt in Wasser. Wasser ist tatsächlich bei einigen Sachen echt nützlich. Ich mach mal Titanschrank. Ich mach mal den jetzt zum Titanschrank. So. Äh, das hier ist Eisen. Dann nehm ich jetzt hier wieder die Samen. Nee, weil du das nicht Eisen machen. Also brauchen wir gerade. Magnesium. Ich mach jetzt hier so einen schönen Garten, Junge. Einen schönen Garten. Das Spiel ist schon geil. Ich glaube, ich spiel noch ein bisschen weiter ohne. Ist das okay für dich? Weil du bist ja eh viel weiter. Ja, ich muss dann, glaube ich, mein Spiel ist dann komplett aufräumen. Ja, und dann spiel ich Dienstag, maybe, mein Spiel schon weiter, weiter. So, dass ich keine Gap hab dazwischen mit, ich weiß ja gar nicht, was sonst abgeht. Ja. Also was wir jetzt noch bräuchten, wäre... Also das, was super, super, super effizient ist. Ich mach mal hier einen Special-Schrank, wo ich dann Stoff und Superlegierung und Stäbe so reinlege. Also versuch mal ne Raketenbauanlage zu machen. Ist aber sehr groß. Ich versuche ne Raketenbauanlage zu machen. Ja, aber die Raketen, die verzehnfachen jetzt alle Werte. Das ist schon super effizient. Du meinst, ne Startrampe? Ja. Dafür brauchen wir mal mindestens noch eine Superlegierung. Genau, eine, das ich glaube, in irgendeiner random Kiste noch liegen. Ich hab hier zwei im Inventar. Fuck. Ja, das ist so unglücklich. Ja, doch, wir haben drei. Haben wir Magnesium? Äh, ja. Ich rauch mal hier gerade die ganzen Fisten aus und mach die, baller die weg. Haben wir ne Magnesiumkiste? Ja, ja, ist ein Schrank. Ich muss noch einmal kurz ne Solaranlage bauen. So, also ich, warte mal. Ah, ne, wir können's nicht bauen. Wir müssen den Reaktor erst bauen. Okay. Da brauchen wir auch die drei Superlegierungen. Wir haben ja, glaube ich, noch einen Stab, ja. Ja, also ein Stab ist in der Kiste gleich links. Du musst einen Atomreaktor bauen. Und, äh, okay. Weil sonst haben wir nicht genug Strom. Die Rakete kostet den übelsten Strom. So, ich nehm mal das hier noch. Das und das. Einen Reaktor, sagst du. Also bräuchte ich zwei Wasser und einen Uranstab. Ja, Uranstab hab ich hier. Wasser ist jetzt schon wieder alle, weil ich, äh, den Sauerstoff hochpumpe. Dafür hab ich sehr viel Wasser auslösing getrunken. Voll doll. Gut. Geh mal Eis sammeln, war? Ja, ich auch. Ich hätte gerne so einen AOE-Einsammler. Hier, einfach sofort. 20 Meter weit. Und es nimmt. Oh, wir haben den Bohrer. Boah, der wär auch wichtig. Boah, ich hab richtig Bock, ey. Ich muss nachher, ich räume einfach jetzt mit meinen Spielständen nachher komplett auf. Off-Stream oder was? Ja. Nee, off-Stream wahrscheinlich nicht. Ja. Aber. Nee, aber morgen. Ich kann's ja morgen natürlich. Ja. Boah, ich muss die Samen anders machen. Und. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Hier, das ist das. Mikroplan, äh, Mikrochip Bauplan anheften. Uh. Das heißt, dann müssen wir nicht mehr. äh, wir raten, was wir noch brauchen. Genau, das ist der Komfort, quasi. So, ich hab jetzt Wasser gemacht. Ja, ich auch. Eine Legierung ist noch drin in der ersten Kiste. Ich brauch den Uranstab, mehr brauch ich nicht. Okay. Dann brauch ich den Reaktor. Wohin? Nö, egal. Neben den anderen keinen Reaktor. Ja, so hab ich auch gemacht. Weil. Na, aber am Anfang auch so einen Reaktorhaufen gemacht. Es gibt halt, wenn's so, wenn's so ein Grid oder so geben würde, wo zum Beispiel gesagt wird, okay, das neben dem, oder auf guten Grund, oder einer bestimmten Höhe, das würde dann eine höhere Effektivität erzeugen. Ich glaub, dann würd ich's anders machen. Ja. Oh, deswegen. Ich würd den Hype bei dir aber momentan eingeben, dass, äh, das in mir auslöst. Ah, das ist ärgerlich. Ah, ja. Aber ich, ich kannte das ja hier schon mal nicht. Das ist halt so viel neu. Und dieses Neue gefällt mir sehr. Aber der Ordnungswahn kommt so, also es ist kein übelster Ordnungswahn, aber so ein bisschen kommt das hoch. Weil man einfach, äh, man hat, also ich habe eine beschränkte Anzahl an diesen Pflanzen. Maxime, wir haben eine neue Galt, eine Statue. So, du hast vor allem auch eine neue, übelst neue E-Mails hier noch. Guck mal. Ja genau, das ist das Ding. Das ist das, äh, das die Landekaps wird, was ich vor uns gesagt habe. Äh, wir haben drei neue Nachrichten. Okay, dann lesen wir mal. Sennil Korb, äh, deine Planetenspezifikation. Identifikation unbekannt, Unternehmenseigentum unbeansprucht, Bewohner, äh, Bewohnbarkeitsgrad Null, Sektor Isitial Prime. Geschichte unbekannt. Der Planet, äh, unnamed, befindet sich im Sektor Isitial Prime, einem präzivilisierten Sektor, der hauptsächlich von Handelsschiffen durchquert wird, äh, um große Raumhäfen zu bedienen. Der Sektor zählt 842 Planeten, 13.511 Sterne und ist 7.000 Parsec groß. Er wurde als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung identifiziert. Das kam von der Korb. Dann haben wir eine neue Message von Riley, die uns helfen möchte. Mir ist es gelungen, weitere Informationen zu ergattern. Ich habe gelesen, dass man mehrere Erfolgs-, äh, mehr Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis weiter oben baut. Aber ich bin mir momentan nicht sicher, warum. Wenn man es schafft, den Planeten ausreichend zu erwerben, es sollte einige-, sollten einige Höhlen zugänglich werden, wenn das Eis schmilzt. Äh, eine letzte Sache noch. Sie können, und dann spricht die Nachricht ab. Ende der Kommunikation. Nachricht wurde abgefangen. Null. Abgefangen. Streffling GP8971Y. Ich glaube, die Korb findet es nicht so gut, dass Riley uns schreibt. An alle, die diese Nachricht erhalten, ich bin ein Planet Crafter, der auf dem Planeten Migoria 3 geschickt wurde. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bedeutet das, dass Sie in der Nähe sind. Vielleicht sind Sie ja auch ein Planet Crafter. Das Wetter ist grässlich und mir gehen die Ressourcen aus. Es gibt nicht genug auf dieser kargen Welt, um sie zu terraformen. Ich weiß nicht, warum ich das hier gewählt habe. Der Tod wäre angenehmer gewesen als die Hölle. Ja, wenn mir jemand Hilfe schicken kann, dann tun Sie es bitte. Kannst du mir helfen? Ich kann dir nicht helfen. Wie soll ich dir helfen? Ich bin im Boden. Du bist im Boden. Wo bist du denn im Boden? Wissst du mich nicht? Oh nein, du bist ununterbäßig. Ja, ich habe jetzt gerade auf. Also mach niemals Wohnmodul Glas. Glas, Boden oder Decke. Ich habe jetzt... Ja. Tja, Holla, ich gehe jetzt raus. Ich hoffe, es war schön für dich. Drück F4. Das ist F4. Oh, F4 ist unstuck. Danke dir. Guck mal, ich habe jetzt eine Glasdecke für uns gemacht. Ey, wie kann ich die sehen? Reinkommen. Wie komme ich denn da hoch? Du musst zu mir reinkommen. Hey, reinkommen. Du guckst jetzt. Oh, wie schön. Das ist schön. Ja, das sieht richtig gut aus. Bringt uns das auch Wasser oder sieht das nur geil aus? Das sieht nur geil aus. Okay. Gut. Holla, ich bin dir sehr dankbar. Ja, ich auch. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Stream. Dankeschön, Dankeschön. Ich mache hier noch ein bisschen weiter. Räume noch ein bisschen auf und dies, das. Naja, weiß schon. Jo, perfekt. Dann dir morgen eventuell einen schönen freien Tag. Dankeschön. Dankeschön. Viel zu tun, aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann bis Dienstag. Genau. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, Planet Crafter hat einiges gemacht. Ich muss auf jeden Fall hier auch für, ich muss sehr viel Unordnung beseitigen. Aber bei mir sieht es noch ein bisschen vermüllter aus, weil auch einige Sachen auch noch nicht existiert haben. Das werde ich jetzt quasi alles umbauen und nochmal alle Basen nochmal retten oder zumindest die entsprechenden Samen und so weiter holen. Weil ich jetzt ja auch Teleporter habe, ich habe es leichter. Ich kann jetzt quasi überall hin und her porten und dann Städte und Regionen bauen, die sich für eine Sache, die sich auf eine Sache konzentrieren. Wir sehen uns morgen ganz normal. Ich gucke mal in den Plan, ob es irgendwas Bestimmtes gab. Aber nee, nee, morgen ist einfach frei. Morgen machst du was will. Wir werden wahrscheinlich Planet Craften. Wir werden wahrscheinlich Planet Craften zwischen 7 und 13 Uhr. Das wird der Plan. So.